Warum hat Johannes geschrieben? Warum hat Johannes das Evangelium geschrieben? Erzähl mir bitte, warum ist nur in Johannes geschrieben? Weil da so viele heretische Lehren waren, hat Johannes nicht entschieden, das Evangelium über die Gottheit von Jesus Christus zu schreiben, um diese ganzen heretischen Lehren zu widerlegen. Das ist Johannes' Evangelium. Und sagen wir mal bitte, damals, 350 nach Jesus, als sie die Bibel jetzt schon gefasst haben, war ja über 300 Jahre später. Nein, nein, die Bibel wurde nicht 300 Jahre zusammengefasst. Wir haben das zusammengefasst und dann haben die Thomas' Evangelium, Ja, warte mal, warum die Thomas' Evangelium nicht genau? Was war das für ein Konzil? Wie heißt dieses Konzil? Wie heißt dieses Konzil? Ich hab's vergessen, aber ich weiß es auf jeden Fall, ich kenn das doch. Ja, Hallas, rede nicht ohne Quell, wenn du nicht mal weißt, wie das Konzil heißt. Boah, das heißt mal, dass das 351 oder 331 oder so ist, ist doch egal, diese zwei Jahre. Das wird 300 Jahre nach Jesus' Song verstanden. Okay, 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 Chalas, 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 250 Jahre nach Jesus wurde die Bibel kanonisiert. Dein Koran wurde 1924 erst kanonisiert. Nein, den Koran gab's immer schon, den gab's immer schon. Nein, den Koran gab's nicht immer. Ich hab dir ja gerade gezeigt, der Udban-Koran ist verschwunden. Umayyaden haben dann eigene Koran geschrieben. Und da gab es so viele verschiedene Koranen, bis heute 40 Personen mit Unterschieden. Und der Koran wurde 1924 in Kairo kanonisiert. Dann fasst an deine eigene Nase. Du weißt aber, dass die Sahaba und auch die Salaf die den Koran auch auswendig konnten, ne? Das weißt du auch. Wo steht das? Wo steht das? Wo steht das? Ich kann dir einen Beweis. Nein, bring mir einen Beweis, bitte. Ich hab das Buch von Ibn Kafir durchgelesen. Ibn Kafir schreibt in seinem Buch über den Koran, die Zusammenstellung, dass nur vier Leute den Koran auswendig kannten. Und jeder sagt mir, die Sahaba, wer kannte den Koran auswendig? Ich bring mir einen Hadif, einen Beweis. Okay, mach ich. Ich werde auf jeden Fall gleich gucken und dann werde ich dann wieder. Guten Morgen, Gott segne euch alle hier auf dem Krieg. Der Dio Urban, du machst eine wunderbare Arbeit, aber tja, das Problem ist, lieber der Dio, schau mal her, in der Sura 2, Vers 87 kann man schon etwas daraus lesen. Darf ich es dir vorlesen? Wo ist er hin? Er ist Gigant, Bruder. Ach du schoß. Ai, 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 ai. Allein die Trinität zu begreifen, Gott hat gesagt, lasst uns Menschen machen. Ich weiß, Gott, das ist schon mal die Mehrzahl, mein Lieber, das sind drei Personen. Oder aber die Trinität, die Trinität war ja nicht mein Thema. Ich will ja, dass sie mich vom Islam überzeugen, weißt du? Ja, ja, klar, ich habe das schon kapiert. Und gleich am Anfang, was sagt Gott da? Die Erde war aber wüßt und das Fünsternis lag über die Urflut und Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Bruder, Sie haben auch den Heiligen Geist im Koran, Sie haben den Heiligen Geist in den Hadithen. Sie haben das auch, aber ich wollte jetzt nicht anfangen, so viele Themen aufzumachen, weil der sagt, ich habe Themen aufgemacht, aber ich habe ja nur diesen Taoit hinterfragt, weil es gibt ja kein Taoit im Koran. Wo steht im Koran Taoit überhaupt? Weißt du, lieber Urban, das Wichtigste ist, ich meine, du hast ihm die klaren Sachen schon gegeben, dass man auch Menschen essen darf. Das ist richtig, das steht tatsächlich in deren Ehre schritten, noch viel mehr, aber als allererste, der Koran erlaubt Pädophilie. Das ist nun mal ein Fakt. Allein mit dieser Sune reicht es schon eigentlich. Ich meine, wie kann das sein, dass ein Gott Pädophilie erlaubt? Na, lügen darf man, töten darf man, misshandeln darf man, rauben darf man und man soll bis ans Ende dieser Zeit gegen alle Andersdenkenden, gegen jede andere Ideologie, gegen jeden anderen Glauben kämpfen, bis alles islamisch wird. Welcher Gott will sowas? Welcher Gott braucht sowas? Warum gibt es das? Nur diese zwei, drei Fragen, wenn die sich da stellen und wahrhaftig sein sollten. Der Koran gibt diese ganzen menschenfeindlichen Sachen hier und von daher ist es ganz einfach. Leute, 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 seid wahrhaftig und seid euch selber treu. Nehmt die Wahrheit an, euer Gott. Aram, bitte entschuldige. Leute, ich habe 80 Leute als Zuschauer. Bitte macht man den Stream auf 10K hoch. Bitte, Leute. Also wenigstens, der hat recht, der Bruder Urban. Also liebe Leute, was sollen wir das? Ganz ehrlich, wenn wir jetzt fünf Minuten durchlaufen, dann sind wir ganz schnell oben. Ich habe auch nicht viel Zeit, lieber Urban. Ich habe dich gehört. Das gefällt mir immer wieder. Ja, danke schön. Ich tu die Sachen auch so frei heraus, zitierst und sagst. Aber die lieben Muslime, die glauben ihren eigenen Schriften nicht. Ich meine, ich höre ab und zu mal diesen, wie heißt der, Baba Mohamed. Kennst du den, ne? Ja, ja, stark. Baba Mohamed ist stark. Ist stark, aber der tut ja nur eigentlich christliche Werte sagen und stehlen, aber nichts aus dem Koran diesbezüglich zitieren. Das ist alles gelogen und verlogen. Oder neulich war einer bei mir, er hat gesagt, im Koran gibt es die Nächsten, liebe. Ich habe gesagt, bring mir den Vers, er wollte den Vers über die Nächsten im Koran suchen und er hat ihn nicht gefunden. Er kam mit einem Vers, wo er den Islam komplett Knockout gegeben hat. Der war bei dir? Ja, ich war, ich war in einem anderen Live, ich habe mit ihm debattiert. Ah, okay, okay. Das war bei Joe im Live, oder? Ah, der ist zum Joe reingekommen? Ja. Ja, wissen, dass das immer ... Okay, interessant. Allein dieser Name Abdullah, der Name vom Vater von Mohammed, ich meine, wissen die überhaupt, was das Name ist, was das für eine Bedeutung hat und was Abdullah bedeutet? und nein, Abdal und La. Abdal ist Sklave und La ist von La der Sklave bedeutet das. Nur das wurde in den letzten, sagen wir mal, tausend Jahren oder was weiß ich, von den arabischstämmigen Christen, die nur noch arabisch sprechen konnten, wurde Allah dann auch als Gott, tatsächlich ein Gott, sagen ihn mal definiert, aber Abdallah heißt wirklich von La, von La der Sklave, weil wenn Allah tatsächlich jetzt wortwörtlich übersetzt Gott sein sollte, warum sagt man dann Bismillah, ja nicht quasi im Namen Gottes, Bismillah und La, wo ist dann der Allah? Den findest du nicht. Deswegen habe ich ihn gefragt, wird der Name Allah im Koran definiert? Nein, wird er nicht. Das heißt, der, der über La geschrieben hat, dachte, wenn ich ein Buch schreibe und ein Auto reinschreibe und Auto nicht beschreibe oder das Wort Auto nicht definiere, dann gehe ich ja davon aus, dass der Leser weiß, was ein Auto ist. Und wenn der Koranschreiber den Gott La im Koran geschrieben hat, dann ist er davon ausgegangen, dass die Menschen La kennen. Aber um jetzt zu erfahren, wer La ist, musste ich in die vorislamische Zeit und da war La nur ein Mondkötze. Also hat sich Allah als nichts anderes definiert, als ein Mondkötze im Koran. Aber er hatte die Definition von La nicht geändert. Wisst ihr, was das für ein Problem ist? Richtig, absolut richtig, lieber Gott. Aber ich sehe den Hauptgrund bei den Moslems, die haben Angst vor der Wahrheit und die wollen sie nicht kennen. Denn falls die Moslems die Wahrheit erkennen wollen würden, das ist ganz einfach, wir geben euch die Quellen, prüft es einfach nach, schlagt eure Tafsire auf, eure Hadith auf, eure Gelehrten auf und euren Koran auf. Es ist ganz einfach, mit zwei, drei Sohren kannst du den ganzen, den ganzen Koran einfach wieder legen mit ein paar Fersen. Das war alles. So. Dobro jutro. Guck mal, Aram, wie die lesen. Es gibt ein Hadith, wo steht, Abu Bakr und Mohammed haben die, äh, homo-dingster, ne, die Männer, die Männer lieben, aus ihren Häusern vertrieben. Die Muslime lesen das und sagen, schaut mal, sie wurden ja vertrieben, also machen wir das auch. Ich lese und sage, was haben die in ihren Häusern überhaupt gesucht, die, weißt du, was ich meine? Lesen, es gibt lesen und lesen. Was haben die, homo, äh, SCXen, in den Häusern von Abu Bakr und Mohammed verloren? Was haben die da gesucht? Warum mussten die vertrieben werden? Ähm. Lesen und lesen. Ja, immer, es gibt, es gibt Leute, die benutzen ihr Gehirn, es gibt Leute, die haben ein Gehirn. Das stimmt allerdings, lieber Urban, leider Gottes. Wie gesagt, also ich, ich habe festgestellt, die Muslime wollen einfach die Wahrheit in ihrem Koran nicht wissen. Und deswegen tun sie dann alles so umschweifen, daher interpretieren und verteidigen und auch, 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 auch das, egal, auch Teufel kommen heraus, egal, was es denen kosten wird. Das kostet euch eure Seele, eure Ewigkeit, liebe Leute. Ganz einfach. Trachtet nach der Wahrheit. Trachtet nach der Wahrheit. Nichts anderes. Tja, äh, lieber Urban, äh, wie geht's dir so? Was machst du? Bruder, ich bin auf der Autobahn. Wie geht's gut? Ich habe heute eine lange Tour. Du fährst jetzt auf der Autobahn, Mensch. Ich bin auf der Autobahn. Hört man das nicht? Nein? Tatsächlich nicht? Oh, sehr gut. Ich habe mir gestern Kopfhörer gekauft mit Geräuschunterdrückung. Ja. Okay. Interessant. Und auf der Autobahn. Interessant. Aber lieber Bruder, wenn du auch auf der Autobahn bist, ich weiß nicht. Na gut, du hast mal Kopfhörer, aber du musst dich ja immer konzentrieren, meinst du? Ja, Bruder, ich mache alles aus dem Kopf, Bruder, ich brauche nichts. Okay. Ach, alle Themen, über die ich rede, ich brauche keine Quellen mehr. Bruder, Gott hat mich gesegnet, ne? Ich kann nicht meine Telefonnummer auswendig, Bruder, aber ich kenne zwei Millionen von denen auswendig. Ich muss immer noch nach meinem eigenen Handy noch mal gucken. Gott hat mich nun gesegnet mit Hadithen. Was soll ich machen? So, Herr, guten Morgen. Guten Morgen, guten Morgen. Ich habe eine Karte gekauft. Boah, dich hört man sehr schlecht. Man hört dich nicht. Du hast gesagt, Leute, ich muss mal kurz telefonieren. Das war tatsächlich dieser Geräusch vom Urban, liebe Leute. Also jetzt, Leute, jetzt ist er kurz weg. Liken, liken, liken. Wir sind bald bei 20.000 und das geht dann schnell. Ja, ich kann ja weiterreden. Wie gesagt, liebe Muslime, schlagt einfach den Koran auf. Allein das Sura 65, Vers 4 mit dieser Kinderheirat, kleine Kinder zu heiraten, das ist, das sagt schon eigentlich alles aus. Und ja, und noch viele andere Sachen. Ich meine, wenn wir tatsächlich in die ganzen Hadithen reingehen, es wird sogar erlaubt, dass man wirklich Schwestern heiraten darf, Mütter, das ist eine Katastrophe, liebe Leute. Der liebe, ich glaube, das war Rob Christian, der hat das gebracht. Ich habe leider die Sachen nicht aufgeschrieben, aber ich werde ihn anschreiben und auch diese Sachen dann auch bringen. Das ist eine Katastrophe. Widersprüche, lieber Beis, ohne Ende. Das ist ein Fakt, ja. Widersprüche ohne Ende, tatsächlich, ja. Ich meine, wenn wir allein das Prophetentum betrachten sollten, ich meine, das sagt ja schon der Koran aus. Ich glaube, das ist die Sarah, Gottes Segen, guten Morgen. Ich meine, allein die Sura 29 war das, glaube ich. Vers 27. Das entlarvt schon den Mohammed als Nicht-Propheten. Es ist ganz einfach. Sura 29. Wir lesen es ganz kurz vor. Vers 27. Ganz kurz, Leute, gestern haben wir es auch ein bisschen vorgelesen. Da waren zwei Jahils hier oben bei uns und die haben es nicht begreifen wollen. Ich meine, lasst, genau. Und wir schenkten ihm es Haab und Jahob und richteten unter seiner Nachkommenschaft das Prophetentum und die Schrift ein und gaben ihm seine Nun im Diesseits und im Jenseits gehörte für wahr zu Gerechtschaffenen. Wir sehen hier klipp und klar, klipp und klar, hier, dass der Prophet Mohammed, der quasi-Prophet Mohammed, nicht aus dieser Linie kommt und somit kann er auch kein Prophet sein. Ein Mann. Entschuldige, Bruder. Sao Suhar, man hört dich nicht. Ich muss nicht raus. Hallo an die nicht-christlichen Geschwister. Gottes Segen, Sarah. Sarah, ich bin gerade richtig sauer. Ich war ja gerade oben in einem Stuhl von Freikirchen. Und die haben so herablasend über die heilige Jungfrau Maria gesprochen. Nein. Leute, 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 Sarah, nicht, nicht, nicht. Bei mir geht es um Islam-Content. Nicht über Freikirchen, nicht über... Lass, bitte, egal. Aber die heilige Jungfrau Maria beleidigt. Schreib bitte mit Aram privat an. Wer was gesagt hat, ist egal. Leute reden alle von Ihnen. Ich kenne das alles. Ich verfolge das ja auch. Also von daher, ich bin unterwegs und höre mir die Leute an. Ich weiß, wer was sagt. Danke, aber... Aber warum beleidigen die heilige Jungfrau Maria? Sie war eine Sünderin. Weil sie eben fehlgeleitet sind und Gott helfe denen wieder, zum richtigen Weg zu kommen. Sarah, es gibt acht Milliarden Menschen auf der Welt. Wenn wir jetzt hören würden, was ihr da sagt, dann müssen wir uns damit beschäftigt sein. Nein, ich bin nur so kopiert. Konzentriere dich auf dich, auf deine Gedanken und lass da alles machen. Ja, aber ich bin ja nur so kopiert. Wie gesagt, der liebe Urban hat es schon klar und deutlich gesagt. Es sind acht Milliarden und es sind sehr viele Menschen, die wo einfach eine falsche Ideologie verfolgen und es sind sehr viele fehlgeleitet. Wir können leider Gottes nicht alle auch bekehren und gerade wegen. Wir versuchen natürlich nach bestem Wissen und Gewissen durch die Lehre unseres Herrn Gottes, durch die Bibel auch, diese Leute zu widerlegen, dass sie vielleicht auch zum richtigen, zum wahren Weg wieder zurückfinden. Urban, ein Moslem hat gestern gesagt, dass Jesus angeblich Tabak konsumiert hätte. Ja, das haben wir doch gerade gehabt. Wenn jemand zu dir sagt, dann fragt wo. Dann fragt wo und wenn er es sich zeigen kann, dann... Wie kommt die denn jetzt auf... Das ist bei mir ja aber neu. Ist keine Ahnung. Leute, ich muss immer sagen, mein Thema ist Islam content. Ich will mit Muslim debattieren. Ich muss sagen, ja. Und äh... Ich weiß auch, wen du meinst, Sarah. Also ich weiß es. Ich weiß, wie es solche Sachen von sich gibt und welche Leute das... Ich weiß ja, dass ich ja erst wieder zum Glauben gefunden habe. Und für mich ist ja alles noch ein bisschen Neuland. Und dann hält ich mal da, mal da so und... Sarah, halte dich an Aram. Es gibt... Aram ist einer der intelligentesten Menschen auf TikTok. Wahrscheinlich der Normalzieher. Einer der ältesten und er hat die meiste Erfahrung. Und das beste Wissen. Halte dich nur an Aram, wenn du Fragen hast. Bessere Aufklärung bekommst du nicht. Auch von mir nicht. Auf keinen Fall. Vielen lieben Dank, lieber Urban. So gut wie ich nicht. Ich versuche einigermaßen den Geschwistern beizustehen, so wie sie auch mir helfen. Und das ist auch richtig so. Liebe Freunde, wir unterstützen uns alle gegenseitig. Keiner von uns ist besser als der andere. Wir sind lieber... Wir sind alle Geschwister in Christus. Guten Morgen, Alexander von der Segel. Guten Morgen, liebe Leute. Von daher, liebe Leute, wie gesagt, ich bin auf keinen Fall besser oder gelehrter wie einige Leute. Es gibt so viele wunderbare Christen. Gott sei Dank. Und deswegen stehen wir uns einander bei, liebe Leute. Zusammen sind wir gut. Zusammen sind wir stark. Zusammen können wir vieles bewirken. Auch durch unsere Gebete natürlich. Danke, Herr Urban, aber bitte. Alle Ehre dem Herrn. Wie gesagt, ich bin einer der Kleinsten. Absolut. Danke. Aber der hat Recht, Sarah, falls wir diesbezüglich etwas begreifen sollten. Sie können uns natürlich entweder privat oder in meinem Live dazu zu mir kommen. Sie können diese Sachen dort gehen. Dass natürlich viele von uns auch nicht verrückt werden. Danke, aber Sarah. Jeschua, bei mir gibt es keine Spaltung. Ich liebe alle Christen. Ich habe noch nie gespaltet. Bei mir gibt es sowas nicht. Ich akzeptiere jeden Christen. Aber ich bin orthodox und ich gehe in die Kirche und ich liebe meine Kirche. Aber trotzdem, ich akzeptiere alle Christen, weil in der Bibel steht, wer glaubt, dass Jesus ins Fleisch gekommen ist, der ist errettet. Ich habe ein paar Sachen auch nicht vergessen. Auch wenn wir das Glauben aber trotzdem gegen die Heiligen und die Mutter Gottes schießen, dann tun wir uns definitiv vom wahren Weg entfernen. So sagt es auch die Bibel, auch die Heiligen. Oder das sind ihre Sünden. Das sind ihre Sünden. Damit müssen die klarkommen. Also ich bin ja kein TikTok-Anwalt, der jetzt jeden rennt und sagt, warum hast du das gesagt? Hat er gesagt, du musst dann vor Gott recht werden, nicht vor mir. Absolut. Und diesbezüglich gibt es ja, glaube ich, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo in der Bibel, die Sachen kenne ich nicht alle auswendig, aber es besagt, wenn jemand einen meiner Gläubigen vom Weg abbringt, ihm wäre es besser, wenn man einen Mühlenstein um seinen Hals gewickelt hätte und ihn ins Tiefste Meer versenkt würde. Das wäre ihm sogar besser, als dass er einen, sagen wir mal, erre leitet von den Gläubigen. Weißt du vielleicht, wo das steht? Lieber, Urban, weil du kennst ja auch ein bisschen die Bibel oder die lieben Geschwister hier. Ich kenne das nicht. Ich weiß nicht, wo das steht. Doch, doch, das ist definitiv. Definitiv. Jesus Christus sagt das klipp und klar, wenn einer einen irreleitet vom richtigen Weg, der irreleitende, dem, der ist besser, wenn ein Mühlenstein um den Hals gewickelt bekommen hätte und ins tiefste Meer versenkt wäre. Also unsere lieben Leute hier sehr viele maßen sich vieles an, dass sie meinen, sie kennen die Heilige Schrift, weil sie ein paar Verse und Kapitel gelesen haben. Aber die tun sich versündigen gegen unseren lieben Herrn und Gott. Ja. Guten Tag. Samet. Samet. Gottes Segen. Ich habe eine Frage. Ja. Da steht oben, Überzeuge mich vom Islam und gewinne ein Universum. Ja. Warum musst du denn überzeugt werden? Weil ich so viel über den Islam höre. Und ich möchte einfach den Muslimen eine Chance geben. Ja, der Aram überzeugt mich gerade vom Christentum und ein Muslim kann mir vielleicht den einen Argument geben für den Islam, wo ich sage, ja okay, das ist die einzige schwache Religion. Ja, aber entweder bist du überzeugt und du glaubst oder du hast halt Pech gehabt. Da muss kein Mensch kommen, der dich jetzt überzeugt. Nein. Okay, okay. Und warum steht im Koran, bekämpfe die Menschheit so lange bis Ilaylala Ilaylala sagt? Warum sagt nicht Allah Pech gehabt? Ja, immer eure komischen Argumente, die ihr dann immer auspackt. Ich habe dir eine ganz normale Frage gestellt. Ja, ich antworte doch. Also frag mich jetzt nicht, warum da dies und warum da das wieder steht. Wie gesagt, entweder du glaubst oder du hast halt Pech gehabt. Deine Entscheidung. Ja, aber warum sagt das Allah nicht? Es muss kein Mensch kommen und sich nur überzeugen. Warum bist du höher als dein Gott? Nein. Entweder glaubst du oder du hast Pech. Ja, aber wo steht das in deiner Religion? Wo steht das in deiner Religion? Es muss da nicht stehen. Die, die glauben, die glauben und die, die ungläubig sind, die werden immer ungläubig sein. Punkt. Mohammed hat gesagt, bringt sie in Ketten zu mir, sodass sie den Islam annehmen. Und jetzt kommst du und sagst, ja Pech gehabt. Ja, du hast Pech gehabt. Ja, dann steht aber nirgendwo bei dir. Richtig. Du hast Pech gehabt. Ganz einfach. Aber warum sagt dein Gott nicht Pech gehabt? Warum sagt dein Gott die Ungläubigen weniger als die Tiere? Ihr macht euch selber lächerlich? Jeden Tag. Ich hab was dazu gesagt. Du hast dich nicht gerade lächerlich. Nimm es an oder lass es sein. Tschüss. Hahaha. 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 Er sagt einfach, ja Pech gehabt, bin kein Mutl mit Pech gehabt. Ja, Chalas. Chalas, warum muss man mich dann bekämpfen? Warum sagt Allah, bekämpfe sie? Warum sagt Mohammed, bringt sie in Ketten zu mir, sodass sie den Islam annehmen? Ja, es gibt halt viele neue Propheten hier unterwegs. Viele neue Propheten. TikTok hat nur Propheten. TikTok ist voll mit Propheten. Also in Al-Azhar, wenn das einer von euch sagen würde, ich glaube, der wäre nie wieder aus Ägypten rausgekommen. Geschweige vielleicht nicht. Ah, Aham, apropos Al-Azhar, ne? Bei mir im Live war ein Italiener, der ist zum Islam konvertiert. Ich gebe euch das mit Ketten gleich. Der ist zum Islam konvertiert, ein Italiener. Er kann ja kein Arabisch. Ich zeige ihnen, dass die Al-Azhar-Universität erlaubt, Menschen, die die Religion verlassen zu essen. Weißt du, was er zu mir sagt? Ja, die Al-Azhar macht auch Fehler. Schade, dass das keiner... Die Leute nehmen das auf, aber das hat keiner aufgenommen. Oh mein Gott, also den müsste man nach Al-Azhar bringen und dann soll er es dort sagen. Ja, ich habe gesagt, ruft da mal bitte an. Sagt hier, ich bin italienischer Komitee, ich spreche kein Wort Arabisch und bitte korrigiert mal. Genau. Ich glaube, den hätten sie sofort zum größten Propheten erhoben. Ich lese mal ganz kurz diesen ganz kleinen Vers aus der Bibel, Matthäus 18, Abvers 6. Wer einen von diesen Kleinen, die an mich glauben, zum Bösen verführt, für den wäre es besser, wenn er mit einem Mühlstein um den Hals im tiefen Meer versenkt würde. Wehe der Welt mit ihrer Verführung. Es muss zwar Verführung geben, doch wehe dem, der sie verschuldet. Also klipp und klar. Und hier verstehen sehr viele, dass Jesus die Kinder damit meint. Er meint nicht die Kinder, er meint die Glaubenden. Ein glaubender Christ wird damit gemeint, meine lieben Freunde. Ja. So, Leute, die den Hadith haben wollen, wo Mohammed gesagt hat, bringt sie in Ketten, da steht in Sayy al-Bukhari 4, 5, 5, 7. Da hat Mohammed gesagt, bringt die Ungläubigen in Ketten zu mir, sodass sie den Islam annehmen. Ja, da hat Mohammed nicht gesagt, ja, da habt ihr Pest gehabt. So, Punkt, Strich, Eil. Ja, aber dieser Hadith, der ist nicht akzeptabel, der ist ja von Sayy al-Bukhari. Bruder, warte mal, warte mal, ich muss mal kurz reagieren. Punkt, kannst du sprechen? Bruder, ich muss die Fragen auch haben, weil wenn die hier oben melden, wird das direkt angenommen. Du hast recht, absolut. Wenn sie nicht kicken, ne? Deswegen, wenn sie nicht reden, ich kicke die mal sofort. Ja, hast recht. Ja, wie gesagt, in Sayy al-Bukhari 4, 5, 5, 7, sagte Mohammed, ihr Muslime, ihr seid wahrlich die besten Menschen, die Allah geschaffen hat, ne? Somit, es gibt keinen Rassismus im Islam. Und er hat gesagt, bringt die Ungläubigen in Ketten zu mir, sodass sie den Islam annehmen. Das ist der freie Wille im Islam, den es nicht gibt. Ja, das ist Wahnsinn. Heute, guck mal, 30 K. Sehr schön, jetzt ja komm, dazu brauchen wir auch nur 5 Minuten. Aber lieber Urban, wie kann das sein, dass ein Gott Menschen, bevor sie überhaupt erschaffen wurden, dass sie für die Hölle, dass er sie für die Hölle erschaffen tut? Wie kann das sein? Ja, weil die ja keinen freien Willen haben, ne? Er sagt ja 50.000 Jahre, bevor er dich erschaffen hat, hat er dich schon als Sünder erschaffen. Es ist doch krank, oder? Ja. Samet? Ja. Ja. Ich will mich noch mal kurz zurückmelden. Ja. Also was ich nicht verstehe, du willst hier anscheinend, du erweckst ja den Anschein überzeugt werden zu wollen. Ja, aber ich möchte ja nicht angelogen werden. Ich möchte ja nicht angelogen werden. Ich möchte ja nicht angelogen werden. Darf ich aussprechen? Ja. Darf ich aussprechen? Darf ich aussprechen? Darf ich aussprechen? Ist doch nicht so schwer. Wird ja nicht im Kindergarten, ne? Also, du erweckst dir den Anschein überzeugt werden zu wollen, bist aber trotzdem in einer Tour am Hetzen und versuchst dir immer wieder negative Argumente rauszubringen. Was soll das? Ich möchte überzeugt werden, nicht angelogen werden, ich hetze nicht, sondern ich habe alles, was ich gesagt habe, habe ich auch genannt, wo es steht. Und ich habe auch die Quelle dazu gesagt. Ja, warum nimmst du denn immer nur Negativbeispiele, wenn du überzeugt werden möchtest? Weil, wenn ich eine Religion angehöre, weil es gibt ja nicht halbschwanger, ne? Entweder nehme ich diese Religion oder ich nehme sie nicht. Und wenn ich diese Religion nehme, dann muss ich auch die negativen Punkte ansprechen, weil die negativen Punkte gehören genauso zu Religion wie die guten Sachen. Und ich muss diesen Gott hinterfragen, der sagt, bringt sie in Ketten zu mir und du sagst Pech gehabt. Ja, wo steht dieses Pech gehabt? Dazu habe ich gar nicht Pech gehabt gesagt. Nein, nein, nein. Du hast gesagt, entweder kein Muslim oder Pech gehabt. Legt mir nicht Wörter in den Mund, die ich nicht gesagt habe. Leute, hat er nicht gesagt Pech gehabt? Leute, du redest mit mir. Ich habe dir weder einen Hadith noch irgendwas anderes genannt. Ich habe... Als ob ich mit Geisteskranken rege. Er kommt zu mir und sagt Pech gehabt. Ja, da hat er gesagt. Er sagt, legt mir nicht die Wörter in den Mund. Ja. Ich kann... Oder Akele Haram. Entschuldigung nicht mehr. Ich habe keinen Nerven. Ich bin doch nicht hier. Dings da. Sorgen-Telefon für jeden, der aus der Klinik entflohen ist. Oban du Hetzer. Ich sage nur, es sei Al-Bukhari steht, dass man sie in Ketten bringen soll. Oban habe ich gehetzt? Das ist eben das Problem, liebe Leute. Wenn wir aus den Schriften zitieren, heißt es, ihr seid Hetzer. Wenn wir auswendig die Sachen können und sie zitieren, heißt es, ihr seid Hetzer. Ihr wisst gar nicht einmal, was für eine Bedeutung Hetzen hat. Hetzen heißt im Grunde genommen, Lügen über jemanden zu verbreiten, damit die anderen diesen jemanden, sagen wir mal, nicht mögen und sich distanzieren. Das ist eine Hetze. Aber wenn man aus den Schriften zitiert, das ist nun mal keine Hetze. Dann ist diese Schrift, die wo Hetzen tut. Der eine, der schreibt, der suchende Urband. Du bist ein Jahil. Du kannst nicht mal meinen Namen richtig schreiben. Und ich habe dir zweimal eine Einladung geschrieben. Trau dich doch mal hoch. El Ninjo, kannst du bitte sprechen? Ja, du bist kein Mann, weil du mich runtergeschmissen hast. Das ist nämlich die Wahrheit. Da du die Wahrheit nicht abkannst, musst du mich rauswerfen. Das sind Leute, die du wirklich abkannst. Er sagt Pech gehabt. Ich sage, du sagst Pech gehabt. Er sagt, das habe ich nicht gesagt. Du legst mir Wörter in den Mund. Als ob wir alle hier Alzheimer haben. Ey Leute, bitte. Das sind die Kari. Also ihr seid wirklich fehlgeleitet. Das ist nicht normal. Ich möchte einfach reden, Leute. Ich will nicht euer Psychologe sein, bitte. Ich bin kein Psychologe. Ich habe diese Ausbildung nicht. Ja. Ja, aber warum hast du das nicht, lieber Urmann? Du solltest eigentlich das auch lernen müssen. Damit du hier... Katastrophisch. Neulich war interessant, ein Muslim sagt, er studiert Psychologie. Er werde sich dann trauen, wenn er das Studium beendet hat, die Psychologie vor seinen Propheten mal auf dem Sitziertisch zu packen. Okay. Wow. Ja, wenn man schon das Studium macht. Ob man dann noch ein Muslim bleibt. Wenn man dann diesen Hass, den er auf seine Mutter hatte, die Projektion auf die Frauen, der Frauenhass, sein erfundener Allah, seine zweite Persönlichkeit, diese Persönlichkeitsstörung, die er hatte, wo er sagt, mal mit Liebe, mal mit äußerster Gewalt. Ob er das alles mal psychologisch analysieren würde, dafür braucht man kein Studium. Ja, Bruder, aber mit Studium kannst du es halt mit Fachwörtern belegen. Ja, ich kann das jetzt so frei heraus sagen. Er war halt nicht gesund im Kopf. Aber er kann ja sagen, ja, der Mohammed lädt unter einer kognitiven Dissonanz und diese Projektion und so weiter und so fort. Wie heißt dieses Syndrom, wo man das Problem mit der Mutter hat? Stockholm-Syndrom, das mit der Katze, wie heißt das? Oedipus, genau, Oedipus, genau, 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 genau. Also kognitive Dissonanz mit einer Oedipus-Störung, weiter, 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 aufgrund von Traumata in seiner Kindheit, dass sein Vater ihn verlassen hat und seine Mutter mit vier Jahre lang schwanger war. Islamisch gesehen dauert die Schwangerschaft vier Jahre. Ja, aber lieber Uman, weißt du, wir dürfen auch eins nicht vergessen, wir müssen das auch beachten, damals waren ja die Zeiten ein bisschen anders, weißt du? Oedipus-Störung, Oedipus-Störung. Ja, aber vier Jahre. Neulich haben Muslime in ihrem Life darüber gelacht, dass in unserer Bibel steht, dass die Schwangerschaft zehn Monate dauert. Aber früher hatten das Jahr 13 Monate, weil sie 29 Tage gezählt haben oder 28 pro Monat. Und wenn du das so zielst, kommst du auf 13 Monate im Jahr. Früher war das so. Deswegen steht in der Bibel zehn Monate. Aber es gibt trotzdem noch Fälle, wo es zehn Monate dauert. Auch bei meiner Frau hat es mal ein bisschen länger gedauert. Aber bei ihnen steht vier Jahre. Was machen wir mit vier Jahren? Ja, wie gesagt, lieber Uman, das spricht für Mohammed und für die Islamisten. Damals waren andere Zeiten vorgegeben und der eine hat halt nur zehn oder elf oder zwölf Monate drin geblieben. Und er war halt drei, vier Jahre, sogar vier Jahre und neun Monate, glaube ich. Hier, Karl Miloku Amina, Amina, die Mutter vom Prophet Mohammed, war mit ihm vier Jahre schwanger, weil sein Vater vier Jahre vor der Geburt von Mohammed gestorben ist. Vier Jahre. Und man wollte jetzt nicht sagen, dass er keinen Vater hat. Deswegen hat man seine Schwangerschaft auf vier Jahre erhöht. Lieber Urban, kennst du den Babu Ex-Muslim? Ja, Bruder, hast du mich schon gefragt, ja. Also das ist eine Maschine in Sachen Islam. Der sagt sogar heute noch, ist es bei denen so, wenn einer zum Beispiel auf dem Tag ist, ein paar Jahre oder irgendwo im Krieg, was weiß ich, seine Frau wird schwanger. Genau. Und seine Frau wird schwanger. Er darf dieses Kind nicht ablehnen. Es heißt, es ist definitiv von dem. Genau, weil vier Jahre, Bruder. Weil die Schwangerschaft bei dem vier Jahre dauert. Oder Muslime auf TikTok. Muslime von auf TikTok sind alle Atheisten. Ich habe noch nie einen gläubigen Muslim hier getroffen. Das sind alles Atheisten. Richtig. Jeder leugnet seine, und sie lachen über Sachen bei uns in der Bibel, die nur ein Prozent sind von dem, was sie haben. Nur ein Prozent. Das Problem ist ja noch anders, noch viel größer. Ich meine, diese quasi Probleme, wo sie als Probleme deklarieren in der Bibel, die sagen nichts aus. Also von daher, das sind gar keine Widersprüche oder Probleme. Wir haben keine Probleme in der Bibel. Ich weiß. Damals, wo Mose befohlen wurde, die Amalekiter oder diese oder jene Völker zu bekämpfen, das war eine klare Botschaft von Gott. Weil sie zu viele Gräueltaten begangen haben gegenüber Gott und die Menschheit. Und nicht einfach so. Und er hat es auch bewiesen. Mal eine Frage. Wie lange hat die Amalekiter Zeit gehabt, sich zu bekehren? 400 Jahre. 400 Jahre, ja. Wie viele Tage gibt die Allah Zeit, um zurückzukommen? Drei Tage. Drei Tage? Drei Tage? Ja. Und dann kommen sie mit Amalekiter? 400 Jahre gegenüber drei Tagen? Ja. Richtig. Über 400 Jahre, ja. So sagt es die Heilige Schrift. Absolut. Aber sie haben nochmal ein Riesenproblem. Die meisten von denen sagen, ja, ihr wisst ja, wir lieben auch Jesus. Aber, hey, liebe Leute, ich meine, tut es euch nicht selber belügen. Wenn ihr Jesus lieben würdet, dann würdet ihr seine Schrift in die Hand nehmen und darin lesen und tatsächlich darüber nachdenken, was mehr Sinn macht. Ganz einfach. Haram, Jesus glauben, an Jesus glauben oder an Jesus glauben ist ein Unterschied. Sie glauben an Isa, aber sie glauben Isa nicht. Richtig. Weißt du, was ich meine? Richtig. Das ist ein riesen Unterschied. Lieber Urban, absolut in der Sure 2, Vers 87 glaube ich, ist es. Was sagt hier der Koran über Jesus? Was sagt er da? Kennst du die Sure? Welche? Sure 2? Sure 2, Vers 87. Was sagt die Sure über Jesus? Wenn du mir sagst, wie du die Sure anfängst, kann ich dir vielleicht sagen, was du zu bestellen. Sure 2, Vers 87. Und wir gaben bereits Musa die Schrift und ließen nach ihm die Gesandten folgen. Und wir gaben Isa, dem Sohn Marians, die klaren Beweise und stärkten ihn mit dem Heiligen Geist. Mit dem Heiligen Geist. Lies mal bitte Sure 58, Vers 22. Ich glaub das nicht. Und die Wolken hat jetzt. Und wirklich in jedem bestimmten Dingen, wie sie mit Johannes seine Worte hinterlegen wollte, wenn man ein bisschen weiter liest, kennt man und Isabel sagt, es ist noch nicht so gut. Bruder, man hört Opa richtig laut. Sag doch, der fickt das mit rein Burak. Ah ja, der hat sich jetzt gestummt. Bist du Mod Base? Ja. Sind Leute, die hoch wollen? Ich hab keine Vollrechte. Ich kann nur stummen. Stummen, Fragen stellen, das war's glaub ich. Ja Leute, ich hab schlechte, äh schlechte Straße, aber ich bin gleich wieder auf der Autobahn. Da wird's leise. Ähm, nein Bruder, es sind keine Leute, weil bei mir kommt nur Leute wie Lebe zum Chara gerade mit seinem Fake-Account. Die kommen hoch, aber normal kommen die nicht hoch. Warum kommen Lebe zum Hadif nicht mit seinem echten Account hier hoch? Äh, das war ja, ne? Ja, das war aber ein Account von seinem Freund. Ja, ja, die waren zu zweit, das war Lebe zum Chara. Oder sie trauen sich nicht mit dem echten Profession hier, warum nicht? Ja, ja. Ja, ja. Vor allem Lebe zum Hadif, der ja überhaupt kein Bibelwissen hat, ne? Das ist ja... Aber da sind's halt, ne? Das war aus dem, äh, 101 Widersprüche. Ich weiß, ja Bruder, ich weiß. Aber ich, ja Bruder hat, äh, Vereintes Christentum hat sehr gut geantwortet. Gott sei Dank. Oder Vereintes Christen hatten sogar zweimal auf die gleiche Frage geantwortet. Und sogar sehr, sehr gut erklärt. Guck mal, sie wollen ja keine Antwort. Sie kommen ja nicht wegen der Antwort. Sie kommen nicht wegen der Antwort. Sie kommen nur, um das Christentum zu diffamieren. Ja? Sie kommen, sie kommen einfach mal auf der Welt. Leute, Leute, vernimmt euch mal wie Menschen. Es gibt Menschlichkeit. Deswegen bin ich so wütend geworden am Ende, und habe gesagt so, jetzt erklären mir mal, warum dürft ihr Menschen essen? kann die wahl aber das was hat franz küssen hat das war wirklich sehr gut erklärt dass man sich auch einfach merkt und leicht versteht das muss ich mir auch merken die sache ist willst du eine antwort oder das ist die gleiche frage und wird nicht mal so aron hat ja richtig gut geschrieben weil sie wollen ihren müll loswerden und wir sind halt keine müllhalde sondern wir haben die fragen ich habe die frage das ist my life ich will euch fragen stellen ich habe unangenehme fragen ich möchte immer noch wissen warum erlaubt gott und warum erlaubt der mädchen michael arbo ja okay das ich habe dich runter genommen weil man private gespräche bei den gehört hat ja komm wieder hoch weil ich konnte dich nicht stumm schalten und vielleicht hört man was was man nicht hören sollte wie lange schlimmst du noch oder ich habe noch drei stunden da bin ich warte ich würde egal wenn ich zu mithören konnte das macht doch nicht gut nein bruder das stört im stream alles gut tatsächlich lieber adikt hat du hast hier was geschieht ich habe das wirklich nicht verstanden kannst du mir das nochmal bitte erläutern ist nabu ist nabu ist nabu haben die angst das verstehe ich wirklich nicht oder versteht sie das jungs nein und dann fahr wieder zurück nach drei stunden ich drehe mich wieder auf den selben weg zurück leute da müsst ihr mich auch gut bezahlen ja nabu ist ein wissen 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 der priest wie sah der mit dieser habe ich wirklich mal mitarbeiter gelegt das ist ja heftig ja man hat ihn aber nicht so ich bin kein wissen da wirklich nicht aber danke leute hört man bitte auch mit den geschenkten mann ich muss gar nicht mehr arbeiten er will dass ich zurück fahre jetzt muss ich aus aus wegen schlechten gewissen zurückfahren adam grüße dich gott segne dich was würde ich denn hier her adam kick den bitte man hört ja nicht ja aber der rede dir wenn er nicht redet dann soll er raus genau weil nicht dass er irgendwas da der ist nicht raus jetzt sammlich mein stream wieder gehackt er ist ich habe nicht geschafft ihn zu kicken ich hätte schnell kicken ist schaue war ich war ich am ende dann dann gehe raus warte ich guck mal ob ich ihn hier finde vielleicht kann ich mir bekämen ja ja guck mal ob in den zuschauern das kummer war damit drin ist dann sperr den direkt aber die machen das so irgendwie dass man sie gar nicht mehr findet ich bin mir denn nicht unsere daten nicht aber er kann jetzt musik abspielen dann machen wir so danach die machen wir werden groß modus und da ist der modus Ich gebe dir gerne Motto. Vereintes Christentum. Ich weiß nicht, wer das ist. Ich kann den auch. Aber mir soll zu fallen, dass Liebe zum Kadir null Wissen haben. Gar kein Wissen, Bruder. Gar kein Wissen. Gar kein Wissen. Gar kein Wissen. Gar kein Wissen. Es ist Anatoly, du weißt, ich glaube, du kennst ihn, oder? Ja. Aber nicht nur den Wissen. Aber nicht nur die Wissen. Aber nicht nur die Wissen. Ich habe keine Wissen. Ich habe keine Wissen. Ich komme nicht gut. Ich gebe dir nicht nur die Wissen. Jesus ist Gott, Jesus bleibt Gott, ob die das widerlegen oder nicht, ob die denken, dass sie das widerlegen können. Der Islam behauptet, das letzte Update zu sein, es behauptet, dass die Bibel verfälscht ist, angeblich was bei ihm nicht so drin steht. Und der Islam ist in der Beweispflicht. Deswegen müssen wir uns diese Religion von oben bis unten angucken. Alle Aspekte, alle, nicht nur das Gute, sondern das Böse, Gift, Gift, das ist wie Gift, das ist nicht viel Gift, das ist so tropfenweise Gift, verpackt im Kuchen. Guck mal, wir haben so viele schöne Sachen, aber trotzdem, du wirst vergiftet, langsam. Das ist der Islam. Ich lese den Koran bis in Gift, bis in Wahrheit. Ich habe wirklich bis jetzt nicht mal eine schöne Sache in Koran gefunden. Zum Kapitel, zum Kapitel wird schlimmer, nichts passt zusammen, wer es macht, wird es auch nichts zusammen. In einem Vers reden sie über Allah und im nächsten Vers geht von Bunga Bunga. Ich habe es auch zu einem Freund gesagt, ich meinte, warum ist der Koran so miteinander. Das kann doch nicht von Gott sein. Er meinte, doch, er ist von Gott, also wir sagen, er ist von Gott, weil man ihn nicht verstehen kann. Gehirnnutzer, wir haben gelesen. Danke. Ich bin schon bei, ich weiß nicht, bei Alpacar oder mehr, so. Leute, seid ihr mir böse, wenn ich euch runternehme? Nein, alles gut. Weil da kann ich ein bisschen Chorosten mit anderen Leuten, weil das kann ich jetzt nicht machen, wenn ihr drinnen seid. Ja, okay. In Gottes Segen noch. Wenn ich Fragen habe, die ich nicht antworten kann, würde ich mich trotzdem freuen, wenn ihr hochkommt, ja? In Gottes Segen. In Gottes Segen, bis gleich. Aaron, bitte entschuldige. In Gottes Segen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, wir gucken, ob Arif wieder kommt, Arif der Professor, ja, Diktok-Professor. Arif ist geflüchtet, ne? Der hat Angst vor einer richtigen Debatte. Oban, denkst du, dass ich da Angst habe? Ich habe von niemandem eins gelaufen. Arif, ich weiß doch, dass du keine Angst hast. Also, was haben wir gesagt gehabt? Die drei Sachen haben sie als Quelle genommen. Darüber haben sie ganze Geschichtenbücher und alles Mögliche geschrieben. Wenn ich mal erzähle, also viele haben schon bestimmt Aristoteles gelesen, seine Leben und so weiter. Vergleich mal bitte mit Prophet Mohammed und Aristoteles, seine Leben. Das ist so ähnlich unglaublich. Da wundert die ja schon. Du sagst, das Leben von Aristoteles und Mohammed ist ähnlich. Das Leben von Zarathustra und Mohammed ist auch ähnlich. Die Offenbarungsgeschichte von Mohammed und Mousselima ist dieselbe. Wo willst du anfangen? Nein, 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 nein. Die leben. Die leben. Komplette Leben. Also als Kindheit stirbt der sein Vater und Mutter und so weiter. Der zieht sich irgendwo anders rum. Der geht so zu einem Priester, der sagt, er muss studiert werden. In Hölle, ne? Die sind Priester. Ah. Das sind so ähnliche Sachen glaubst du selber nicht. Und der heiratet mit der erste Frau, äh, die älter als ihm und so weiter, ey. Musst du ja lesen. Unglaublich. Ich werde das auf jeden Fall lesen. Leute, 50k Likes weg. 50k Likes hatten wir geschafft zusammen. Gott sei Dank. Du bist so ärgerlich. Gott sei Dank. Du bist so ärgerlich. Gott sei Dank. Weißt du, wer bei mir oben war? Mit seinem Fake-Account? Liebe zum Pfarrer. Liebe zum was? Liebe zum Bürgergeld. Liebe zum Bürgergeld. Liebe zum Bürgergeld. Der war hier mit seinem Fake-Account. Die trauen sich mit dem echten Account nicht her, ne? Mit dem Fake-Account waren die bei mir. Scheiße. Der hat eine Anfei gekassiert. Der konnte mir nicht erklären, der konnte mir nicht erklären, warum sie Menschen essen dürfen. Warum sie abtrünnige Frauen und Kinder und Menschen essen dürfen. Doch, doch, die waren zu zweit, Jesaja. Die waren zu zweit. Die waren zu zweit. Der eine war Liebe zum Kader und der andere war jemand anders. Was? Oder war das nicht so? Es klang genau wie seine Stimme, heißt zu eins. Schreib mir mal rein, was denkt ihr? Ja, auf jeden Fall. Und er hat zugegeben, dass die Babys heiraten dürfen, ne? Das waren zwei. Das waren zwei, richtig. Das waren zwei. Einer war er, eine andere war. Was ist die Sonne? Was ist die Sonne? Ist die Sonne von dem? Oder, äh, dieses Schenkelverkehr-Ding haben die Sunniten auch, ne? Das haben wir dann auch versucht, wir haben da auch eine Erklärung versucht zu kriegen, warum die dann mit Babys so was machen würden. Ach, Bruder, wieso musst du die Urlaub und Ur-Bahn? Ich geh runter, sorry. Ja, auch gleich runter. Ich geh runter, Ur-Bahn. Ich wollte nur kurz was sagen, Ur-Bahn. Ich bin arbeiten. Arbeiten. Wir sehen, Segen ab. Ciao. Ja. Allen Gottes Segen hier. Urban, ich wollte nochmal sagen, wie toll du das machst. Du bist eine Chance, dass die Muslime anhand von dir, ohne, ohne, sie geben sogar zu, dass da was nicht stimmt mit ihren Quellen, und damit es ihnen leichter fällt, ähm, zum Glauben, sag ich jetzt mal, zum Herrn Jesus Christus zu kommen. Da bist du wirklich eine Bereicherung. Du machst das so toll. Ach, Bruder. Alhamdulillah. Ich hab drei Ex-Christen zum Christentum wiedergebracht. Alhamdulillah. Echt? Ja? Ja, Bruder. Das ist echt wunderschön, die wieder zurück zum Glauben zu bringen. Ja, ja. Alhamdulillah. Das hast du sehr gut gemacht. Oder man muss denen einfach nur zeigen, hallo, sie dürfen mit Babys verkehren. Das reicht. Hallas. Was ist das für ein Gott? Babys. Und auch selbst im Koran steht. Rede, Bruder. Erzähl, Bruder, erzähl. Nee, nee. Erzähl, erzähl, erzähl. Bruder, es gibt selbst eine Sura 21, Vers 98 war das, dass wir Götzendiener, ja, die nicht Allah anbeten, die einen anderen Gott anbeten werden in Jahannam sein, und diejenigen, denen wir angebetet haben. Also laut dem Koran wird Isa in Jahannam sein. Wo steht das? Sura 21, Vers 98. Leute, kann das jemand bitte in die Telegram-Gruppe schreiben? Damit wir das mal haben für unsere Gruppe. Ja, Bruder. Er ist auf jeden Fall. Er ist jemand, der schreibt bei mir nur. Er war nur wie bei mir oben. Aber die meisten schreiben ja aus Unwissenheit, gell, Urban. Die meisten schreiben ja nur, weil sie es nicht kennen. Die schreiben aus Unwissenheit. Bruder, ich weiß es nicht. Kommt hoch. Bruder, ich bin der Einzige hier auf TikTok. Wirklich nicht unter die Christen. Der Einzige mit, im Vergleich zu den Muslimen. Ich debattiere alleine, und ich schneide keine Videos von den Leuten, und ich blamiere niemanden. Du bist ein toller Mensch, Urban. Ohne Spaß. Sag nicht toll. Sag nicht toll, Urban. Toll darf man noch sagen. Jesus ist gut. Ich habe eine Telegram-Gruppe. Also ich gehe wieder runter, Urban. Danke, dass du oben warst, Billy. Danke für die Schöne. Urban. Ja? Du bist doch alle. Wie bitte? Warte, du hast gerade gesagt, du debattierst alleine. Ja, ich debattiere doch alleine. Du warst, Abu Zubair war alleine oben, und du warst mit Christian, Rob und alle. Aber guck mal, wenn man leistet, ja. Warte, warte, wann war das denn? Warte, wann war das denn? Warte, wann war das denn? Vor ein paar Wochen. Ach so, du hast recht, ja. Ja, aber guck mal, wenn Rob Christian bei mir eine Anfrage stellt, ich würde ihn nie nicht annehmen. Rob ist die höchste Autorität in Borges Christen. Ja, allah billah. Rob Christian, Rob Christian ist neben dem Papst, neben der Sitz, neben dem Papst. Der kann nicht mal Arabisch, der Cahit. Wer kann nicht mal Arabisch, ich? Christian, Job. Ja, okay, okay. Das Problem ist, jeder zeigt Quellen, ob er die Quellen annimmt oder nicht. Aber keiner erfindet ja Quellen, ne. Die stehen ja halt da. Und Abu Zubair, guck mal, ich respektiere Abu Zubair, wirklich. Ich sage es vor meinen 55 Zuschauern. Ich drehe durch bei so viel Zubair. Abu Zubair ist ein sehr kluger, sehr wissender, intelligenter Mensch. Und ich habe ihn auch geschrieben, er ist bei mir immer willkommen für sachliche Gespräche. Fertig, ihr habt nichts gegen ihn. Er ist ein sehr guter Person. Ich mag ihn. Danke, danke. Dass du das sagst. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Danke, auf jeden Fall. Nein, da ist wirklich... Nein, ich bin färgen. Wenn es hier ist, ja... Oban, 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 Ja, oban, Ja, oban, Oban, Kuma, wir können ja einmal reden, inshallah, irgendwann, mit Abu Zubair, auf ganz normale, friedliche Art. Du hast Fragen über Hadith oder Koran oder was auch immer, dann wird er die inshallah die beantworten wir wollen ja natürlich kein streit oban du weißt doch und ich weiß gar nicht warum ich da war er mutter denn warum nimmst du hast du auf mich gesprochen und du hast als jahil gezeichnet warum warte mal warum natürlich für mich bist du ein murtad ok aber wann hab ich laana auf dich gesprochen ich weiß gerade ich meine wo du hochkommest hast du nicht gesagt salamu alaikum und du hast gesagt laana attullah dawa dhafo dhafo na ich meine aber davor du hast gesagt ja jahil ich habe gesagt ihr murtad zu dir aber für mich bist du ein murtad was bedeutet ich kann mal murtad was bedeutet mir warum bin ich ein götzendiener weil für mich bist du ein götzendiener für mich sind muslimer murtad ok warum bin ich aber ein götzendiener weil du einen stein küsst was weil du einen stein küsst weil du dich vor вопрос weil hier niederknießt für mich bist du ein murtad es ist ja meine meinung es ist meine meinung ich meine meinung bist du ein Aber warum warst du so respektlos davon aus mir? Warte, warte, du redest von respektlosem Leben. Dein Buch, das du folgst. Bruder, das Buch, allein das Buch beleidigt uns schon. Und du willst ihm sagen, bist du respektlos? Warte, 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 denkt ihr, wir werden Ungläubige in eurer Bibel zitiert. Ja, ihr seid Ungläubige. Ja, natürlich auch unsere Religion. Ja, aber warte, warte, wir werden nicht nur Kuffare in eurem Buch bezeichnen, sondern als Tiere und Schlecht und Geschwister. Warte, 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 hier. Wie werden wir Ungläubige genannt in der Bibel? Ich frag euch. Was? Wie werden wir Ungläubige genannt in der Bibel? Ich frag euch. Ungläubige, Ungläubige? Was? Was? Bring mal ein paar Versiche, wie du legst die Bibel. Ja, doch. Du hast die Bibel auf Kopf gelesen. Hä? Über Kopf hast du gelesen, ja. Auf Kopf gelesen? Hm. Da warte ich ruhig gleich. Er kennt seine Bibel nicht. Ja, ich kenn meine Bibel nicht. Ich bin ein Jerry. Oh, ja, ja. Ich glaub, meine Kopfhörer müssen mal geladen werden langsam. Ich muss mal tauschen. Jetzt kommt der Pferd und legt das Heilige nicht vor den Hunden. Hala, wenn ihr jetzt Fragen stellt, musst du auch Fragen bauen. Okay, erklär mal daran, erklär mal. Was denn? Du hast gerade irgendwas gesagt mit Heiligen und Dien. Ja, bring doch erst mal den Pferd, ich sag, du hast dein Pferd. Du kennst den doch, erklär mir den. Ach so, also meintest du den? Okay. Nein, ich nicht, aber erklär mir den, Jalla. Na, bring mal deinen Pferd, bring mal deinen Pferd. Erklär mir den doch. Bring doch mal deinen Pferd, nein, ich will deinen Pferd, weil du hast gar kein Pferd, ne? Ja? Hä? Du hast ja gar kein Pferd, dann bring doch mal deinen Pferd. Wie ist denn kein Pferd? Was? Wie ist denn kein Pferd? Du hast kein Pferd, wo ihr beleidigt habt. Sag du Allah? Dann bring mir doch, nein, ich darf nicht. Erklär mir doch den. Bring mir doch deinen Pferd. Nein, ich erklär dir erst, wenn du mir den Pferd bringst. Erklär mir den doch. Ich erklär dir erst, wenn du mir den Pferd bringst. Ja, guck mal, Ali Islam, lass mal fair machen. Du hast gesagt, es gibt so einen Pferd, bring den. Weil der Dauer, den er meint, ist komplett was anderes. Das hat jetzt nichts mit unserem Content zu tun. Aber warte, ich will erst mal das erklärt bekommen. Nein, nein, ich will erst das mit dem Pferd testen. Aber das hat nichts damit zu tun. Alles gut, das hat jetzt nichts damit zu tun. Du hast gesagt, wir werden beleidigt, da musst du mal zeigen, du. Ja, warte. Nein, 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 nein. Komm mal auf. Na ja. Bring du mir ein Vers, ich erkläre dir den, danach will ich dir auch eine Suche bringen und ich möchte, dass du dir erklärst. Was ist das für ein Gerücht, das ist von O-Bahn, der ist draußen im Auto oder so. Mach mal Matthäus 13, warte ich schreib das hier an, ich bin gestimmt. Oder schlag doch einfach auf, mach einen Skinshot oder lies einfach vor. Nein, ich schlag du selber auf, Matthäus, 13, 72, 13, 37 meine ich, 37, ich glaube das sollte das sein, das habe ich hier bei Lutis gehabt, nein, ich habe mich vertan, Job. Da steht was ganz anderes drin, da ist nichts, was du sagst. Lies doch vor. Ich weiß nicht, lies mal vor bitte. Jesus antwortet, der Bauer, der die gut sagt, ist der Menschensohn. Was, 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 was? Ja, guck mal. Du hast dich vertan mit dem Vers, ich bitte dich doch. Ja, ich frag, da stand, da steht in Klammern Unglaubigen, deswegen frage ich dich bei mir gerade. Hä? Von wo nimmst du das? Nimmst du das von der Safari-Webseite? Nein, ich habe das vor in der Notizen, da steht in Klammern Unglaubigen in diesem Vers. Das stimmt nicht, Matthäus 13, 37, 37. Ja, lies doch vor, was da steht. Ich, ich habe doch gelesen. Ja, okay, nochmal. Jesus antwortete, der Bauer, der die, der die gute, saate Erd ist der Menschensohn. Doch. Das steht da drinnen. Haben die PDF. Und ja, richtig, ja, Christine hat das reingeschrieben, das, was da drinnen steht. Scheiße, ja. Komm zurück, Habibe. Es gibt kein Fass. Es gibt kein Fass, Habibe. Es gibt kein Fass, Habibe. Ja, Leute, ihr müsst ihnen ja nicht helfen und ihnen die Ferse bringen. Ja, ihr seid ja auch schlau, mein Chef. Nein, Bruder, das, äh, 13, 27 ist auch ein ganz anderer Vers. Da steht ja, da steht ja auch nichts über die Unglösung. Da steht was ganz anderes drinnen. Komm mal zurück, Alislam, du wirst gleich runtergekickt, wenn du so lange weg bist. Ich glaube, Dauer guckt falsch. Nein, Bruder. Du hast gesagt, Ungläubige werden in der Bibel nur als Ungläubige betitelt, ne? Ja, bring mir mal die Ferse. Ja, ja, warte. Ihr erster. Erster Korinther. Erster Mose. Nein, 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 stumm mich mal bitte. Erobern, äh, Stumm, äh, Dingens. Bruder, sag doch einfach. Wer schreibt hier? Sag doch einfach. Du bist ein Stumm, ne? Du bist ein Stumm, du kannst schreiben. Ich weiß auch nicht. sends er dich nicht ins Schaheid. Das Vers ist das alles auch immer so gut... ... Bruder, brauchst du ehrlich so lange, um nur ein Vers reinzuschreiben? Denn Allah verfurcht Ungläubigen über 10 Stellen Corona ab. Titus. Titus, äh, 1, 15 bis 16. Lies das mal bitte vor. Titus? Titus? Ja. Titos. ist das? Wie? Was ist das? Was ist Titus? Titus. Was ist Titus? Brief von Paulus. Schreib mal rein, bitte. Kennst du deine Briefe? Schreib mal rein. Meinst du Timotheus? Ja, Titus. Schreib mal rein, ja, okay. Boah, das wird gesperrt bei mir. Okay, dann sag mal, eins Timotheus. Eins, äh, was? Titus, nein, Titus, nicht richtig, alles gut. Ähm, 15 bis 16. Was? 15 bis 16. Oban, äh, mit dir, äh, hab ich kein böses Blut. Alles gut. Ich hab mit, guck mal, ich hab mit niemandem böses Blut. Also. Nein, nicht, dass du denkst, äh. Nein, 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 denkst du nicht. Okay. Was, ich komm gleich? Okay, ähm, kannst du mich mal kurz groß machen, U-Bahn? Warte. Ganz kurz. Also, ich weiß nicht, ja, ob du vielleicht dieses Argument von Tiervogel hast oder so. Okay, wo werdet ihr beleidigt? Kannst du mir die Stelle zeigen? Diesmal auf Deutsch vor. Ich kann, kann kein Englisch. Daib, sollst du Übersätze eingeben? Ja, ja. Okay, ich glaube, ein, äh, ungräubiger, als, äh, unrein getiselt. Müsste das sein. Guck mal. Hä? Titus ist ja ein Brief, ja. Äh, okay. Äh, sì, ja. Äh, ich weiß nicht, Bibel, äh, ich weiß nicht, Bibel, äh. Äh, ich weiß nicht, Bibel, äh. Ja, subhanallah. Du musst mit der Bibel erklären, ja Murta, die. Ja, Muschrik. Du musst mit der Bibel erklären, ja, Kafer. Ja, Muschrik. Ja, Muselmann, du musst mit der Bibel erklären. Ja, Muschrik. Ja, Muschrik. Ja, Muschrik. Ja, Muschrik. Ich kann schon mal sagen, im ersten Titus 15 bis 16 steht nichts über Beleidigung von Mugai, das kann ich schon mal aus dem Auto heraus sagen. Richtig. Die reinen, alle Dinge sind rein, aber für diejenigen, die verdorben sind und nicht glauben, ist nichts rein. Tatsächlich sind sowohl ihr Verstand als auch ihr Gewissen korrumpiert. Sie behaupten, Gott zu kennen, aber durch ihr Handeln verleugnen sie ihn, sind abscheulich, ungehorsam, sind unfähig. Etwas Gutes zu tun. Okay, hier steht... Warte, lass aufhören. Lass aufhören. Lass doch aufhören. Okay. Die reinen, alle Dinge sind rein, aber für diejenigen, die verdorben sind und nicht glauben, ist nichts rein. Wenn ich jetzt... Ist... Ich glaube an etwas, ne? Aber ich glaube nicht an das Christentum. Dann heißt es, ich glaube an etwas Falsches. Das bedeutet... Ja, ja. Wenn ihr leeres verflucht, dann ihr leeres unrein. Wenn ihr leeres falsch... Hier steht, ist man verdorben und unrein. Du hast gesagt, Ungläubige werden als Ungläubige betitelt. Warum? Was würdest du jetzt sagen? Ja, nee. Du hast gesagt, Ungläubige werden als Ungläubige betitelt. Nein. Aber die Religion von euch, ja, ist ein Verfluch. Wir sagen, dass euer Buch verflucht ist und dass deine Religion verflucht ist, ja. Aber, was ich gesagt habe, ist, dass der Koran uns Christen als Menschen verflucht. Hä? Warte mal, warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Was hat das damit zu tun? Hä? Was... Ja, guck mal. Was hat das damit zu tun? Guck mal. Der Koran. Hör mir zu. Nein, nein, nein. Warte mal. Sei kurz leise. Was hat das damit zu tun? Der Koran... Was hat das damit zu tun? Lass mich doch mal ausreden, damit du verstehst. Wir bleiben... Doch, doch. Lass mich ausreden. Lass mich ausreden. Wir bleiben bei dem Thema. Ja, wir bleiben bei dem Thema. Lass mich ausreden. Nein, du gehst zum... Du gehst zum Koran, sagst hier... Nein, ich rede jetzt auch über Bibeln. Lass mich kurz was über den Koran sagen. Ganz kurz. Aber das ist ein anderer Vers. Das ist ein anderer Vers. Das ist ein anderer Vers. Ja, okay, ganz kurz. Hallo, hallo, hallo. Ja. Aber immer mit der Ruhe, ja. Wir haben gerade mal 14 Uhr. Lass mich ausreden. Und zwar, der Koran. Ich habe dir gesagt, der Koran bezeichnet uns Christen und Juden als das schlimmste Geschöpf von Allah und dass wir Tiere sind. Warte, nein, nein. Ich möchte ausreden. Sei leise. Wir Christen, wir sind Tiere. Ja. Und was in der Bibel steht, wir reden ja nicht über euch Muslime. Wir sagen ja nicht, ihr Muslime, ihr seid Tiere. Ihr seid Heuchler. Ihr seid dies. Stehen Sie? Die Hab ich oben. Die Hausmaht-Lüge die Menschen. Die Hausmutter die Menschen. Die Hab ich oben. Moment. Vogelgelett. Stell dir mal gegen das Problem an. Oh, P persimt Prezi. Hallo, hallo. Ja. Hä? Wann bist du jetzt raus? Hm, ich hab gerade Anruf bekommen, oder? In Gottes Segen, ne? In Gottes Segen, Bruder. Hallo, hallo. Ja. So, äh, ich hab gerade Anruf bekommen. Ja, guck mal. Ja, wir sind bei diesem Vers geblieben. Du bist direkt gesagt, dass mir Koran mal Koran... Ja, aber du hast gesagt, du hast gesagt, dass ich nur sage, dass im Koran steht, dass ihr Ungläubigen betitelt. Das stimmt aber gar nicht. Warte, du hast gesagt, in der Bibel sagen wir Ungläubigen, ne? Zu Ungläubigen. Ja, ne, du hast gesagt, wir sagen nur Ungläubige, um mehr an die... Ich hab gesagt, guck mal, ich hab gesagt, dass der... Du bist ein Lügner. Hä? Du und dein Prophet, ihr seid Lügner, lass mich ausreden. Ja, aber du bist direkt frisch, hier sehen wir aus. Gehst du aus dem Propheten, ja. Der Koran beleidigt uns Christen und Juden. Der Koran beleidigt uns Christen und Juden. Ich hab gesagt, dass in der Bibel steht... Ich hab gesagt, das ist eine Bibel, ihr werdet nicht beleidigt, ihr werdet als Ungläubige, Heuchler und Lügner betitelt. Warum bist du frech und sagst, mein Prophet ist ein Lügner? Weil dein Prophet ein Lügner war. Hab ich was über deine Religion gesagt? Nein, Prophet war ein Lügner, meiner Meinung nach. Hab ich was über deine Religion gesagt? Nein, aber laut dem Prophet, laut meiner Religion ist dein Prophet ein Lügner. Wallahi, was ein Jahil du bist. Du kannst nicht debattieren, ohne zu beleidigen, subhanallah. Aber warte, guck mal, war Paulus ein Lügner? Hä? War Paulus ein Lügner? Ist das gerade das Thema? Ja, guck. Ist das das Thema? War Paulus ein Lügner? Warum soll ich Thema wechseln und sagen, Paulus war ein Lügner? Ja, weil ich hab gesagt, dass dein Prophet ein Lügner ist. Ich darf das sagen. Paulus ist für uns ein Käfer, was hört mich Paulus? Ja, für mich ist auch dein Mohamed ein Käfer. Ja, okay, aber was hat das zum Thema zu tun? Mohamed ist ein Lügner, wo wolltest du das nicht mal das Thema sagen? Ich hab einfach dazu gesagt, einfach so, meine Zunge wollte es sagen. Warte, benehm dich mal, subhanallah. Subhanallah, ich benehme mich. Aber guck mal, du darfst gar nicht respektvoll mit mir reden. Subhanallah, dein Bart ist halb ausgewachsen, der will ihm mal was sagen. Ey, richtig, Aywa, das ist einfach halten von einem Muslim. Du musst noch ein bisschen härter reden. Alhamdulillah. Wa alaikumussalam wa barakatallah. Eben alikum, Yahu. Alhamdulillah. Bruder, komm mal. Wir haben die Frau in Syrien. Ja, Habibi, äh, feindes Christentum, hast du da zugehört? Grob, ganz kurz nur. Komm mal, da war, ich, so oder so, komm mal. Du kannst nicht bei einer Debatte anfangen zu beleidigen. Tamam. Also, ich nehme diese Debatte eigentlich gar nicht ernst. Das ist nicht mal eine richtige Debatte. Warte, ist das eine Diskussion, wir reden so oder so. Aha. Okay, du sagst, wir waren bei ihm, wer ist geblieben? Dann sagst du das, dann sagst du das, dann sagst du das, dann sagst du auf einmal, Mohammed ist ein Lübni, A'udhu Billah, Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam. Und Janine, das ist ein dies und das, das ist nicht zum Thema, Janine. Ja, aber meine Zunge wollte das einfach sagen. Meine Zunge wollte das einfach sagen. Ja, aber guck mal, weißt du, das ist keine Beleidigung, wenn ich, guck mal, ach, ich bitte, ganz kurz. Warte, kurz, warte, kurz. Okay, möge Allah mich vernichten, guck mal. Ist er jetzt rausgegangen, oder? Guck mal, Bruder, wenn die Muslime, guck mal, wenn die Muslime, oh Allah, ich respektiere die Muslime wirklich, ja, wenn die mich auch respektieren. Aber ich meine, wenn die kommen, die sagen doch, Paulus war ein Lügner. Ja, unsere Lehre ist eine Lücke. Aber wenn man das zu ihnen erwidert, sofort, wir müssen Respekt haben, wir müssen dies und das. Ja, was ist das? Ja, das verstehe ich auch nicht. Es gibt hier zum Beispiel Leute, die beleidigen Paulus von A bis Z den ganzen Tag. Das Lustige ist eigentlich, wenn ihre Lehre konsistent wäre, müssten sie auch die ganzen anderen Apostel, die ganzen Apostel auch beleidigen, weil sie ja... Guck mal, Abu Zubayr, achi, guck mal, ich hab dich beleidigt. Ich hab nicht, das war keine Beleidigung. Guck mal, ich hab auch gerade gesagt, ich respektiere Muslime als Mensch. Wallahi, ich muss sogar Muslime lieben. Das sagt mein Buch. Ja, aber guck mal, ich darf nicht und ich werde nicht die Religion lieben. Das darf ich auch nicht. Ich darf sie auch nicht akzeptieren. Verstehst du? Ja, trotzdem. Guck mal, wenn du weißt, es triggert sie extrem, weil für sie Mohammed total heilig ist, dann sag aus... Für uns ist Paulus, wir lieben Paulus. Guck mal, ich verstehe, was du meinst. Ich geb dir nur einen Tipp, guck mal. Es ist ein Unterschied, wenn ich sage, okay, dein Mohammed ist ein Lügner, oder ob ich sage, aus unserer theologischen Sicht ist Mohammed ein Prophet. Vielleicht hat er gelogen, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich war nicht damals da. So, verstehst du, was ich meine? Das ist ein, bei dem Gegenüber kommt das ganz, ganz anders an. Verstehst du, was ich meine? Richtig, aber guck mal, ich hab ihn... Das war keine Beleidigung zu seinem Prophet, weil mein Buch, wenn meine Bibel sagt, dass Mohammed war ein Lügner, dann ist das so. Oder ich folge ja die Bibel. Und wenn meine Bibel sagt, dass Mohammed ein Lügner war, dann ist das so. Genauso wie die Bibel sagt, dass wir Christen Lügner sind, dass wir Tiere sind. Ist auch dasselbe, oder nicht? Ja, guck mal, die Sache ist, wie gesagt, du weißt ganz genau, wie Worte auch bei dem anderen ankommen können. Und äh... Verstehst du, was ich dir sagen will, Bruder? Lass, lass Thema zu machen. Verstehst, was ich sagen will. Alles gut. Komm mal wieder hoch, Elislam. Komm mal wieder hoch. Warum bist du rausgegangen? Warte, ich dachte, du bist ein Worte oder so und hast ihn gekickt. Nein, nein. Ich möchte, Elislam, komm mal bitte wieder hoch. Schick mal bitte eine Anfrage. Weil ich möchte, ich wollte dir ja auch noch ein Vers fragen. Eine Suche, meinte ich. Guck mal, ihr könnt euch gegenseitig... Wir reden ohne Beleidigung, ja. Ja. Und ich meine, dass wir, dass wir theologisch sagen, ich sag mal, wir Christen sagen natürlich, dass, äh, ich sag mal, die Errettung für Mohammedaner sehr, sehr dünn aussieht. Ne, natürlich, wir sollen nicht richten, aber es sieht sehr, sehr dünn aus für die meisten. Ähm, weil sie halt nicht im Buch des Lebens eingetragen sind nach unserer Theologie. Äh, natürlich würden auch Mohammedaner andersrum halt sagen, dass, äh, bei uns das auch ziemlich schlecht aussieht, weil... Guck mal, er gibt mir einen Schwein, guck mal. Aber wenn er hochkommen will, geil. Und er russend. Leute, ich habe, ich habe, ich habe sie, ich habe sie noch mal eingeladen. Ich war, ich fand, er war respektvoll. Ich hätte es jetzt nicht an deine Stelle gesagt, aber jetzt hast du es halt gesagt. Äh, ganz kurz an Dauer, ich will nur ganz kurz, äh, ich will auch gleich wieder raus. Ich weiß, ich habe, äh, kann hier nicht debattieren, weil ich habe nicht so viel Zeit, aber ich möchte nur wissen, weil du sagst, äh, laut deiner Bibel sagt, äh, also deiner Bibel sagt, äh, also deiner Bibel sagt, dass, äh, Mohammedaner war. Kannst du mir das belegen? Kannst du das, äh, zeigen, dass irgendwo steht, dass Mohammed, also wirklich mit dem Namen draufsteht, dass er ein Liefer ist? Guck mal, guck mal, sag dir was. Galate 1.8, Galate 1.8. Lies mal vor, ich will sehen, dass da draufsteht, Mohammedaner ist. Aber, ne, ganz kurz, lass mich, hör mir zu, okay, hör mir zu, ich erkläre dir, wenn 600 Jahre vor dem Islam gab, gab es Christus, so, 600 Jahre, jetzt hör mir zu, hör mir zu, hör mir zu, Jesus hat gesagt, hör mir zu, Jesus hat gesagt im Neuen Testament, es werden falsche Propheten kommen, sie erzählen euch Lügen und beziehen sich dabei auch auf mich. Was hat der Koran gemacht? Lügen über Jesus erzählt. So, und jetzt sagt, ihr werdet diese, diese falsche Propheten, diese falsche Propheten sind Lügner und sie erzählen euch Lügen. So, und in der Bibel steht, dass nach Jesus wird kein Propheten mehr kommen und wir sollen keine Botschaft annehmen, sogar wenn die Botschaft von einem Engel des Lichts kommt. Und von wem hat Mohammed die Botschaft bekommen? Von Jibril, mit Licht. So, fertig. Also ist für uns Christen, alle Propheten, die nach Jesus kamen, Lügner. Das ist genau, guck mal, guck mal, es weiß nicht. Soweit ich weiß, in Jesaja irgendwo, ich bin mir nicht sicher, das wurden mir sogar bewiesen, es wurden mir gezeigt, allerdings wurde Mohammed prophezeit. Ja, stimmt nicht. Aber das war ein Prophet, natürlich, da steht noch genau, der, genau, der, soweit ich weiß, genau der, also ich habe das gesehen, selber, ich kann es jetzt nicht genau so sagen, wo es stand, aber ich, ich habe mir wurde es selber gezeigt, definitiv, ich habe es 100% gesehen. Das heißt, mach mal den, das, das, was mach mal den, das steht, wo, lebt, und damit wird eine Frau gemeint. Das ist ein liebiges, liebes Gedicht an eine Frau. Also, wenn ihr jetzt so verzweifelt seid, ihr Muslime, dass ihr eure Mohammed so eine trans Frau machen wollt, dann bitteschön, aber das ist eine reine Lücke. Und ihr habt damit eurem Propheten so beleidigt, wie keiner ihn hätte jemals beleidigt können. Anonym, warte kurz, warte kurz, hör mir zu. Dieses Wort Mohammedim, was ja auch hier, Ahmad Didat, ich glaube, darauf willst du hinaus, oder? Ja, ja, ja. Willst du darauf hinaus, anonym? Ja, lass ihn antworten. Vielleicht meint er das auch gar nicht. Vielleicht haben die irgendwas anderes wieder rausgekramt, keine Ahnung. Nein, Bruder, die kommen alle mit. Ich wurde gerade angerufen, das Ding. Achso, meinst du dieses, meinst du dieses, wo da ein so ein Islam-Apologet stand und der hat dann gesagt, Mohamed Madim, wo er das so gesagt hat? Aber ich höre euch doppelt. Starte kurz, also geh kurz aus TikTok raus und wieder rein. Ja, nicht rausgehen. Nein, nein, ich habe ihn gekickt, stell mal eine Anfrage. Du bist noch mal rein und raus. Weil das Lustige ist halt, das ist halt brutal, wie du das gesagt hast, Urban, aber es stimmt halt. Ja, ist halt so. Oder ist halt so, ja. In Song of Solomon es geht, es ist halt ein Liebesgedicht von, äh, es ist halt ein Liebesgedicht und wenn da Mohammed mit gemeint ist, dann, äh, ja, weiß ich nicht. Jetzt, okay, guck mal, ist egal, ob man prophezeit oder nicht prophezeit, Fakt ist, äh, du hast am Anfang behauptet, dass, äh, Mohammed in der Bibel, äh, als Lügner dargestellt wird. Aber da wird der Name nicht erwähnt, dass er als, äh, jeder, der nach Jesus kommt, jeder, der nach Jesus kommt, ist ein Lügner, jeder. Richtig. Und Mohammed kam nach Jesus, also ist er ein Lügner, fertig. Wieso ist Paulus ein Lügner? Wird er bei euch als Lügner erwähnt? Ich bin da nicht belesen, ich sag dir, wie es ist, aber ich habe keine Ahnung, was darüber, ich kann nichts darüber sagen, und ich würde auch... Ja, dann komm, du nicht schuf, wenn du keine Ahnung, das ist ja, aber trotzdem, aber ich wollte nur wissen, weil du hast halt was behauptet, dann belegt ist auch. Okay, anonymen, anonymen, warte kurz, warte kurz. Wenn jemand sagen, du bist Sunni, ne, geh ich mal von aus. Ja. Okay, wenn jemand sagen würde, wie ein Mesa Ghulam Ahmad zum Beispiel, von den Ahmadiyan, ich bin ein Prophet nach Mohammed, würdest du sagen, der ist ein Lügner? Ja, natürlich. Wenn jetzt jemand sagen würde, ich bin ein Prophet nach Mohammed, und der Koran ist verfälscht, die Sunna ist zum Teil erfunden, und in Wirklichkeit ist das alles ganz anders. Ja, alles gelogen, aber dann muss ich doch meine Maske befinden, warte, dann muss ich doch meine Maske... Anonymen, du hast gesagt, ist gelogen, okay, Kralas, gut. Dann hast du auch unsere Sicht... Ich werde, guck mal, ich werde 100 Mal angerufen, ich habe leider nicht mehr viel Zeit. Okay, alles gut. Eigentlich hat das verstanden, er hat gerade ja auch gesagt, wenn... Leute, ich habe keine 10k Likes, Leute, like mal, ich hatte vorhin 50.000 Likes, Leute, bitte. Guck mal, ihr kriegt hier die beste Show auf TikTok. Ihr habt hier riesen Namen wie der Vereinte Christentum, das ist ja eine Autorität. Ja, um Gottes Willen, ich bin ein kleiner Fisch, ich weiß gar nichts. Amdi ruft ihn zum Ver... Habe ich den jetzt raus? Nicht, dass er jetzt wieder so halb drin ist. Und schickt ein paar Löwen. Ich habe mir Kopfhörer wegen euch gekauft. Mein ganzes TikTok-Geld, die 30 Euro für ein Jahr TikTok habe ich gemacht. 30 Euro als ob? Ey, ich habe letztens gesehen, ich habe irgendwie 40, 50 Euro. Ich mache ja nie was. Bruder, ich habe insgesamt 30 Euro jetzt, glaube ich, oder 30, 40 Euro, in einem Jahr. Bruder, ich dreh durch, als ich das gesehen habe. Ich wollte schon meinen Job kündigen und mit meiner Frau durchbrennen. Ja, Bruder, bist du Arminian? Ja, Bruder, ich bin Arminisch. Kannst du Arminisch? Ja, gar nicht. Ja, Bruder, das hast du mich schon mal gefragt. Letztes Mal habe ich mit dir Arminisch gesprochen, du sagst so, ich hätte nie gedacht, dass du Arminier bist. Hey, wirklich? Ja. Oder ich habe vergessen. Ja, ich weiß. Alzheimer. Sokrat für Hamdi. Hey, Jungs, ich war vorhin bei Liebe zum Hadith, aber ich bin nicht reingegangen. Ich habe nur geguckt, wer weiß, was er gesagt hat. Ich habe mich kaputt gelacht. Da war eine richtig, richtig verwirrte Halbmuslimer, sag ich mal. Dann fragt sie so, ja, wer ist Jesus, ich weiß nicht und so. Und dann sagt er so, ja, ist es ein Prophet, ist der jetzt besser als Mohammed oder nicht? Und dann sagt Liebe zum Hadith so eiskalt. Er sagt so, ja, Mohammed ist besser als Jesus. Was? Hat dir das auch? Wortwörtlich, ich habe es leider nicht aufgenommen. Aber er hat wirklich, er hat gesagt, ich lüge nicht, auf gar keinen Fall, ich darf nicht lügen. Er hat gesagt, ich hoffe, jemand hat das aufgenommen. Ich hoffe, Bruder, sie vergöttern Mohammed. Für sie ist Mohammed ein Gott. Das ist Personenkult, was sie betreiben. Ich zitiere ihn wortwörtlich. Er hat gesagt, Jesus ist einer von den besten Propheten. Und dann hat sie gefragt, ja, wie ist Mohammed besser? Und er so, ja, Mohammed ist besser. Aber Mohammed selber sagt so, wer behauptet, dass ich besser als Jonah bin, ist ein Heuchler. Ich fand das so, ich hab, also ich weiß, dass das insgeheim viele glauben, ne? Aber, dass das so schwarz aufweist, dass das einer raushaut, hätte ich nicht für möglich gedacht. Ich hoffe, er, ja, er wird das irgendwann machen. Aber ich hoffe, jemand hat das aufgenommen. Boah, ich habe mich so geärgert. Liken und Spenden, sagt Karten, habt ihr. Ich habe mich so geärgert, dass ich das aufgenommen habe. Schade, Mann. Bruder, ich glaube, ich werde bald irgendwann, demnächst mal eine Auszeit für den TikTok nochmal nehmen. Vielleicht ein halbes Jahr oder so. Und dann werde ich mal ganz viel nochmal altes Testament aufstudieren. Und dann will ich mal nochmal richtig anfangen mit Apologetik. Weil es gibt im Alten Testament ganz viele so Redewendungen, zum Beispiel, die du kennen musst, um manche Stellen auch gut verteidigen zu können. Ich gebe euch ein Beispiel. Es gibt in der Luther, die eine Sache, das steht, der Herr ist stark wie ein Einhorn. Nur Luther hat das Buch so scheiße übersetzt, ne? Aber das ist eigentlich ein Sprichwort, was auf die Stärke Gottes eigentlich nur, was einfach jetzt nicht heißen soll, dass er sowas sein sollte. Und ich will da einfach nochmal irgendwann rufen, drücken, damit. Und dann sollte die Gruß eigentlich fast alles auswendig können. Weil die kommen ja immer mit Sachen um die Ecke. Da denkt man sich so, boah, Junge. Wo soll ich das gerade alles direkt aus dem FN abrufen? Ah, Bruder, deswegen hat dieser Tauhid, dieser Atheist, das gebracht mit Einhorn. Obwohl er ja daran glaubt, dass seine Erde von einem Wal getragen wird. Meine Erde nicht. Bruder, warum? Lass uns doch dem Wal anbieten, nicht dass er niesen muss, Bruder. Wenn der niest, weißt du was mit der Erde? Die wird nach oben geschleudert. Jungs, ich geh raus, ja, Gottes Segen. Ja, Gottes Segen, Rose, ich hab gesehen, du hast irgendwie so ein Lied von mir genommen und das so kurz gemacht und das geht irgendwie richtig viral hier auf TikTok. Ja, Bruder, ich werde reich mit deiner Stimme. Bruder, ich spende alles, was reinkommt davon. Ihr löscht eure Gute Segen an euch. Gute Segen. Gute Segen. Futter wie bei Großmutter. Ja, richtig, der kümel Schuh hat das da mir. Vor allem, es geht da eigentlich eher einfach mit diesem Spritwort, weil es ist ein Spritwort, was häufiger ist. Das kommt nicht nur einmal in, äh, in, äh, wie heiß ich, in Mose vor. Ich will das halt nicht viel Dauer an euch wissen. Gottes Segen, Anula, Ei. Ja, Bruder, äh, das sind halt Atheisten, ne, wenn sie damit kommen, aber sie glauben, dass Mohammed mit einem fliegenden Wolfgang Petri, äh, so, der, der das Universum erforscht hat, ne, zu Sternen gereist ist und zu sieben Himmel gereist ist. Ich verstehe das generell nicht. Guck mal, als bei... 1. Samuel 15, 3. Ob das jetzt metaphorisch gemeint ist oder nicht, 1. Samuel 15, 3, ob das ein sprachliches Mittel ist, wir gehen mal davon aus, es ist nicht alles ganz genau so, wie es da steht, wortwörtlich zu nehmen. Okay, nehmen wir mal an. Wer nimmt denn die Seelen, ich, ist jetzt ein hochheitliches Thema, aber, ernste Frage, wer nimmt die Seelen der Kinder in Palästin, wer befiehlt das zu nehmen, wenn die Kinder sterben? Ist das nicht Allah, der die toten Engel losschickt? So, ist das nicht Gottes Wille? So, es ist eine Doppelmoral. Also, auf der anderen Seite befiehlt er es und was... Alle. Ich habe noch nie einen gläubigen... Oder ich habe noch nie einen gläubigen Muslim auf TikTok getroffen. Ich sehe nur Atheisten. Was will ich denn sagen? Ja. Das sind alles Atheisten hier. Jeder sucht, die argumentieren alle als Atheisten. Sie bringen atheistische Argumente von atheistischen Menschen, die die Bibel auseinandergenommen haben und dann irgendwelche Argumente für sich gefunden haben, sie zitieren diese Leute gegen uns. Aber sie verstehen nicht, dass diese Argumente atheistisch sind und gegen sie verwendet werden können. Ja, da hast du recht. Aber es gibt auf TikTok ganz, ganz vereinzelte, die sind wirklich auch ehrlich, mit denen kann man auch ganz entspannt chillen und so. Aber die sind auch nicht so auf der großen Hühne. Ja, gibt es auch. Ja. Aber so einen Pauhit, den kannst du doch nicht ernst nehmen. Der war so nicht böse gemeint, aber. Den kannst du überhaupt nicht hören. Er ist der Atheist oder er ist der wirkliche Atheist. Er ist 100% Atheist. Ich habe ihn zur Debatte herausgefordert. Über den Islam. Ich habe gesagt, er hat rosa Pampers, wenn er nicht kommt. Ich habe ihn bedroht. Mit rosa Pampers. Ich habe sie alle herausgefordert, im öffentlichen Live. Und ich habe geschrieben, ich habe gesagt, ich stelle eine Frage, ob Jibril ein Lügner ist. Sogar ich sage, welche Frage ich stellen werde. Ob Jibril ein Lügner ist. Und sie sollen mir 10 Fragen über das Christenbüro stellen. Ist das nicht ein Angebot? Ich habe gesagt, Kalima, also KlimakleberTV und Tauhit zusammen. Ob Jibril ein Lügner ist. Und sie können mir 10 Fragen stellen. Ist das nicht ein gutes Angebot? Sie sollen nur Ja sagen. Aber Bruder, ich muss eine Sache sagen. Das habe ich gesehen hier, das mit diesen Haaruhnen und Kinder und sowas. Feuerfahrung. Ja. Oder das Video ist geschnitten. Das Video ist geschnitten. Ich habe gesagt, ich habe das, ich habe, ich habe, die haben ja nur das eingeblendet, was ich habe ja dann gesagt. Nachdem ich mich erinnert habe, wer das ist. Weil die sagen, Harun, Mann, der sieht aus wie Torsten. Die sagen, Harun, oder so. Ich wissen, wer das ist. Sie haben das Video ein bisschen zurechtgeschnitten, aber ich stehe dazu, wie gesagt. Weil, Sura 65, Vers 4. Ich verstehe, warum wir das sagen. Ich verstehe, warum wir das sagen. Fertig, Bruder, so ist das. Wer sich dafür entscheidet, muss auch mit allen Leben, was in diesem Buch steht. Wir machen kein Cherry Begain. Aber, Harun. Fertig, und die Suna des Propheten ist es, ein Kind zu heiraten. Das ist Suna, alles, was der Prophet gemacht hat. Wo gibt es Kinder? Ja, der soll halt gut gehen. Also meine Meinung. Ich weiß, dass es uncool ist. Ich weiß schon, dass es uncool ist, aber manchmal muss man den auch ein bisschen Feuer machen. Guck mal, ich verstehe das, aber guck mal, bei Harun zum Beispiel. Aber, warte, Sie haben das Video geschnitten. Das ist ekelhaft. Sie haben das Video geschnitten. Das ist ekelhaft. Ich kenne das volle Video nicht. Ja, ich habe in der Folge dann am Ende gesagt, ja, ich habe das aufgrund von Sura 65, Vers 5 gesagt und aufgrund diesen, diesen Hadith, deswegen habe ich das gesagt. Aber das haben Sie natürlich rausgeschnitten, weil Sie ja ekelhaft sind. Weißt du, wenn Sie mich schon diffamieren wollen, dann soll, guck mal, Sie wollen einen Lügner mit einer Lüge diffamieren. Weißt du, was ich meine? Ja. Sie wollen mich als Lügner mit einer Lüge als Lügner darstellen. Ja, Chalas, wenn jemand kommt und dein Kind anfässt, gehst du hin und fässt sein Kind an. Und da sagst du, er hat es auch gemacht. Er sagt, stimmt, Roman, ich war dabei. Weißt du, was ich meine? Ja, das ist ja, das muss... Bruder, ich habe letztens mit Senat debattiert auf einem anderen Akkord. Ich wurde gemeldet. Ich bin nur, ich habe gesagt, Leute, ich wurde gemeldet, ich gehe kurz runter, ich komme hoch. Sie haben das geschnitten, als ob ich geflogen bin. Aber ich war eine Minute später wieder oben und dann ging es wieder weiter. Und er kann mir bis heute nicht die Abrovokation des Steinigungsverses bringen. Weißt du, was ich meine, wie die mich hier hassen? Ja, aber egal, egal. Ich habe auch uns in eine Debatte herausgefordert. Ich will nur wissen, ob Jibreel ein Lügner ist. Weil wenn Jibreel ein Lügner ist, dann hat Allah gezeugt. Marcel, also so heißt der Harun in echt, der wird, Marcel wird die Debatte für dich niemals annähen, weil, der heißt, Marcel heißt der in echt, weil, guck mal, der debattiert nur über das Christentum. Schau dir deinen Kanal an, er kann nur über das Christentum reden. Guck mal, ich kritisiere auch, ich bin ehrlich, ich bin wenigstens so fair, ich kritisiere auch Leute hier, die zum Beispiel nur über Islam reden und, ich sag mal, christlich hier unterwegs sind. Das ist auch nicht richtig. Aber ich sag mal so, wenn ich sage, ich bin der große Apologetik-Typ und ich sag mal so, du zum Beispiel, du redest ja auch sehr, 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 sehr viel über Islam, aber du sagst einfach nur, okay, Islam ist schlecht. Meine Religion ist das, aber recherchiere selber. So, und bei Muslimen ist ja so, okay, Christentum ist falsch, ihr müsst jetzt den Islam annehmen. Und okay, vielleicht kannst du beweisen auf atheistischem Niveau, dass Christentum falsch ist oder so, dann ist das deine Sache, aber dann direkt den Islam als Alternative präsentieren und darfst du sagen, ja, das ist dann das Richtige. Wow. Dann musst du wenigstens noch... Oder wenn Harun, wenn Harun mit demselben Maß an das, wie er an das Christentum geht, nur 5% an den Islam drehen würde. Er wäre niemals Muslim, aber Bruder, du weißt, warum sie kommentieren. Das stimmt. Weil sie da ein bisschen Reichweite bekommen, Schulterklopfer, Freunde, ja, und dann, oder dann sie kommentieren aus diesen Gründen. Weil sein Koran ist auch verfälscht, er wurde dreifach umgeschrieben, die Umayyaden haben den nochmal umgeschrieben, der Uthman Musaw ist verloren gegangen, 4, 5, 6 Suren fehlen, als Abu Bakr den Koran zusammengestellt hat in Saim Muslim 2286, haben 300 Leute, die den Koran auswendig kannten, komplett zwei Suren vergessen, das alles nach dem Tod von Mohammed passiert, weil Mohammed nie ein Buch zusammengestellt hat, auch nie ein Buch befohlen hat, zusammenzustellen. Wenn er so mit diesen Kriterien an den Islam rangehen würde, er wäre niemals Muslim. Und dann kommen wir noch die ganzen Pädophilien-Geschichten und mit Menschen essen und mit, du weißt es ja besser als ich, du kennst dich im Islam viel besser aus als ich. Nein, nein, ich weiß nicht, nein, ich bin, guck mal, die Sache ist, aber das stimmt wirklich, als Beispiel, ich mache ja ein bisschen Gesang und so, ne? Wenn ich das jetzt einfach nur für Islam machen würde, Bruder, ich hätte eine kranke Reichweite in Deutschland, ich hätte bestimmt fünfmal so viele Zuschauer und schieß mich tot. Bruder, ich beobachte das, ich beobachte das. Ich habe auf YouTube einer Dame gefolgt, sie hat jetzt den Islam angenommen, ne? Sie hat so Content gemacht, ich weiß nicht mal, was sie macht, also, keine Ahnung, irgendwas Unwichtiges, ich weiß auch nicht, warum ich hier gefolgt habe. Aber irgendwann sehe ich, sie hat den Islam angenommen und sie hat 200.000 Follower von 2000 irgendwas, nur weil sie den Islam, weil sie blondes, hübsches, den Islam angenommen hat und auf einmal jedes ihrer Videos, also die DSI ist jetzt viral gegangen, verstehst du, wie einfach das ist? Nimm den Islam an, geh viral. Das, aber, aber das, das stimmt teilweise wirklich so. Ich habe das letztens auch gesehen, da war irgendwer bei, bei, äh, ich weiß gar nicht, ob das bei, haben die kam dann auf einmal, der, der war, der war ein bisschen verwirrt, ne? Und der so, ja, ich will ein paar Fragen über Islam stellen und dann eventuell Islam annehmen. Er hat die Fragen nicht mal gestellt, also die haben ihn so manipuliert, dass er die Fragen nicht mal gestellt hatte und dann ganz schnell Schahada gesagt, ne? Und dann haben die den auch direkt Universum gespendet und dies und das, ne? Und dann, Mashallah, Bruder, du bist jetzt dabei, ne? Und natürlich für Leute, sag ich mal, die auch kein, die auch keinen, äh, zu, vielleicht auch so ein bisschen, ich sag mal, sozial, ne? Nicht so viele Freunde haben oder so, die auch Versuche sind nach Identität. Da ist das einfach das Erlebnis, weil auf einmal, ich bin Teil der Oma, ich, äh, ich hab auf einmal Freunde, die, die Freunde tun alles für mich, weil jeder denkt ja, der kriegt, äh, Hassanat dafür, ne? So, und dann drehen sie da durch, bis zum Geht nicht mehr. Genau. Und dann denke ich mir so... Und schon, Bruder, entschuldige, weil hier ist jemand drin, ich weiß, dass er zuhört, der muss es hören. Und schon kriegen sie die islamische Brille und blenden das ganze Satanische aus mit Surah 65, Vers 4, mit dieser Fatwa Nummer 60, 58, wo islamisch gesehen erlaubt ist, bei den Sunniten Babys anzufassen, mit Babys verkehrt zu haben. Außer SCX dürfen sie alles mit Babys machen oder wenn die ein Baby heiraten und sie einen Ehevertrag haben, ist das seine islamische Ehefrau. Egal wie alt sie ist, Fatwa Nummer 60, 58, habe ich hier vorhin gezeigt. Sie dürfen alles machen und es sie erst, wenn sie es erträgt. Wie willst du herausfinden, wann das arme Ding es erträgt? Und dann haben sie ja noch Sachen von Shafi, wo sie Muhtadin essen dürfen. Sie dürfen alles Satanische auf dieser Welt, was ekelhaft ist, dürfen sie machen. Es ist halal. Es ist halal. Wie kann man diese Religion annehmen? Wer das haben möchte, Telegram-Gruppe bei mir, mich anschreiben, Urban II, ihr bekommt meine Telegram-Gruppe. Ihr bekommt den Islam hautnah, da auch mit Videos, mit Aussagen von Gelehrten, die alles bestätigen. Nur weil das die Euro-Shisha-Muslime nicht macht, weil sie schämen, heißt es nicht. Es gibt ein Interview im ägyptischen Fernsehen, wo einer hingeht, der Reporter zu Imam und ihm das Buch von Imam al-Shafi hinknallt, was in der Al-Azrah, die höchste Universität des Islams, wo sie lehren, was bringt ihr unseren Kindern bei? Ihr steht drinnen, wer die Religion verlässt, darf gegessen werden, auch wenn es eine Frau oder ein Kind ist, erwähnt doch solche Sachen, erwähnt doch, dass Allah eine Mensch ist, dass Allah der Lachbundkötze, dass er sich als nie was anderes im Koran definiert. Erwähnt doch das alles, dass bei euch gibt es kein Heiratsalter, kein Sunniten dürfen Schenkelverkehr mit Babys haben, sie dürfen es, sie gehen auf die Schieten, nein, sie dürfen das auch. Ich habe vorhin das ja gezeigt in der Debatte mit den Jungs. Wir haben Bukhari, der das schreibt, auf was beziehen die sich denn, wenn sie sowas schreiben? Wie hat Mohammed das Baby angeguckt und hat gesagt, wenn du größer wärst, würde ich dich heiraten. Danke, Rose. Leute, wenn ihr zum Islam kommentiert, oh der Islam ist schön, ja Gift, Gift, Lüge, Lüge wird immer mit Wahrheit verkauft, Lüge wird mit Wahrheit verkauft, immer. Es kann euch keiner die komplette Lüge verkaufen. Immer ein bisschen Zucker, ein bisschen Gift, ein bisschen Zucker, ein bisschen und schön betet ihr einen Mondgötzen an. Einen Mondgötzen aus Saudi-Arabien, der keine Religion ist, das ist keine Religion. Das ist Kult. Das ist Baal. Baal den Dämon. Sie beten immer noch Baal an. Baal, Baal, Allah. Das ist eine Kette. Er hat sich nie... Was machen sie? Sie essen Menschen, sie dürfen. Wenn der Scharia herrscht, dann kommen diese Verse. Diese Verse kommen nach der Scharia, wenn sie die Oberhand haben. Sie kommen nicht jetzt. Ich sage das nicht als Christ. Es ist mir egal, ob ihr Christ werdet. Es ist mir egal. Wirklich. Ihr könnt werden, was ihr wollt. Aber verlasst den Islam. Das ist Satans Kult. Ihr merkt den Geist an den Muslimen. Da ist null Frieden, null Liebe. In diesem Buch gibt es keine Nächstenliebe. In diesem Buch gibt es keine Liebe für die Menschen. Es gibt nur Hass. Du darfst gut sein zu dem, der zu dir gut ist. Ja, Allah, wo ist die Prüfung? Wo ist die Prüfung, wenn ich nur zu den gut bin, die zu mir gut sind? Wieso erlaubt Allah all das, was Satan erlaubt? Und da sagt die Ja, aber er hat Alkohol verboten und Schweinefleisch. Dieser Gott ist so lieb. Wir dürfen kein Alkohol und kein Schweinefleisch essen. Ja, danke schön, Chalas. Aber Babys darfst du auseinander nehmen und Menschen darfst du essen. Lüge mit Wahrheit. Oder Bruder, habe ich recht, Weihnachtskristen? Bruder, ich sage dir ehrlich, das mit dem Motadin-Essen und so, weiß ich nicht. Bruder, guck mal, geh mal auf YouTube. Bruder, geh mal auf YouTube und gib mal ein Eat Apostale. Und dann kommst du auf diese Videos von diesen Gelehrten von der Al-Hazra-Universität. Mit Quellen, von dem Buch von Imam Al-Shafi. Und sogar da kommst du zu diesem Fernsehbericht, wo der Reporter, dass der Imam um die Ohren knallt und sagt, was bringt dir unseren Kindern bei? Ja, Lies, guck selber. Ja, ich guck mal gerade. Guck selber. Ich lüge nicht. Die Muslime wollen mich immer als Lügner darstellen. Nein, ich zeige Quellen. Ich zeige zu allem, was ich sage. Jedes Wort ist bei mir mit Quelle und ihr wisst das. Hört auf zu schreiben, ich bin ein Lügner. Wenn ich lüge, dann ist euer Islam. Der Typ sagt da, wenn du stirbst, also in Gefahr bist zu sterben, dann darfst du einen Apostaten aufessen. Nicht nur Gefahr, Bruder. Lies komplett. Der beschreibt alle Fälle. Alle Fälle von Muhtadin essen. Es gibt ja jede, viele, viele Fälle. Oder zum Beispiel, ne? In diesem kompletten Text von Imam Al-Shafi. Wenn der Muhtadin zum Verkauf mehr bringt, darfst du ihn nicht essen. Dann musst du ihn verkaufen. Das heißt, wenn der Sklave mehr Geld bringt, dann is lieber nicht, Bruder. Verkauf. Weil er bringt mehr Geld. Siehst du das, Bruder? Ich lüge nicht. Oh Junge, oh Junge. Bruder, Satanskult. Was hat das zwischen den Satanisten für den Unterschied und den Muslimen? Wo ist das? Weil sie fünfmal am Tag beten. Das war's. Und nebenbei wird ihnen erlaubt, Babys auseinanderzunehmen und kleine Menschen zu essen und Kinder zu essen. Am geilsten finde ich das. Da wollte ich letztens so ein Muslim debattieren. Und meinte so, ja, ihr Christen dürft ja machen, was ihr wollt. Abgesehen davon, dass das eh nur irgendwelche Calvinisten glauben. Aber egal. Ich hab mal, ich hab mal dann gesagt, okay, wir nehmen mal an, dass Stimmen, ähm, dann gucken wir doch mal, wie Vergebung im Islam aussieht. Du musst einfach nur eine Dua, das ist eine ganz kurze Dua, hundertmal sprechen, dann wird dir alles, alles vergeben, auch wenn die Sünden so schwer sind wie ein ganzer Ozean und so tief sind wie sonst was weiß ich. Ich geb sogar einen authentischen, ich nenne das bei Buharwin so was. Und Bruder, entschuldige, dass ich dich unterbreche. Und wenn das alles nicht klappt, dann wird Allah anstelle von dir eine Juden oder ein Christen in die Hölle schicken, in Zaymusim 2676.de. Wenn deine ganze Dua nicht hilft, kann ich noch an deine Stelle in die Hölle gehen. Ja. Das ist lustig, aber diese Dash-Leute, ne, die machen sich hier auf TikTok mittlerweile richtig breit, ne. Und die haben Bücher und das ist voll krass. Ach so, Dash? Ja, aber die, die widerlegen sich auch diese ganzen anderen Leute, so, die sagen, ja, man darf nicht, äh, auf Frauen und Kinder töten im Dschihad, ne. Ja. Dieser Birn ist die ernstste Seele. Dieser Birn auf TikTok, kennt ihr den deutschen Korinther? Ja, ja. Bruder, der war bei Dings oben, ne, der war bei Pavlos oben. Habt ihr das gesehen? Ist auf YouTube, der war bei Pavlos. Bruder, er war bei Pavlos, ich sag dir eins, er hat 0,00 Prozent. Wissen über den Islam, er hat komplett sich seinen eigenen Islam gebastelt. Und er, wie, er leugnet alles, auch dass du deine Frau schlagen darfst, das alles mit dem Islam zu tun. Obwohl das im Koran steht. Bruder, sie kommentieren wegen Reinspalt, guck mal, hat ein Million-Follower auf dich, du weißt, wie viel Geld er macht. Weißt du, wie viel Geld er macht mit einem Beitrag? Das sind fünfstellige Summen, die er mit einem Beitrag verdient. So viel glaube ich nicht, aber... Oder seine Beiträge haben 100.000 Likes. Ja, aber dafür kriegst du nicht direkt bei TikTok Geld. Dabei kriegst du nicht direkt bei TikTok Geld, wo der vielleicht Geld macht, das ist mit Sponsoring. Nicht TikTok, Instagram, Entschuldigung. Nein, nein, nein. Leute, ich muss kurz telefonieren, eine Sekunde. Ja, ich übernehme so lange. Ja, ich schau einfach mal an. Also, pass auf, Dennis. Sagen wir mal angenommen, selbst das mit dem Essen, das ist nur eine Meinung hier von diesen manchen Mufasserien, die hier falsch sind, von manchen Gelehrten so. Dann ist ja immer noch die Sache, warum sollte ich einer Religion beitreten, die mir Nackentherapie machen will, wenn ich sie wieder verlasse. Bruder, entschuldige, dass ich dich unterbreche. Hörst du mich? Ja, ja, ich höre dich. Das ist keine Meinung der Gelehrten, das mit dem Apostatenessen. Auf was bezieht sich das? Das bezieht sich auf Al-Bidayah, Wal-Nihaya und Ibn Kafir. Das bezieht sich auf Khalid Ibn Walid, der Malik seinen Kopf gegessen hat, als er den Islam verlassen hat. Darauf bezieht sich das. Sie haben, oder? Die Gelehrten haben eine Meinung, aber sie müssen es ja irgendwo hinbeziehen. Warte mal, ich habe hier auch eine Reference, ich kann dir die rüber schicken, Dennis, wenn man mich anschreibt. Oder gib einfach bei YouTube ein Apostel, das muss ich jetzt. Bruder, ich verstehe immer noch nicht, warum hat es Adam und Eva bei denen gegeben oder Adam und Hava und nicht Adam und Hava 1, Hava 2, Hava 3 und Hava 4. Also wir Christen sagen ja, dass mit Jesus Christus der ursprüngliche Sinn wiederhergestellt ist. Ein Mann, eine Frau, der Fehler, den Adam gemacht hat, konnte durch Jesus Christus quasi erlöst werden. Und naja, bei denen ist es halt irgendwie immer noch so ein Mann, zwei Frauen, drei Frauen, vier Frauen, Konkubine eventuell. Oder du darfst alles, du darfst Sklaven halten, du darfst SX-Sklaven haben, du darfst Kinder heiraten, du darfst Menschen. Was darfst du denn nicht in dieser Rede sagen? Kein Alkohol und kein Schweinefleisch. Aber weißt du, was ich krass finde? Dass sie die Leute immer so schnell belabern, ganz schnell die Schahada zu sagen. Ohne großes Wissen. Ich habe bei mir in meinem engsten Freundeskreis einen Fall, ich sehe auf einmal, ey, die bedeckt sich irgendwie. Ich frage so zu ihr, ich so, ey, bist du irgendwie strenger jetzt christlich geworden? Da sagt sie zu mir, nein, ich bin zum Islam konvertiert. Da habe ich gesagt, okay, hast du denn mal irgendwie sowas gelesen vorher oder so, ne? Ja, nee, ich liese da so ein bisschen, ich habe mir so ein Reklamheft von Sahih Al-Bukhari gekauft. Ich so, okay, Reklamheft ist gut, ne? Weißt du, wie winzig das ist, ne? Naja, auf jeden Fall, da habe ich dann zu ihr gesagt, ich so, okay, ich schicke dir hier Bücher. Lies einfach bitte nur deine eigenen Bücher. Das ist auf Deutsch sogar gewesen, alles ganz simpel. Es ist, keine Ahnung. Guck mal, das ist auch der Unterschied zum Beispiel. Aber hast du sie erreichen können, hast du sie erreichen können? Ich weiß nicht, sie hat mir nicht mehr geantwortet darauf, obwohl wir richtig, richtig gut befreundet waren, keine Ahnung. Vielleicht hat sie auch Schock bekommen, ich weiß nicht. Das Ding ist, solche Leute, die sind meistens in ihrem Leben gerade unsicher, die sind zu einem Punkt, wo vielleicht auch ein paar Sachen im Leben nicht so laufen, wie sie laufen sollten. Und naja, ich weiß nicht, ich werde irgendwann nochmal demnächst nachhaken, ob sie mal ein bisschen gelesen hat. Ich sage immer, solange sie, solange sie, ich sag mal, solange sie, ich habe auch zum Beispiel in meinem Freundeskreis fast 99 Prozent Muslime, so, ne, fast alle geboren und die meisten kennen ihre Religion gar nicht. Und die meisten, die leugnen zum Beispiel auch sowas irgendwie wie Allah hat eine Hand oder sowas. Was leugnen die? So, die, 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 ich guck mal, ich hatte, ich war letztens, ich wurde von einem Freund eingeladen auf eine Nikar tatsächlich und ich war so richtig so, ich so, okay, scheiße, ne, jetzt muss ich wieder den Muslim spielen von früher, so, ne, dachte ich so. Und ich habe Schock bekommen, weil er war Algerier, das war die westlichste Hochzeit, die ich in meinem Leben gesehen habe. Der Iman, der war so sauer, der ist einfach direkt gegangen. Ich habe dich jetzt nicht ganz verstanden, du hast einen Algerier getroffen. Ne, pass auf, ich hatte, ich habe einen, einen guten Freund und der hat letztens geheiratet, also Nikar gemacht. Und, und die waren sich so unsicher, die wussten nicht mal, wer Wali sein darf und so, ne. Und dabei waren das alles geborene Muslime und ich, ich dachte so richtig, ich hatte sogar einen Freund, den musste ich dann mitnehmen und der war Alevite, ne. Und, und der war Sunni und er so, ey Brudi, ich weiß gar nicht, wie läuft so was ab. Ich musste den erstmal Einführung geben, weil die gar keinen Plan hatten, ne. Boah. Obwohl ich, obwohl ich der Gefahr eigentlich bin, ne. Und, und das Geilste war, dann kam der Iman und, äh, ich dachte, ich habe so auch gesagt, ich habe so zu ihm gesagt, ich so, schüttel nicht bitte die Hand von den anderen Frauen, ne. Das, das macht man nicht, ne. Das ist, äh, Haram und so, ne. Und Bruder, der Iman, der war so sauer, weil das die westlichste Hochzeit war meines Lebens. Die sind da alle halbnackt rumgelaufen. Pass auf, die sind alle da halbnackt rumgelaufen, haben Musik angemacht und dies und das. Dann kam der Iman, alle haben auf einmal, ich habe das noch nie gesehen, ne. Die ganzen Frauen auf einmal alle Kopftuch und Hijab rausgeholt, ne. Auf einmal ganze Musik aus. Dann hat der Iman, hat die, äh, hat, äh, hier, hat dann, äh, die Douare zitiert, ne. Und hat dann gefragt, auf Arabisch und auf Deutsch, ob die einverstanden sind. Dann der so, ja, ich muss jetzt ganz schnell wieder gehen. Und dann haben die wieder gefeiert, bis zum Geh nicht mehr. Ich habe das noch nie so erlebt in meinem Leben. Ich habe mich kaputt gelacht. Wie würde jetzt arme Ex-Muslim sagen, dass der pure Euroshisha ist? Das war ehrlich so. Vor allem mein Freund, was war, was war, der ist Alevite, ne. Und der ist, eigentlich ist der eher Agnostiker, so, ne. Aber seine Familie ist alevitisch gepredigt. Und Aleviten und Sunniten, die verstehen sich ja jetzt nicht so wirklich, ne. So, und ich habe dem davor, habe ich den, weil ich dachte, so Algeria, die sind bestimmt richtig streng, ne. Und ich habe es ihm gesagt, ich so, Brudi, ich so, ich schüttle mich den Frauen die Hand, ne. Das, das kann ganz schnell falsch aufgefasst werden, ne. So, ich sage zu jedem einfach, Salam Aleikum und fertig und gehe weiter, ne. So, und, äh, dann die ganzen Frauen auch so, ach, hallo und, ne, und umarmung und ich sage, so, was geht hier ab, ne. Und dann, dann sitzen wir so im Auto und fahren zurück. Da sagt er so zu mir, so, ey, du hast voll gelogen, das stimmt gar nicht. Also, ich habe mich gelogen, sie haben gelogen, dein Bauch lügt, dein Bauch lügt. Das ist ja okay, alles gut. Dein Bauch hat geliegt. Ja, aber Algeria, ich weiß, ich weiß, Marokkaner, die sind, es ist unterschiedlich, ne. Aber ganz viele sind auch einfach nur damals islamisiert worden und haben eigentlich gar keinen Plan von ihrer Religion. Ja, wir Christen, die sich damit befassen, ja, die sind natürlich, wir sind viel tiefer drin. Ja, viele, viele, die ich privat, in meinem privaten Raum, mit denen ich rede, äh, sie wissen nicht, was Tafsire sind. Da fängt der schon mal an. Der war auch so geil, ne, da fragt mich dann so einer und ich sage denen nicht, was ich bin, weil, ich glaube, wenn ich das sagen würde, würde ich da ganz große, irgendwann will ich das sagen, aber ich will dafür noch mehr Wissen haben, so, weißt du, dass ich auf jede Anschuldigung direkt, pam, antworten kann, direkt zack, zurück, weißt du. Wenn du Ex-Muslims sagst, du da aus. Ja, ja, wenn ich auch so, weil die wissen, dass ich mich in der Zeitung auf jeden Fall richtig, weil, guck mal, ich war in meinem Freundeskreis, ich war der, ich war der, ich war der, der, der Fragetyp, wenn es um Islam geht, die sind alle zu mir gekommen. Ich habe den alle, ich habe den alle, ich habe den alle Dauer gemacht, so, und, und, äh, da fragt dann letztens so mich dann auch einer so, ja, meinst du, äh, meinst du hier, Allah hat Hände und Füße, ich habe das irgendwie letztens gelesen, meinst du, das stimmt wohl wörtlich so, ich so, glaubst du, dass der allmächtige Hände und Füße hat? Aber warte mal, hattest du jetzt mehr Islamwissen oder mehr Bibelwissen? Islamwissen. Also, du bist jetzt zum Islam konvertiert, aus Grund, weil du wenig Bibelwissen hattest? Bruder, ich bin, ich bin atheistisch aufgewachsen, so. Ach so, ja, ja. Familie ist zwar irgendwo mal christlich geprägt gewesen, aber hat sich davor schon arschlange verabschiedet. Und ich sag mal so, wenn du in Großstädten aufwächst, so in Deutschland, und du in der Schule gehst, wie viele sind davon noch wirklich christlich? Also, vor allem, wenn du auch irgendwie so in der Rap-Musikbranche oder so auch ein bisschen was machst, ist ja komplett islamisch. Da ist, da ist nichts mit Christentum eigentlich. Und, äh, ja, wenn du dann mal irgendwann fragst, so, okay, dir so ein paar Fragen stellst übers Leben, dann ist halt die erste, die erste Sache, die man dann denkt, ist ja denn die Religion, die deinen Umkreis hat. Und, äh, das war dann bei mir natürlich der Islam. Schade, schade, dass die Kirchen es versäumt haben, äh, stärker nach außen zu zeigen, zu missionieren, Leute aufzuklären. Total. Das ist alles, das ist alles durch die, durch die, äh, Modernisierung gekommen in Deutschland. Ja. Durch dieses aufgeklärte Denken, ne, wir sind ja alle Religionen... Ja gut, aber, diese modern aufgeklärtes Denken wird aber beiseite gelegt und dann nehmen sie den Islam an. Ja, richtig, und das ist alles. Weil es ist eine rückständige Religion aus dem Mittelalter, wo null Frauenrechte herrschen, gar keine, überhaupt nicht, auch wenn sie es immer gerne erzählen, wir lieben die Frauen, nein, ihr habt null Frauenrechte, bei euch bekommen die Frauen im Paradies nichts. Absolut nichts. Und trotzdem nehmen die Frauen den Islam an. Ja, warum? Was ist das für ein Phänomen? Und dann heißt es, Christen sind radikal, weil sie sagen, die Frau soll sich nur unterordnen. Und die Frau soll, die Frau soll, die Frau soll, und, und die Frau soll den, den Mann geholfen und dafür soll der Mann die Frau lieben, wie Christus die Kirche oder Ekklesia geliebt hat. Dann rennen sie zum Islam, wo ihr Mann sie in ein Kopftuch reinhaut und, äh, sie ab und zu mal ins Gesicht haut, wenn sie Widerspenstigkeit erwartet. Ja, kannst du auch nicht so pauschal sagen, machen ja ganz viele auch nicht. Aber sie dürfen das doch. Ja, ja. Ich gehe doch nicht nach jedem einzelnen Muslim, wo lande ich denn da? Ich gehe anhand ihrer Schriften. Ja klar machen sie das nicht. Natürlich machen sie das nicht. Aber sie dürfen es machen, das ist das Problem. Guck mal, vereintes Christentum, wenn ich morgen ein Gesetz rausbringe in Deutschland, dass du Kinder ab 0 Jahren heiraten darfst und du machst es nicht, ja, dann bist du ein guter Mensch, aber trotzdem darfst du das machen. Ich muss doch das Gesetz um den Menschen hinterfragen, der das Gesetz gebracht hat. Was du machst, interessiert niemanden. Guck mal, weißt du, was sich am Islam auch echt, ich sag mal, was mir Sorgen bereitet? Guck mal, das Christentum, ich gehe jetzt mal nicht von Freikirchlertum aus, die haben immer eine gewisse, eine gewisse Autorität. So, du hast immer einen, sei es auch die traditionellen Protestanten, die haben die Ältesten oder die Bischöfe oder so, wo du auch eine gewisse Lehrmeinung hast, die, die Schrift sind, befügt auch auszulegen. Und sowas gibt es ja nicht so wirklich. Du hast ja die Darstiebchen, die machen ihre eigene Auslegung, du hast die Markuidis, die machen ihre eigene Auslegung. Und das Problem ist ja, dass du auch nicht so eine Gallionsfigur, sag ich mal, hast, für den Herrn Jesus Christus, wo du sagen kannst, okay, ich kann nicht mit Christus rechtfertigen, dass ich hier ein paar Leute Nackentherapie mache, weil das hat er nicht gemacht so, ne? Aber sie finden für alles seine Rechtfertigung, oder? Ja, und das Ding ist auch für den Charakter von Mohammed, kann sich halt hinein, dir rausziehen. Und das ist das Gefährliche. Du kannst im Islam aus der Sunna und dem Koran jede Perversion, die du haben willst, kannst du dir rausinterpretieren. Jede. Jeder Anschlag, jeder Mord. Frauenhass, Kinder, Menschen, Essen. Das werde ich immer erwähnen. Oder hast du ein Elektroauto? Ne, ich habe kein Elektroauto. Ich habe nur eine kurze Frage, und zwar, ich habe nur eine kurze Frage, und zwar, diesen einen, der auch immer mit diesen Jakobus hinzudrin ist. Ja, okay. Kennst du den? Ich kenne den nicht. Also, ich glaube, Panischer, der sieht aus wie Panischer, ich weiß nicht, ob das Panischer ist, aber ich glaube schon. Ja, okay, okay, gut, was ist deine Frage? Meine Frage ist zu Galater 3, 13. Ich möchte mal TNT, ich möchte mal TNT. Ich möchte mal TNT, ich möchte mal TNT. Ja, okay, was ist jetzt meine Frage? Ich wollte jetzt fragen, also ist es laut eurer Bibel so, dass jeder, der am Kreuz hängt, verflucht ist? Ja, nee, Jesus war verflucht, ich verstehe das nicht. Warte mal, glaubst du, glaubst du, dass wir zwei Milliarden Christen glauben, dass Jesus verflucht war? Ach, das glaube ich nicht, aber da steht in der Schrift. Glaubst du, glaubst du, wir haben tausend Jahre gewartet, bis ein TikTok-Taha kommt und uns die Frage stellt, bitte? Also, ich habe das nicht gesagt, aber ich frage euch ja nur, ob ihr mir das beantworten könnt. Wenn nicht, dann alles gut. Okay, warte. Oder du bist stärker, als ich. Hä, das hat gar nichts damit zu tun. Warum, seid ihr immer so auf Stress? Ich frage nur eine einfache Frage. Alles gut, alles gut. Ich frage nicht umsonst, ich kenne dich. Ja, ich frage umsonst, ich frage umsonst, weil ich frage sie, ohne was zu bezahlen, ja nicht. Du sagst vor allem, man. Pass auf, pass auf. Da gibt es auch schon ein sehr, sehr schönes YouTube-Video dazu. Jesus hat in dem Augenblick, an der Stolzigung hat er nach Jesaja 53, nach unserer Auslegung der Schrift, hat er den Fluch der Menschheit auf sich getragen. In dem Moment, als er nämlich die Sünde von Adam, die in die Welt war, wieder gerade gebügelt hat, sage ich mal so. Und in dem mosaischen Gesetz steht, dass jeder, der am Holz hängt, quasi verflucht ist. Das bedeutet jetzt natürlich nicht, dass Jesus in dem Sinne verflucht ist. Das ist ein Scheinargument. Da gibt es auch noch eine bessere Erklärung dazu. Die kann ich dir gerne raussuchen, wenn du willst. Da müsst ihr aber jetzt einen Augenblick nochmal kurz auf meinem Rechner gucken. Die Sache ist halt, dass das eigentlich der Tod ist, den wir als Menschen verdient hätten. Dass wir verflucht wären? Bitte? Dass wir verflucht sind, ist das der Tod, den wir verdient haben? Das wäre der Tod, den... Hast du gesündigt? Ja, jeder sündigt, ja. Okay, gut. Nicht jeder sündigt. Jesus hat nicht gesündigt. Jesus hat seine Mutter weit genannt. Das ist nicht an der Sünde. Okay, okay. Wir sagen im Rosenkranz, Taha, sagen wir zu Maria, du bist gebenedeit unter den Weibern. So, bleib... Warte mal, warte mal, Bruder, Bruder. Bruder, nicht auf sowas antworten, weil es wieder ein atheistisches Argument. Du sagst, Jesus hat gesündigt, Taha? Ja, laut eurer Bibel, ja. Zeig mir aus deinem Koran, wo Jesus gesündigt hat, ja. Laut unserer... Ich habe gesagt, laut eurer Bibel, nicht laut unserer Religion. Nein, 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 zeig mir... Nein, wenn dein Koran sagt, Jesus ist kein Sünder, dann kann doch jede Schrift auf der Welt kommen und dein Koran muss doch für dich die höchste Autorität sein, richtig? Guck mal, natürlich, natürlich. Also, Khalas, sei kein... Ja, sei kein Atheist. Ganz kurz, ich bin kein Atheist. Ganz kurz, ich bin kein Atheist. Ganz kurz, ich bin kein Atheist. Atheist, ich sage auch, dass die Propheten alle keine großen Sünden gemacht haben. Da stimme ich dir auch zu. Natürlich, das sagen wir auch im Islam. Nein, 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 Mohammed hat gesündigt und Jesus hat nicht gesündigt. Allah sagt, die einzigen zwei Menschen, die nicht von Satan berührt wurden, sind Jesus und Jesus und die Heiligen. Eine Sekunde, eine Sekunde, warte ganz kurz. Warte, hier, Kaisa Gassim, der hat dazu auch ein Video gemacht mit diesem Galata 2. Diese Frage, diese Fragen, ja, ich würde mir die Mühe nicht mehr machen zu antworten. Du machst die Mühe, aber... Lies mal bitte, Lies mal bitte, Lies mal bitte, Lies mal bitte. Tut mir leid, ich wollte dich nicht untersprechen. Ich wollte dich nicht untersprechen. Nein, alles gut, erzähl. Lies mal bitte, Sahir Al-Bukhari, 27314. Ich kann nicht, ich fahre gerade Auto, ich kann nicht stehen. Lies, ich habe jetzt gerade, ehrlich gesagt, nicht wirklich Lust, das aufzuschlagen. Hast du vorlesen? Nein, du kannst, du kannst doch vorlesen, bist doch vor. Ja, okay. Warte ganz kurz, Lies mal bitte. Warte ganz kurz. Hat sich jemand die Nummer gemerkt? Vielleicht kenne ich das. Sahir Al-Bukhari. Nenn mal noch mal die Nummer da. 27313, war das? Hüfte Geburt, bitte. 31. Warte, 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 warte. Oh, ein langer, ein langer, ein längerer. Hat länger, das ist ganz kurz. Ja, was willst du uns mit, was willst du uns mit, weil du hast gesagt, Mohammed hat Sünden begangen und darauf wollte ich kurz eingehen, weil das stimmt nicht. Doch, das stimmt, dein Koran sagt, dass er Sünden begangen hat. In Koran steht, dass er Sünden begangen hat. Natürlich. Es geht doch so. Koran heißt es, vergib mir für meine zukünftigen Sünden und für meinen jetzigen Sünden. Wo steht das? Warte, ich fahre Auto, warte mal eins. Alles gut, ich habe Geduld, alles gut. Ich kann nicht so lange, weil ich muss gleich wieder zur Schule. Also, Sura 48, Vers 2 steht geschrieben, dass Allah dir deine Sünden vergebe. Wie kann Allah die Sünden von Mohammed vergeben, wenn er sündenlos war? Dazu steht, in Sura al-Mariyam steht geschrieben, dass, wie heißt es, ich mache es gerade alles so aus dem Kopf, dass, sinngemäß steht da so etwas drin wie, deine Nachkommen, Maria, will ich vor dem zu steinigenden Satan beschützen. Auch interessant, wie du den Satan steinigen willst, aber anscheinend geht das ja in Mekka. Also, ich habe sogar, guck mal, gerade geht zum Liefen bei Hadith, der hat sogar vorhin gesagt, dass Mohammed höher ist als Jesus. Habe ich nicht gesagt. Als Beispiel, aber er hat zum Beispiel vorhin gesagt, es ist, also eigentlich, Mohammed hat Sünden begangen nach Koran, also Sura, sonst erklär mir, Sura 48, Vers 2 gern. In Sahih al-Bukhari steht, warte, ich lese das vor. Bruder, willst du Hadith gegen Koran ausspielen? Oh, Koran, du hast mir keinen Vers genannt, wo es geht, dass Mohammed Sünden begangen hat. Du hast mir keinen Vers genannt. Sura 48, Vers 2. 48, sag mal nochmal. 48, Vers 2. Die ist die ersten beiden Verse der Sura 48 vor. Okay. Bruder, Sura 40, Sura 40. Bruder, ich habe auch danach noch weiter. Ja, es gibt viele Sura in dem Koran. Okay, hier steht, gewiss, wir haben alle einen deutlichen Sieg, wir haben dir einen deutlichen Sieg verliehen, damit dir Allah das von deinen Sünden vergeben wird, was vorher war und was später sein wird, und damit er seine Gunst an dem Fallende und dich auf den gerade Weg leitet. Wo geht das jetzt zu Mohammed? Ja, zu wem wurde denn der Koran offenbart? Zu Mohammed, aber das heißt, Okay, danke schön, danke schön. Es gibt ein ganzes, bitte, bitte. Warte kurz. Allah hat über Jibril zu Mohammed, dass dir deine Sünden vergeben werden und deine Nachfolge vergeben werden. Ihr schlackt den Tafsir von Ibn Kathir auf, da steht genau das gleiche drin, dass es mit Mohammed gemeint ist. Also, ganz kurz, dass es im Koran immer nur Mohammed geht, nur weil Mohammed ist offenbar, das stimmt gar nicht, weil es gibt ein ganzes Kapitel, was Sura Mariam heißt. Ja, da, er hat ja gerade den Tafsir genannt. Und deine Gelehrten sagen das auch. Das ist ein bekannter Vers, das ist jetzt nicht neu. Komm, ich mache mir den Tafsir jetzt durch und dann antworte ich auf Deutsch. Inshallah. Ja, Inshallah antworte darauf. Bis jetzt konnte mir irgendwie noch keiner darauf antworten. Ja, ich schluck den Tafsir aus, und dann sage ich dir das ja, ob es Mohammed schlug. Ich schlug den Tafsir. Jetzt aber gerade füge ich auf. Warte, ich schlug den Tafsir. Ja, ich schlug den Tafsir durch. Alles gut. Und in Sura 40, Vers 55, so sei Standtag, gewiss Allah verspreche ich zwar und bitte um Vergebung für deine Sünden und lobpreise deinen Herrn am Abend und am frühen Morgen. Und Mohammed hat 70 Mal am Tag um Vergebung gebeten bei Allah. Das kann ich dir auch gleich zeigen. 70 Mal am Tag. Okay, ich lese dir jetzt in Tafsir vor. Von wen ist der Tafsir? Warte ganz kurz. Ich schlug das kurz raus. Also, im Tafsir steht drin. Ich lese vor. Diese ehrenwertes Sura wurde offenbart, nachdem der Gesandte Allah im Monat Dull Al-Qadar im letzten Jahr der Hijrat aus der Gegend von Al-Hudabiyya zurückgekehrt war. Zu diesem Zeitpunkt hinderten ihn die Götzlinder daran, die Al-Haram Moschee zu erreichen. Um die Umrah durchzuführen, die er beabsichtigt hatte. Sie hinderten den Propheten damals, Mekka zu erreichen. Neigten dann aber zu Friedensverhandlungen ein. Es wurde ein Friedensvertrag beschlossen, der festlegte, dass der Gesandte dieses Jahr zurückkehren und dann im folgenden Jahr der Umrah zurückkehren würde. Der Bote stimmte zu. Einige der Gefährten mochten diese Begriffe jedoch nicht. Darunter auch Umar bin Al-Qadar. Wie wir so Allah will Ihnen Detail erwähnen, während wir diese Sura erklären, nachdem der Prophet seine Opfertiere in der Gegend, in der er angehalten wurde, schlachtete und nach allen der Diener zurückkehrte, offenbarte Allah der Ahabene und der Geehrte diese Sura über das, was zwischen ihm und den Götzlindern geschah. Ja, denn es ging nicht um Mohammed, sondern um darum, was zwischen den Götzlindern und ihm geschah. Nichts weiter. Allah erklärte den Al-Hubadaiya Friedensvertrag aufgrund der Vorteile, die der Frieden mit sich bringen würde und sich der daraus resultierenden guten Ergebnisse zu einem offensichtlichen Sieg. Abdullah bin Maas und andere Gefährte sagten, übertrachtet die Eroberung von Mecca als der Sieg, während wir uns der Vertrag ist und der bei Al-Hubadaiya beschlossen wurde. Also es geht immer um den Vertrag. Okay. Der Fährte, also, warte, 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 warte. Wer hat gewonnen gegenüber wem? Das geht noch nicht darum. Das geht auch gar nicht darum. Wer hat gewonnen gegenüber wem? Es ist 6 nach Ischra passiert. Wer hat gewonnen über wem? Es ging nicht darum, wer über wen gewonnen hat. Das steht hier auch nicht drin. Es geht darum, dass der Friere hat die Versuche. Das ist der Tafsir. Genau. Der Tafsir. Jeder deiner Gelehrte sagt, oh. Warte kurz, warte kurz. Jeder, dieser Tafsir geht über den Abschnitt. So. Am Anfang wurde es die Anfangsgeschichte erläutert. Wer hat über wen gewonnen? Warte kurz. Ich suche... Hast du gerade vorgelesen? Hast du gerade vorgelesen? Ich habe nicht gesagt, dass jemand über wen gewonnen hat, sondern ich habe gesagt... Das ist aus der Kontext der Suche. Umar ibn al-Khatta hat gesagt... Warte, ich suche das noch mal kurz raus. Ich muss kurz hochscore ein bisschen. Es ging gar nicht darum, wer gewonnen hat, sondern dass es ein Friedensvertrag in Hadabi-Yawa war. Ja, nee. Ja, das ist die Hintergrundgeschichte. Die Mohammedaner, die haben gegen die Kureish da gewonnen. So. In Mekka. Und wollten dann Umra machen. So. Das heißt, die Mohammedaner, die Muslime, wie ihr sie nennt, haben gegen die Mekkaner da gewonnen. So. Und jetzt steht in dem ersten Vers, wir haben die einen Sieg verläufen. Für wen ist der Sieg? Wer hat gewonnen? Ganz kurz, Sabbel. Ich lese den Test nochmal durch. Darf ich fragen, wo du den lest? Ja, ich kann dir den Test hier schicken. Das ist auf www.alim.org. Das ist eine Test-Liefe. Ja, da bin ich gerade auch. Da bin ich gerade auch. Okay. Also, hier steht, Al-Bukhari berichtete, dass Al-Bara bin Azim sagte, sie betrachten den Sieg als die Eroberung von Mekka. Was war in der Tat ein Sieg? Wir betrachten den Sieg jedoch als Pfand von Arvid Redwan am Tag von Al-Hurda-Weya. Damals waren wir 1400 mit dem Gesandten Allahs, Al-Hurda-Weya, hatte einen Brunnen, dessen Wasser wir verbraucht, ohne dass ein Tropfen Wasser darin zurückbiegt. Als die Nachricht von dem, was passierte, den Gesandten Allahs erreichte, kam er auf uns zu und setzte sich auf den Rand des Brunnens. Warte kurz, das ist, warte kurz, sorry, für dich nicht unterbrechen, aber das ist der Teil, den du vorhin schon mal vorgelesen hab, der ist dabei Alim.org einfach größer. Du kannst runter scrollen, bis zu diesem Teil, that alarm will forgive your sin in the past in the future. Okay, dann suche ich das raus. Das ist, du bist auf Alim.org, ne? Genau da. Pass auf, genau. The reason behind the revealing at Surat al-Fat. Hast du erst vorgelesen, richtig? Ja. Scroll jetzt mal runter, bis, äh, wie heißt es? Äh, bis zu diesem, äh, bis zu Surah 2. Wie meinst du genau? Ich hab's nicht verstanden. Äh, Bruder, vereintes Christentum, der Surah 47, Vers 19, ist doch viel genauer, oder? Dass es eindeutig Mohammed ist. Also, deins ist auch eindeutig. Deins ist auch noch eindeutig. Da ist nix eindeutig, aber alles gut. Da ist nix eindeutig. Jeder deiner Gelehrten, jeder, jeder deiner Gelehrten sagt es, du leugnst das. Hä, guck mal, hier steht, guck mal, du sagst, Surah 47, Vers 19, hier steht, wisse also, dass es keinen Gott außer Allah gibt und bitte um Vergebung für deine Sünde und für die gläubigen Männer und die gläubigen Frauen. Allah kennt euren Wandel und Aufenthalt. Da steht nix eine Sache über, dass ich Mohammed gesündigt hab. Da steht nur, dass die Gläubigen um Vergebung für ihre Sünden bitten sollen. Ja, aber da steht nicht, dass Mohammed Sünden begangen hat. Und jetzt, warum nicht, Sahih al-Bukhari, 5731, äh, 2731. Du bist, bleib, 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 da ist noch etwas falsch. Mach das mit ihm zu Ende. Mach das mit ihm zu Ende. Und dann ist gut. Jeder Gelehrte kannst du mir da nicht gucken. Alle sagen, alle Gelehrte sind das. Sagst du es nicht? Allah, die Muslimin darum bitte zu gehen. Du findest immer die höchsten Gelehrten? Sag ich nicht. Äh, nur es gibt um den Hadith, den ich gezeigt hab. Da steht, Alter, der Prophet Mohammed sagte, gewiss, ich habe keine Sünden und ich begehe auch keine Sünden. Bei Allah. Das ist, das ist der, das der Hadith. Ja, nee. Ja, der Koran steht über den Hadithen. Wir haben auch Hadithe, wo Mohammed... Du hast mir kein Vers gezeigt. Zeig mir ein Vers, wo... Lass uns doch mal eins nach dem anderen machen. Hallo, du redest doch mit Vereintes Christen, du bist nicht mit mir, ich verraute. Schnapp so, schnapp so. Entschuldigung, ich hatte kurz Anruf. So, wir waren immer noch bei Sura 48, ne? Sura 48, 40. Pembo da bleiben gerne. Sehr, sehr gerne. So. Okay, ich hab jetzt den, äh, ich hab jetzt das gefunden zur Sura 48, ups, nee, Sura 48, Vers 2. Genau. Das genau, das genau, das genau, das hab ich jetzt gefunden. Warte, sollen wir zusammenlesen? Pass auf. Ich hab's jetzt übersetzt extra. Ich kann's dir laut verlesen. Dass Allah dir deine Sünden der Vergangenheit und der Zukunft verzeihen möge, enthält eine der besonderen Tügendinnen des Gesandten und niemand sonst teilt diese Ehren mit ihm. Es gibt keinen authentischen Hadith, der sagt, dass irgendjemand außer dem Gesandten aufgrund guter Tagen Vergebung für alle seine vergangenen und zukünftigen Sünden verdient hat. Dies ist in der Tat eine große Ehre für den Gesandten Allah, der die Anforderungen an Allahs Gehorsam, Gerechtigkeit und Geradledigkeit auf einem Niveau erfüllt hat, was in früheren Generationen von kleinen Menschen übertroffen wurde. Okay, das hat mir eigentlich gerade selber die ganze Sache erklärt. Hier steht, warte. Lass mich mal, kann ich mal kurz das Wort haben? Eine Sekunde bitte. Lass mich mal kurz reden, bitte. Eine Sekunde, guck mal. Sura 47, Vers 19. Ich hab jetzt aufgemacht. Tafsir ibn Abbas. Also wisse, oh Mohammed, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Es gibt niemanden, der schadet oder nützt. Es gibt oder zurückhält, bla, 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 bla. Und wisse, dass es nichts gibt, was den verdient hat. Es gibt keinen Gott außer Allah. Also genau. Und bitte um Vergebung für deine Sünden, oh Mohammed. Stimmt. Als der Seid Ibn Ali Samin verbrückelte, der Juden, bla, bla, bla. Lass mal Tafsir ibn Abbas zu 47, Vers 19. Okay, erst mal. Da sagt Allah zu Mohammed. Das steht auf koranx.com. Ich benutze die Seite. Ganz kurz in den Testen, den ich gelesen habe. Hier steht noch. Mohammed ist der perfekte Mensch und der Anführer und Oberhaupt der gesamten Menschheit in diesem Leben und im Jenseits. Und da er ihm gegenüber der gehorsamste von Allahs Geschöpfen war und immer sein wird, um Allahs Gebot und Verbote am meisten achtete, sagte er, als seine Kamilstuhte darauf verstand, niederzuknien. Daraufhin sagte er, He who stopped the elephants has stopped her too. Danach hat er gesagt, Nein, wir lesen Koran. Willst du jetzt die Hadith über deinen Koran stellen? Das ist der Koran. Das ist der Tessir zum Koran. Buddha, warte mal. Welche Tessir? Das ist Tessir von Sura 48, Aya 1 bis 3. Aber das war dann Aya 2. Lass mich dir eine Frage stellen. Du hast gerade vorgelesen, dass Mohammed der beste Mensch ist und deswegen wurde ihm zu Ehre, dass er all seine Sünden erlassen hat. Das ist falsch. Das ist falsch. Hier steht drin, hier steht drin, ich lies nochmal vor. Lies doch mal, was du gerade ganz genau vorgelesen hast. Ich lies nochmal laut vor und dann kannst du diesmal ein bisschen besser zuhören. Hier steht Mohammed ist der perfekte Mensch und der Amtführer und überhaupt der gesamten Menschheit. Was hast du da vorgelesen? Okay. Blende mal das Sein da. Mach mal die Kamera an. Okay, ich zeig euch das. Ich hab das jetzt in Google-Übersetzer eingesetzt. Ja, ne, ich hoffe, dass es jetzt nichts schwierig ist. Kannst du Englisch? Ja, ich kann Englisch, aber ich dachte mir, damit man das noch besser verstehen kann, ne? Hast du von Alim.org oder von wo? Von Alim.org, genau. Warte, ich hab hier Alim.org offen, wenn du willst, können wir das zusammen auf Englisch lesen. Okay. Jetzt, scroll da runter. Warte, da. Warte, guck, äh. Lies, ab hier. Warte, warte, warte. Ich kenne mich da, aber ich gucke. Warte, ich gucke. Ich gucke, das ist gerade bei mir. Also, jetzt. Einen Moment kurz. Alas ist nett. Ich hab mich nicht so 10 Minuten Zeit, dann muss ich los. Wir haben jetzt ein Döschchen. Ähm. Bruder, ich hab auch die gleiche Suche offen. Warum finde ich das jetzt gerade nicht? Warte mal. Scroll mal hoch ab ganz Anfang. Warum ist das bei mir anders? Genau das Gleiche. Verify, scroll bist du runter? Ja, 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 weiter, weiter. Das ist das Gleiche. Dann hier. Weiter, weiter, weiter. Dann runter, runter. So, stopp, stopp, stopp. Last night was revealed to me, dear, that is life made for 10. You may forget your sins of the past and future. Albufari and theme, die diesmal war. Äh, Ali und Al-Mardini commented with a good chain of narration. Äh, immer mach mal, ich folge, wenn Anas, den Manik zählt, dass I have a view to the prophet, dass Allah made for me through a sin from the past and the future on his return to, äh, zu dieser Städter bei der Neukhaner. Das heißt, zu wem wurde diese Suche offenbar? Jedes Mal zu Mohammed. Jedes Mal. Auch das ganze Kapitel war zu Mohammed offenbar. Wer, 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 wer ist mit diesem Vers gemeint? Wer ist mit dieser Suche gemeint? Meint, dass Allah dir deine Sünden vergebe. Wer ist in diesem Vers gemeint? Die Menschen, die die Gläubigen sind, sprich, die Menschen, die an Allah und seine Gesandten glauben. Das heißt, nur weil es ihnen offenbart wurde, heißt es nicht, dass Allah damit Mohammed, sallallahu alayhi wasallam, meint. Nein, weil sonst könnten wir darauf ausgehen, dass Mariam alles um Mohammed ging, was gar keinen Sinn ergibt, weil es um Isa, alayhi wasallam ging. Es ging mir nur darum, guck mal, hier unten steht, Mohammed is the perfect human being and the leader and chief of all mankind in this life and the hereafter. Also, Mohammed ist der beste Mensch und der beste Anführer von der ganzen Menschheit in diesem Leben und in jenseits. Glaubst du das ehrlich? And since he was and will always be the most obedient of Allah's creation to him and the most honoring of Allah's commands and prohibition. He said, wenn, ja, das kann man kurz auslassen, also, und seit er es, und da er es war und es immer ist, war er der, der gehorsamste von Allah's Kreationen und der, der am meisten Allah's, Allah's Gesetze und seine Regelungen beachtet hat. Nicht Isa Alayhi. Ja, wo steht, wo steht jetzt, dass er keine Sünden hat? Hier steht, dass er die meisten, hier steht doch, dass er die meisten, das ist der Tessit, den er genannt hat, wo er sagt, dass Mohammed Sünden begangen hat. Es macht aber trotzdem null Sinn, Bro. Ich weiß, dass es da unten steht, aber es macht trotzdem keinen Sinn. Aber, Bruder, warte mal, hat er nicht zu, du hast doch Vers 1, äh, Vers 2 gesagt, oder? Ja. Ja. Und da steht auch direkt, er hat, er hat Vers 1 aufgemacht. Nein, er hat Vers 1 aufgemacht. Das ist 1 bis 3, der feste zusammen. Das ist alles zusammen. Ja, ne? Aber hier steht, dass Mohammed, der der am meisten, gegenüber Allah gehorsam war und der der am meisten, Allahs Gesetze beachtet hat und seine Reden sind. Vereintes Christentum, mach mal bitte Sura 47, Vers 19 auf und dann auf koranx.com Tafsir Eben Abbas zum Beispiel. Da steht das ganz klar drinnen, O Mohammed, Guck mal, ich habe gar keine Zeit, mit dem Ganze switchen, weil ich habe noch Ja, aber guck mal, dieses, äh, es ist kein switchen, diese Sura ist an Mohammed, alle deine Gelehrten sagen das öffentlich, auch Abu Barat gibt es Videos, wo er das sagt, dass du, was du hier machst, ist, äh, du legst dein Buch auf, obwohl du das nicht auslegen darfst. Hier steht, da zu meinen Sura 47, Vers 19, wisse also, dass es kein Gott außer Allah gibt und bitte um Vergebung für deine Sünden und für die gläubigen Männer und die gläubigen Frauen. Allah erkennt euren Wandel und euren Offenheit. Ich such den Test hier noch. Ich such den Test hier noch. Ja, ich such den Voranix. Vor allem hier steht auch bei Sahih International So know, O Mohammed, that there is no deity, so, and ask for your, äh, Warte, du hast was ausgelassen. Lies vor, lies bloß vor, lies alles vor. Du hast, du hast es Lügen, du hast es Lügen, dein Arschlo. Lies, du, lies alles. So you know, Mohammed, that there is no deity except Allah and ask forgiveness for your sin. Your sin. Eeeh, oder? Ich such den Test hier raus. Ich such den Test hier raus. Natürlich, guck mal, natürlich wird in den Tafis immer irgendwo stehen, Mohammed ist der Beste, der Tollste. Aber Bruder, jetzt mal im Ernst, glaubst du ehrlich, Mohammed ist das Beste Vorbild der gesamten Menschheit? Also ganz kurz, das was du vorgelesen hast, das was du vorgelesen hast, ist nicht der Test, sondern was ist der Vers. Ja, was ist der Vers? Ganz kurz, ganz kurz, aber ich, äh, ich suche dir einen richtigen, einen richtigen gelehrten Schala raus. Wer kennt diesen Hadith, wo selbst Mohammed sagt, Geschwister, wo selbst Mohammed sagt, wenn jemand sagt, ich bin besser als Jonah, der ist ein Lübner? Stimmt, ja. Wie kann Mohammed der beste Mensch der Welt sein, wenn er von sich selbst aus sagt, ich kann nicht der beste Mensch sein, weil Jonah besser ist als er? Wie kann er der beste Mensch sein, wenn ein kleines Kind zur Frau und wartet bis die neun ist, obwohl, was heißt warte, der Samen wird geküttet werden, damit er auf die Frau darf. Das nimmst du den besten Menschen, der wird mit deinem Ernst. Ganz kurz, ich versteh dich ganz schlecht, Menschen für Schafi, wie Jesus. Ich weiß nicht, ich versteh dich richtig schlecht, ich versteh gar nichts. Ich habe dich gefragt, dein Prophet selbst, Mohammed, selbst sagt, wie kann man mich dem besten Menschen der Welt nennen, wenn Jonah besser ist als ich? Der, der sagt, ist ein Lübner. Wo steht das? Das ist in einem Hadith. Kannst du mir nennen? Muss ich vielleicht kurz mal gucken, aber die Geschwister müssen... Ich such den gleich raus, ich hab den. Der Bruder muss das noch haben. Da sagt selbst ein Prophet, wer mich, wer sagt, dass ich besser bin als Jonah. Hier, warte, 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 ich sag dir, ich sag dir, ich sag dir. Wer sagt, dass jemand besser ist als Jonah oder Magda ist ein Lübner. Wo steht das? 4606? 4604. 4604, aha. Warte. Mach mal deine Kamera, aber auch, dann auch. Hier. Verstehens. Da geht's im Noach, Noah, Jonas, Jonah, Harim, Aaron und Salomon. The Prophet said, to ever say I'm better than is a liar. Jetzt frage ich dich, ist Ibn Kathir dann auch ein Lübner, weil er sagt, und Rommel ist der Beste und der... Kann ja nicht beides richtig sein. Warte, warte, ich suche... Das ist eine Sai Haditha, ne? Also das... Ja, ich weiß nicht. Ich hab den Haditha... Mach da... Aber Paha, darf ich die eine ehrliche Frage stellen? Abseits werden wir jetzt die ganze Zeit das aufschlagen, oder so. Du musst das gerne raus. Glaubst du allen Ernstes, dass Mohammed für alle Menschen das beste Vorbild ist? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Das glaube ich mit Liebe. Also du glaubst, wenn alle den Lehren von Mohammed folgen würden, dass wir denn auf der Erde Frieden und so weiter hätten? Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Es wird nie Frieden auf dieser Welt geben, weil diese Welt ist von Anfang an verflucht. Ich sage nur, dass Mohammed sallallahu alaihi wasallam der beste unter seinen Geschöpfen war. Und der beste in zukünftiger Geschöpfen sein. Wer wird... Okay, dann hab ich auch mal eine Frage an dich. Egal. Jungs, ich hab nur noch zwei Minuten. Ich muss dann los, weil ich geh zur Schule. Ja, alles gut. Such den Hadith raus. Such den Hadith raus. Ich sag dir jemand, der andere Leute umbringen will, weil sie ihren Glauben ändern, der ist nicht der beste Mensch der Welt. Das ist deine Meinung. Jeder hat eigene Meinung. Du sagst, Jesus ist der beste Mensch, der Mohammed sallallahu alaihi wasallam ist. Der beste Mensch. Aber ich sage, Jesus sagt mir, sie ist ja nicht. Man kann sich darüber streiten, aber ob man sich jetzt darüber streiten will, dass du wirst deine Meinung haben, ich würde meine Meinung haben. Aber dann kommen wir auch bitte nicht mit dem Aisha Argument, weil das ist einfach nur peinlich, wenn man damit kommen würde. Das ist nicht peinlich. Weißt du, warum es peinlich ist? Du weißt, warum es peinlich ist? Du weißt, warum es peinlich ist? Menschenfischer? Kannst du mir mal... Nein, das ist für mich nicht peinlich, weil eine 6-jährige, ein erwachsener Mann, eine 6-jährige zu heiraten, mit ihr Geschlechtsverkehr zu haben, das ist peinlich als der beste Mensch der Welt. Guck mal. Das ist das peinliche daran. Weißt du, was ich peinlich finde? Abu Bakr, Abu Bakr hat die Ehe erlaubt. Abu Bakr war der Vater von Aisha, radiallahu anha. Wenn der Vater es selber erlaubt hat, dass die Frau, dass seine eigene Tochter geheiratet wird, warum beschwert ihr euch 2.700 Jahre danach? Ja nicht, woher habt ihr überhaupt das Recht, euch darüber zu beschweren? Weißt du, warum er das verlaut hat? Abu Bakr wollte es nicht. Abu Bakr war der Gegend. Abu Bakr hat es erlaubt, Adiwi. Er hatte keine andere Wahl. Er hatte keine andere Wahl. Abou Bakr hatte keine andere Wahl. Zeig mal! Zeig mal! Wie zeig mal! Habibi, es ist einfach... Wenn man Mohammed widerspricht, Taha, wenn man Mohammed widerspricht, ist man denn noch ein Muslim? Ja, natürlich. Nein, also... Wenn ich Mohammed widerspreche und Mohammed will etwas von mir und ich sage nein, Prophet, bin ich dann noch ein guter Muslim? Wenn man Mohammed widerspricht, ist man natürlich ein guter Muslim. Aber wenn ich als Abu Bakr sagen würde, Aisha bekommst du nicht. Als Beispiel. Wenn ich sage, nee, ist nicht so. Ist schon nah zum Mutat sein, ne? Wo hat das dann Abu Bakr gesagt? Abu Bakr hat gesagt, warum willst du die denn haben? Also ich gebe zu einer die... Als Mohammed zu Abu Bakr ging, ich nenne dir den Warte, als Mohammed zu Abu Bakr ging und an die Hand von Aisha gefragt hat, war die erste Reaktion von Abu Bakr, aber ich bin dein Bruder. Er hat nicht gesagt Juhu, er hat gesagt, aber ich bin dein Bruder. Okay. Und jetzt? Weil er jetzt sein Bruder... Das heißt, dass er... Pass auf! Ich gehe zu meinem besten Freund hin und ich sage, ey, ich will um die Hand deiner Tochter anhalten. Aber Abu Bakr und Mohammed waren die beste Freunde. Und dann sagt der beste Freund zu mir, wenn der sich freut, dann sagt er, natürlich, ich freue mich, ey, ich mache Hochzeit, dies, das. Aber dann sage ich doch nicht, aber du bist mein Bruder. Ja, ne. Also, sag so, wie es ist sein, bitte, wo das steht. Ja, alles gut, aber eigentlich, ich muss jetzt los, weil ich habe genau gleich Unterricht. Okay. Geh los. Aber lass uns, lass uns in Schahallah wann anders reden. Lass uns in Schahallah wann anders reden. Äh, dann kann man ja nochmal expliziter so reden, weil ich habe echt gar keine Zeit zum Leck hatte. Sehr gut. Alles gut, alles gut. Alles klar. Super. Dann lass uns wann anders reden, ich komme nochmal gleich. Darauf blätier mal auf deine Vernunft. Wie bitte? Und erhebt doch mal diese Einstellung, dass eine sechsjährige zu heiraten... Alles gut, Bruder. Ja, ne. Komma, Mensch in Schah, ihr habt, guck mal, ihr habt keinen Hack darüber zu urteilen, ob das jetzt moralisch verwerflich ist oder nicht. Wenn der eigene Vater es erlaubt hat. Ja, aber unter welchen Umständen hat er es erlaubt? Die Frage ist, unter welchen Umständen hat er es erlaubt? Wurde er bedroht damit, dass er sie heiraten sollte oder was und was passiert? Nein, das ist nie passiert. Er hat die Hochzeit erlaubt. Die Hochzeit wurde vollzogen nach drei Jahren. Fertig ist? Ja, ne. Ich verstehe nicht mal, warum man darüber diskutiert. Ja, alles klar. Da, wir hören uns. Gottes Segen. Lass mal, wir reden. Ja, wir hören uns. Wir hören uns in Schahallah. Wir reden dann nochmal. Schönen Tag euch noch. Oh, so. Ciao. Alles klar. Ciao. Warte mal kurz. Lass mich noch kurz eine Sache sagen. So. Er sagt, das ist kein Problem. Oh, okay. Okay, Tayyip, gucken wir mal, was hier Imam Ananawi jetzt gesagt. Ähm. Warte. Imam Ananawi sagt. Ähm. warte, war das warte, ich suche jetzt gerade raus auf jeden Fall sagt einer von denen ich meine entweder in Sahih Muslim oder in Feth al-Bairi stand das, dass sie auch ihre Menstruation erst zu der Schlag von Chaiber bekommen hat ja ne, euer bester Mensch euer bester Mensch der Welt hat mit einer mit einer vorpubertieren heutzutage minder das soll das beste Vorbild sein, nach dem uns alle richten ich sag euch, was das beste Vorbild eines Propheten sein soll alleine das Reich Gottes verkündigen und gar nicht mit solchen Sachen wie Sexualität groß aufeinandersetzen das ist doch nicht die Aufgabe eines Propheten Frauen dingy dingy zu machen Amen da steht in Feth al-Bairi Band 10 also Buch 10 Seite 544 steht das drinne von Ibn Hajar al-Sqalani er schreibt drinne, dass er bei der Schlacht um ich hab das als PDF schon fertig geschrieben ich bin glaube ich dabei das ist ja auch eine Schlacht bei Tabuk ja, bei der Schlacht um Tabuk hat Aiche noch mit 15 mit Puppen gespielt jetzt werden Muslime sagen ja, es gibt Menschen, die spielen mit 30 mit Puppen ok, Chalas zu Zeiten von Mohammed von Mohammed hieß Scharia und unter der Scharia Mohammed war die beste Scharia, die existierte war es mit Puppen so lange erlaubt zu spielen bis du noch keine Menstruation hattest ab der Menstruation bist du islamisch gesehen erwachsen und hast ein Puppenspielverbot somit war Aiche mit 15 noch nicht reif so, alles mit Quelle Punkt aus hier ist einer mit arabischer Schrift ich kann dir jetzt jetzt so 10 Hadithen nennen wo Aiche selber sagt, sie war 6 Jahre alt was machen wir dann, mein Freund? äh, Top 1, willst du was sagen? willst du reden? na ja, gleich dann kannst du sagen was? äh, komm doch mal hoch bitte komm doch mal hoch bitte das war aus Vaseg komm doch mal hoch bitte stell doch mal ne Anfrage warte, ich geb dir mal oder man muss heute aufpassen weil sie kommen sie kommen hoch und dann musst du aufpassen ja, aber jetzt mal ehrlich habt ihr gemerkt wie der so safe also, der schlägt den Tafsir auf und da steht ganz klar erst drin ne, dass diese Aya zu Mohammed offenbar worden ist also, dass sie an Mohammed und seine Companions gewinnt jeder sagt das dann steht dazu noch da unten drin äh, ja, aber Mohammed ist trotzdem der beste Mensch als Verteidigung ohne überhaupt ein Hadith dazu anzugeben also, also, Ibn Kathir sagt das einfach so ohne die Sunna dabei sprechen zu lassen und dann schlagen wir seine Sunna auf und dann steht drin ja, nee, wenn jemand sagt ich bin höher als das dann ist er ein Lügner danke, Ibn Kathir ist ein Lügner der hat das gerade gezeigt äh, nicht nur Ibn Kathir er hat so, er hat so ein Lügner und dann lass mal bitte diesen Bruder, das ist leugendig, wir wissen doch äh, ich block es achso Bruder, äh, keines Grüßentum äh, jeder weiß, dass da Mohammed gemeint wirklich jeder keiner leugnet das aber der Euro-Shisha-Issus da ist jeder ein Gelehrter da muss man aufpassen deswegen äh, danke für deine Mühe ich hätte gekeckt wenn ich ihn zeige, er leugnet, ich kicke ich hab keinen Nerven dafür, Bruder ich habe keinen Nerven mit ihnen über ihre Quellen zu debattieren weil entweder ist es so oder ist es nicht so aber du hast ja den Nerven aber ich glaube, der hat gerade echt ein bisschen angefangen mit zu zutaten ja, vielleicht kommt er nochmal und der Bruder, Aiche ist mein Meisterthema also ich hab da hier, der Bruder Menschenfischer hat meine PDF Bruder, 30 Seiten hab ich hart-Tiefe und Fortwas und Rechtsurteile zum Thema Aiche 30 Seiten, die hab ich im Kopf also um dieses Thema mit mir zu debattieren da muss man schon vorbereitet sein ja, da hab ich selbst geschrieben deswegen hab ich den Kopf äh, in Schure äh, 4 24 stattdorf, dass man mit äh, dass man Frauen, die ähm, in Kriegen ähm, gefangen genommen wurden dass man die heiraten darf, obwohl sie verheiratet sind und dass man mit den Staaten darf genau, das ist die sogenannte Zeit Sure 4, Vers 24 ist das, ja kennt ihr weißt du, was ich immer sage zu diesen Leuten, die sagen, dass mit Aicha 6 und 9 stimmt nicht ich zitiere immer Abolwara ja ne, ich schäme mich, ne Aicha überlieferte ja Säge oder imamTV hat das geleugnet, ne oder die leugnen oder imamTV, das ist zu krass, ne die haben mich direkt blockiert direkt blockiert ich hab nur gesagt, ich geh nicht bei Leuten hoch die Wenden, die Judikative hätten mir den Kopf abschlagen würden nur das hab ich gesagt, sie haben uns direkt blockiert auf all den Kanälen wie gesagt, ich hab jetzt viel Ekel auf die Lügner-TV aber ich, ich geh nur hoch bei denen oder ich geh nur hoch, ich trinke ich noch ich hab 15 Hadithe, die bestätigen, dass Aicha 6 Jahre alt war 15 Stück alles und das wollen die alles leugnen sogar sei ein Muslim sogar sei ein Muslim die das bestätigen Bukhari steht es ja, Bukhari gibt es ohne Hände auch was ich am lustigsten finde, ist die sagen ja, Mohamed ist der beste Mensch wie gerade ich schon gesagt habe mit Jona die sagen ja nicht nur, dass Bukhari ein gut Mensch auch Mohamed zitieren die als Lügner weil Mohamed selber ja sagt wenn mich besser sieht, da ist Jona, der ist ein Lügner somit sagen die Mohamed lügt, weil er ist besser obwohl Mohamed sagt er ist nicht besser komisch Vereinigte Christentum, der ist kein Shia, der ist Sunni dieser Typ Bruder, wenn er Sunni ist guck mal, ich hab nichts dagegen, wenn Leute kein Plan haben verlegen, wenn er keine Religion ich verstehe dich schlecht Bruder aber wenn du sagst, wenn du sagst, dass das nicht stimmt dann gibt es dein eigenes Sunni das ist ja kein Problem wenn der Typ nichts antworten möchte, stumm dem weil er macht ja nur noch Unruhe hier lad ihn mal ein lad ihn mal ein ab der soll aber, der will ja gar nicht hoch ich hab ihn ja gefragt, würdest du hochkommen er hat geschrieben, nö ich kann ihn nicht einladen, Bro, ich habe selber eine Antwort umstehen Bruder, komm, wir lesen, wir können auch Bibel lesen mit Herz, ich liest dir alles vor Oh, Elwedin ist drinne der mich letztens dafür gesorgt hat, dass ich gestummt werde bei seinen Leuten Elwedin Bruder, das ist der größte Jahil, ne der hat ja von gar nix seinen Namen ich weiß, ich weiß, der war ja dabei, wo dieses eine arme Mädchen da, ähm, hier, zum Islam kommentiert ist und dann, wo die meinen Namen gesehen haben, ey, blockier den, stumm den, schnell, stumm den ich sehe nur Kommentare, stumm den ich sag, ey, was hab ich gemacht, ich hab doch nur eine Einladung geschickt, dass ich nach oben gehen kann das arme Mädchen retten kann alle, alle schreiben da, stumm den, stumm den und der war auch dabei, der hat auch geschrieben, stumm den ich kannste den noch nicht mal, ich weiß noch nicht mal, wer das ist ich weiß nur, dass er da oben war komm, Elwedin komm, mein Junge, komm mal hoch äh, Top 1, willst du noch was fragen? willst du noch was sagen? äh, Fragen hab ich nicht, aber, ähm, vielleicht später nochmal, hab ich vielleicht paar, ähm, Vers und so, die ich nur mal, ähm, sagen kann hast du Fragen zum Christen? ja, komm hoch, bitte was sagen hast du Fragen zum Christen? äh, ne, hab ich nicht okay Gottes Segen, der Bruder Gottes Segen Leute, eine Stunde, da hab ich tausend Kilometer geklappt Boah krass, das ist echt krass hast du Diesel, oder womit fährst du? oder ich fahr mit Bus ach so also ich, ich bin, ich hab Diesel, ja ich fahr jetzt nicht Bus Bus, sondern ich fahr Transporter ach so, ach so Bruder, mein, äh, mein Wagen machte so Faxen in letzter Zeit auf einmal geht der Blut nicht mehr Audi aber so diese neue, wo du nichts mehr reparieren kannst wo du komplett tauschen musst ja, ja aber ich hab schon 170.000 mit dem abgerissen was hast du für ein Auto drin? 2.0 TV Ultra ja, gut aber ich hab den gechippt auf 225 PS du kannst den Blinker nicht tauschen, du musst scheinbar vom Komplett tauschen ne, ich hab das im höre Schwester, dankeschön nicht im Scheinwerfer hab ich das ich hab das in, äh, küsst doch dein Herz äh, in, in Dingens, in, äh, wie heißt es, äh, Wortschristin Schalter, Schaltrelais, Blinkerrelais ja, diese, diese, am, am, am Spiegel da diesen, dieses Zeug da LED ja, ja, aber das Ding ist, die Lichter funktionieren aber irgendwie die Kontakte nicht, jetzt muss ich die ganze Spiegel abnehmen, boah, gar keinen Bock ja, das ist mein Beruf, nix zu mir ich krieg seinen christlichen Preis von mir das Geile ist auch, letztens hat so ein Ibrahim, der hat einfach in das Auto von meiner Frau, der hat richtig reingetreten, als er besoffen war mit Polizei und so weiter mit Polizei und so weiter ehrlich? ja, der war besoffen, der hat, der hat mich in den Wagen getreten was der mein Fahrrad da hinten ja, der, der ist halt irgendwie ja, der ist halt irgendwie was hast du denn? das war meine Tochter ach so, für Gottes Segen ja, Polizei ist das vielleicht kriegt man was für sie von denen, keine Ahnung ja, möge, möge möge Allah die Deutschen rechts leiten, auf jeden Fall dass wir bessere Zustände kriegen in diesem Land ja, schon so oder guck mal, ich bin ja selber Migrant ich wohne auf dem Dorf wir haben hier keine Ausländer in einer Kleinstadt so eine kleinere Kleinstadt 80.000 Einwohner wir haben hier gar keinen wir haben hier 0,7 Prozent Ausländeranteil wie 0,6 ist meine Familie hier 0,6 Prozent wir haben hier keine Kriminalität wir können hier die Türen offen lassen wir haben keine Vergewaltigung wir haben keine Morde wir haben keine Hand wir chillen unser Leben ich würde nie in eine Großstadt ziehen oh, Duisburg, Bruder, nein Bruder, ich wohne in NRW Niemals Duisburg Niemals Duisburg Duisburg ist verloren NRW ist verloren NRW ist komplett verloren, Junge LRW ist bloß Berlin ist verloren Bayern wird fallen jetzt bleibt nur noch der Osten, Leute kommt in den Osten zu mir schönen Bibelunterricht, Koranunterricht ich hau bald in die Schweiz, Bruder Echt? Ja, Bruder Aber da ist doch Schweiz Du auch schon verloren Frankreich ist verloren 60 Prozent 60 Prozent in der Schweiz Albanischen Schweizer die da leben sind alles Christen oder 70 Prozent Das stimmt tatsächlich die ganzen die meisten Christlichen Albaner sind alle in die Schweiz gegangen Schweiz ist gerettet, Bruder Schweiz ist gerettet egal was ist wir sind da Bruder Bruder, wo ist Skanderberg? Holt den wieder zurück wir brauchen ihn Ich würde den gerne hier haben, Bruder aber leider funktioniert das nicht Ich empfehle Polen Ja, Polen und Ungarn ist super Polen und Ungarn ist super Wenn die Deutschen einfach nach Polen reisen würden Polen ist so ein krönes Land eigentlich wir haben so viel Lust mit ihm Polen ist einer mit der einzigen europäischen Rektor die keinen Terroranschlag gehabt haben in den letzten Prozessen Ja, warum Polen? Oder warum Polen? Ja, warum Polen? Ja, wir haben auf dich Ja, bitte Okay, äh, ich hatte ja vorhin ich glaube ich war vorhin bei euch drin kann das sein? Kann sein Weiß ich nicht Ich glaube ich war Ja, Leute Okay, ich hatte vorhin eine äh, kleine Diskussion mit dem ich weiß gar nicht wer das war irgendeiner von euch war das hat gemeint, äh das war ja das mit dem Lügen vom Propheten wo du doch gesagt hast, dass ja, einer also der Prophet wurde äh, so als Lügner prophezeit und so weiter und so weiter Ich habe jetzt ein bisschen, ähm ich habe jetzt ein bisschen recherchiert ich habe ein bisschen nachgeschaut äh, was ist wenn ich euch sagen kann dass sogar in der Bibel der Name unseres Propheten ähm sogar prophezeit also mit namentlich Okay, komm, wir suchen Okay, warte, warte, erzähl mal bitte Zeig mal Soll ich dich groß machen? Er kommt jetzt, wir zeig mal nochmal Ich weiß Nein, nein, ohne Spaß Soll ich dich groß machen? Du bist ja ganz aufgeregt Atme tief durch Atme tief durch Atme tief durch Soll ich dich groß machen? Chill doch kurz, Alter Ich bin grad grad deswegen Aber nicht wohl der Polizei hoffentlich Nein, nein Jetzt Jetzt Alle festhalten, Leute Ich bremse schonmal mit meinem Bus Guck mal, dass du Bescheid weißt es ist keine Debatte oder so Ich will es euch nur versuchen zu zeigen Jaja, alles gut Alles gut Ihr könnt mir gerne sagen Ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher Ob ihr das vielleicht schon mal gehört habt Aber ich kann es euch mal jetzt versuchen zu sagen Also Ähm Schaut mal ganz kurz Wenn ihr, äh Kann einer zufällig in Google drin Weil ich bin draußen grad Kann einer vielleicht in Google reingehen? Ja Ja erzähl Erzähl doch einfach Ich warte Okay Okay Äh In Jesaja Äh Ein Moment ich schau mal ganz kurz nochmal nach Ich hab's mir aufgeschrieben Deswegen ganz kurz eine Sekunde Jesaja Jesaja hat er schon mal gehört Ich sag mal Jesaja auf Okay Jesaja 42 Vers 1 Ohhhh Das hat noch keiner gehört Jesaja was hat er gesagt? 1 2 42 Kennst du den Kontext von Jesaja 42 1? Ja jetzt warte doch Es geht doch nur darum Dass jetzt auf jeden Fall mal der Name von unseren Propheten draufsteht Weil es einer zufällig wie der äh Wie ein anderer Ein weiterer Name des Propheten ist von uns Meinst du Ahmad? Da geht es um Ja genau Da geht es um Ein falschen Propheten wie Jesaja 42 1? Okay das kannst du mir gleich nochmal erklären aber jetzt erstmal warte mal Ähm Ehm Ein Moment Jesaja 42 Vers 1 Ich kann dir sagen dass der Name Achmed sogar drin steht Kann einer Buch übersetzt reingehen? Es geht da um einen falschen Propheten? Bruder lass ihn, lass ihn, lass ihn Der wurde namentlich erwähnt Lass ihn, lass ihn seine Hoffnung haben Bruder Ja ich werde es versuchen von mir Und danach könnt ihr es gerne nochmal erklären Also Jesaja 42 Wenn einer Google übersetzt reingeht Und von Deutsch auf Hebräisch statt Achmed eingibt Also auf Deutsch Achmed Ich habe leider jetzt kein PC dabei Äh Vereintes Christentum Ich habe doch recht ne Jesaja 42 1 geht es ja um diese falschen Propheten der Prophezeitwelt Okay das will ich jetzt nochmal sehen dann Wenn du so sagst dann will ich das nochmal sehen Einen Moment Ja lies doch mal Jesaja komplett 41 Lies doch mal 42 komplett Ich kann doch jetzt nicht bei Autofundi komplett vorlesen Ja ja dann kein Problem warte ich schau jetzt kurz nach und dann kann ich Du hast das Video von Pass auf Du hast bestimmt das Video von Serge hat ich gesehen Wo er die Ja genau Bruder ich kenn sogar nicht Der hat's doch perfekt Bruder der hat's doch perfekt beschrieben dann Nee der hat das komplett Der hat's nicht komplett Der hat's nicht komplett Der hat's nicht komplett Der hat's eigentlich eigentlich geschossen damit Wenn er das mal komplett verraten Ja ok dann erklär's dir mal Ok dann erklär's dir mal Pass auf Es gibt ein 17 minütiges YouTube Video Wo er schon komplett auseinander genommen wird Alles mit Tränen Welches Video kann ich's mir dann anschauen? Äh gib einfach ein Jesaja 2 Wählt mich Mohammed aufgeteilt In der Bibelfragezeichen 17 Minuten kannst du den geben Und danach wirst du dieses Argument liegen lassen Ja das ist kein Problem Ok dann werde ich's mir geben auf jeden Fall Dann werde ich mich schon Sehr gerne Weil wenn du sagst Weil wenn du sagst Das geht in dem Vers musst du ja auch gleichzeitig sagen Wenn es zu den Namen aufdauern geht Und einfach nur einen Vers nehmen und zu sagen Ja das nehme ich jetzt Das ist halt irgendwie Schwach So Ok wie hieß es nochmal nochmal Sorry dann schreibe ich's mir kurz auf Gib einfach alles gut alles gut Gib einfach ein Jesaja 2 Wie hieß es nochmal dann schreib ich's Jesaja 42 Doppelpunkt Mohammed prophezeit in der Bibel Fragezeichen Ok alles klar Ich werd's dann auf jeden Fall Fragezeichen Alles klar Ich werd's mir das geben Sehr gerne Ich werd mir das anschauen Sehr gerne Alles klar Dann Tschau tschau Vielleicht könnt's dir jetzt auch erklären Aber das Das mei ist ein 17 Minuten Vortrag Wo das auch ganz Wie geht ganz tief Da auch rein in die Thematik Äh Ja gut ja Also schaffst du es nicht jetzt zu erklären Und dann würdest du ganz kurz einfach von dir Kann's ja auch erklären Aber ich glaube das wird da kompakter Und besser gemacht Als ich das jetzt aus dem Schegleif gerade könnte Ok aber du hast ja gesehen das mit dem Dings Aber du hast hundertprozentig ja gesehen Dass das Äh Achmed Äh Und das hebräische davon Äh Also im hebräischen perfekt eins zu eins passt Ja ok 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 In Jesaja 42 Äh 41 Vers 8 in dem Kapitel davor steht zum Beispiel Auch Doch du mein Diener Israels Also Äh Mohammed Israels Oder was Willst du dann sagen Was das heißt Ok Wie gesagt dann schau ich es mir einfach nochmal an Weil Wenn Wenn ich mich Wenn ich nicht davon überzeugt bin Kann ich mich ja nochmal bei dir melden Als Beispiel In Jesaja In Jesaja 20 Vers 3 steht Mein Diener Mein Knecht Jesaja In Jesaja 22 Vers 20 steht Äh 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 Diener Israel Es zieht sich aus allem Äh 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 Im Kontext Eine Frau Die besungen wird in einem Gedicht Also indirekt hat man den Propheten zu einer äh Transfrau gemacht und ihren eigenen Propheten beleidigt Da muss man immer selber aufpassen was man sagt Ja Ja Vor allem Warte mal kurz Warte Vor allem Guck mal In Jesaja 42 Also Jesaja 42 zu nehmen Um damit Mohammed zu beweisen Ist halt kompletter Nonsens Weil guck mal Das ist unehrlich In Jesaja 42 Äh 19 zum Beispiel Wirst du auch lesen Sowas wie Mein Diener Mein Bote Rasul Muslim Kannst du dir da auch so mäßig Zusammenreiben mit So Aber wenn du dir den Kontext Durchliest Weißt du ganz genau Warum Sertaj Dieses Argument nicht bringt Weil er ganz genau weiß Wenn er ein bisschen weiter liest Fällt das alles komplett in sich zusammen Die ganze Zeit Ich werde den Kontext dann mitlesen Wie gesagt Du hast recht Ja ich habe es von ihm gesehen Ich werde den Kontext auch lesen Und wenn ich immer noch nicht davon überzeugt bin Komme ich ja vielleicht nochmal hoch Sehr gerne Ja ich mach das Dankeschön Alles klar Bruder Warum dachte ich Im Jesaja 42.1 Geht es um Einen falschen Propheten Oder war das ein Jesaja Auf jeden Fall Im Jesaja steht auch Was bekommen Einen falschen Propheten Aber nicht in Jesaja 42.1 Ok Nicht das habe ich verwechselt Welchen Welchen Kapitel Ich lese mal vor Und dann wird auch ganz klar sein Dass damit niemals Womit gelesen sein kann Oder ich weiß es Ich kenne das Video aber Ich Wenn Das Video geht auf die hebräische Textthematik ein Und da mein hebräisch nicht so gut ist Habe ich ihm lieber das Video gegeben Da steht zum Beispiel sowas drin Er schreit und lernt nicht Und seine Stimme ist nicht in der Gasse erscheint Das geknickte Rohr zerbricht er nicht Den glimmelnden Dorn löscht er nicht aus Ja er bringt wirklich das Recht So Auf seine Weisung wartet die Insel Du sprichst Gott der Herr Der den Himmel erschaffen hat Und auf die Erde Also es macht gar keinen Sinn Um blinde Augen zu öffnen Was hat Mohammed gemacht? Er hat blinde Er hat die Augen Er hat Leute erblinden lassen So Das macht gar keinen Sinn Das ist oft Ich bin der Herr Das ist mein Name Jahwe Das ist mein Name Steht im Vers 8 zum Beispiel Jahwe kommt nicht einmal im Koran Ich überlasse die Ehre die mir gebührt Keinen anderen nicht den Ruhm der Götzen So Warum kommt der nicht Also in Isaiah 42 soll Mohammed prophezeit sein Aber in Vers 8 verdient Allah sein 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 Wort Und das weiß er nicht mehr Sein Sein Das ist eingeroffene Leute Können sie sich an Doch Dann geht es weiter Um die Macht Gottes Und das neue Lied Der taube Knecht Und Vers 18 Und so weiter Aber es macht gar keinen Sinn Ich kenn das Video von Zerpatsch Junge Die schauen ein bisschen imam TV Und War es auch traurig Ich wusste sofort was seine Quellen sind Das war Wahnsinn dass du das gesagt hast Und als er Ja sagte dachte ich mir Oh nein Der hat einen Schock bekommen Ein bisschen hat er schon einen Schock bekommen Dass ich einfach wusste woher er das hat Ja Als ob ich es mal her sehen könnte Johannes 5 Vers 30 Da kannst du mal sagen Pia Vogel Und jetzt bei Isaiah 42 kannst du sagen Sertac Ja Gut das Wenn wir Quellen bringen wir sagen Bukhari Muslim Die sagen Sertac und Pia Vogel Das ist der Unterschied Bruder Zwischen ihnen und uns Und Abul Barra redet ja nicht kurz Bruder weißt du wie viele Hadiths ich schon gefunden habe Die Abul Barra falsch zitiert Oder nicht komplett zitiert Fällt dir auch auf dass Abul Barra Zum Beispiel immer nur sagt Das steht in Bukhari Und gar nicht sagt wo Ja Er sagt nie wo Ja da war Bruder da war einer bei mir Er hat es auch genau so gesagt Und ich habe gesagt wo Weil es war eine Lücke Es gibt diesen Hadiths Und ich sage wo steht das Ja ich habe das gehört von einem Gelehrten Ich so dann geh und frag deinen Gelehrten wo das drin steht Wenn du es kommt Ich spreche dich Adam Sie sagen Ich darf sie nicht die Nummer Weil sie die Hälfte zitieren Ich habe so viele Videos abgespeichert Irgendwann wenn ich Zeit habe werde ich Abul Barra wieder auf Youtube Und Pia Vogel vor allem Pia Vogel ist eh das Schlimmste Da werde ich alle Hadiths die sie kommen Weil ich finde diese Hadiths Ich habe dieses Christum erklärt Dass es gab einen Irgendeinen der Sahaba Der meinte der Steinigungsverschlieb nicht mehr im Koran Warum hat dieser Sahaba das da nicht in den Koran reingeschrieben Wollte sagen Pia Vogel Ich habe diesen Hadiths gefunden Das ist nicht irgendeinster Aber da ist Omar al-Khatab der 2. Kalif Und was sagt Omar al-Khatab am Ende diesen Hadiths Ich hätte es reingeschrieben Wenn die Leute nicht gesagt hätten Omar hat eine Hinzufügung zum Koran gemacht Ich hätte es reingeschrieben Seht ihr das wie sie lügen Aber wir finden diese Lügen langsam Stück für Stück Deswegen mein Youtube-Account muss wachsen Und dann werden wir immer diese ganzen Sachen hinter mir überlegen Wie viele Follower hast du schon von Youtube, Bruder? Ich weiß nicht, Bruder Ich habe seit ein paar Tagen nicht geguckt, wie es ist Aber dank dem Internet, Bruder Internet zerstört den Islam Stück für Stück Ja, aber Leute kommentieren nicht aufgrund unserer Argumente Sie gehen zum Islam wegen Gefühlen Weißt du, das ist ja das Schlimme Wegen Gemeinschaft Du kannst ihnen zeigen was du willst Aber was für positive Gefühle hat der Islam, dass man nicht dahin geht? Also da, ich weiß es nicht Oder guck mal, wir sind ja raus Weil wir kennen ja alles vom Islam Uns kriegen sie ja nicht mehr Aber Leute, sie erzählen ja denn über irgendeinen Schwachsinn Einen Islam, den es gar nicht gibt Den erzählen sie Wieso erzählen sie eigentlich nicht denn Ja, wir dürfen auch da die essen Jam, 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 jam Ich hab mir das gerade noch mal ein bisschen angeguckt Ich kannte das Argument schon Ich kannte das Argument schon Aber ich hab's das gerade mal ein bisschen aufgepasst Digga, da geht's Also wenn du das halt auf Mohammed beziehst Musst du halt konsequenter sagen Konsequenter wein sagen, dass Mohammed das Licht der Nationen ist Das ist Mohammed was, Bruder, ich hab dich nicht gehört Das Licht der Nationen ist Das Licht der Nationen Mohammed das Licht der Nationen Hier Saga 42 auf Mohammed beziehst Mohammed ist das Licht der Nationen Was ich am lustigsten finde Die Bibel ist verfälscht, glaube ich Aber suchen ihren Propheten da drin Dann auf einmal ist die Bibel nicht verfälscht Bruder, ich muss einfach nur wissen In welchem Zeitraum wurde die Bibel verfälscht? Ja Bei vor dem Kummeranschriftrollen oder danach? Zur Zeit von Mohammed Warum hat Mohammed gesagt, man muss an das glauben Was vorher abgesagt wurde An das Evangelium Und an die Tora Bruder, wenn ich die Allmächtige Gott fähre Ich würde jedes Mal in dieses Buch schreiben Ist verfälscht, ist verfälscht, ist verfälscht Glaubt da nicht mehr dran Und nicht einmal Ja wehe denen, die das und das machen Digga Bin ich lost? Bin ich die Menschen zurecht halten? Oder bin ich die ihre Fähigkeit? Und dann, Herr Vereintes Christenum Warum haben wir noch den Hadith aus Bukhari Wo Allah Direkt Waraka ibn Nawfal befiehlt Die Evangelien auf Arabisch zu schreiben Also waren sie jetzt nur verfälscht? Warum befiehlt es Waraka? Und warum spricht Waraka direkt zu Mohammed? Warum spricht Allah Entschuldigung Direkt zu Waraka aber nicht direkt zu Mohammed? Das wollte ich auch gerade fragen Wer ist denn jetzt der Prophet? Ist das jetzt Waraka der Prophet oder Mohammed? Warum hat Waraka gestorben Es hat Mohammed keinen aufbauen Warum drei Jahre lang? Die Frage Schickt ihnen dann bitte eine Anfrage Wegen Bibel auf Griechisch und so weiter Ich werde den das gerne aufbauen Bruder, ihre ersten Schriften sind auf Arabisch Was wollen die von dir? Mit Griechisch Nein, es kann ja auch sein, dass es einfach nur ein Kirchisch ausfragen wird Ja Bruder, ich bin ein bisschen radikal geworden Das stimmt Dieses TikTok hat mich fertig gemacht, sicherlich Die Bibel damals wurde auch, weil die Leute selber nicht... Bruder, man hört dich nicht Bruder, man hört dich nicht Du musst näher am Mikro kommen Bruder So, ist jetzt besser? Ja, viel besser Ja, ja Okay, also die Bibel damals wurde von den Aposteln verfasst auf, also das Neue Testament wurde verfasst auf Griechisch, weil das damals die Sprache war, die die meisten Leute gesprochen haben Und wenn du heute zum Beispiel, ich gebe dir so ein Beispiel Wenn du heute zum Beispiel eine Nachricht hätte für die ganze Welt, würdest du sie auch nicht auf, ich sag mal Plattdeutsch formulieren, sondern du würdest sie auf Englisch formulieren, weil halt die meisten Leute heute Englisch sprechen und deswegen wurde damals das meiste auf Griechisch geschrieben Die alten Apostel, also die allerersten Apostel und die Nachfolger, sie haben sogar beim Alten Testament auch die griechische Übersetzung des Alten Testamentes, die Septuaginta benutzt, die damals von Juden für Juden auch gemacht worden ist, weil die Juden damals selber Probleme hatten mit der hebräischen Sprache, weil viele in der Vertreibung in der Diaspora gelebt haben und die hebräische Sprache damals fast am Aussterben war Später haben sie dann ja auch vokalisiert, Althebräisch ist ja jetzt auch nicht mehr das heutige Hebräisch Und deswegen haben die alten Nachfolger Christi, die haben die ersten Apostel und so, sie haben mehrhaltig eher die komplette griechische Übersetzung benutzt, weil damals die meisten Leute halt einfach griechisch gesprochen haben Aber Jesus hat natürlich zum Beispiel auf dem Kreuz, da sind zum Beispiel auf drei Sprachen steht Jesus von Nazareth, König der Juden, Inri, einmal auf Hebräisch, Aramäisch und was Latein oder Griechisch, ich weiß Gott gar nicht Apostel Paulus zum Beispiel, der zitiert auch aus der Septuaginta und das war ein Pharisäer Jude, der konnte höchstwahrscheinlich hebräisch und griechisch damals Um es kurz zu machen Warum kommt der Typ jetzt nicht hoch, der gerade die Frage gestellt hat, Super Panda Er hat geschrieben, er ist draußen speziell, ich kann das Deswegen, aber ich wollte ihm das einfach schon dreimal Ey, wenn die mich heute nicht zweimal Dings gemacht hätten, ich hätte dort hunderttausend Likes erreicht Aber gut, meine Zuschauer, hunderttausend, das hätte mich nicht hoch gemacht Alles gut, Gottes Segen dir Äh, ich kenne ihn nicht, Rose Ich weiß nicht, wen du magst, ich kenne ihn nicht Ich kenne keinen, der den Dings heißt, ich weiß nicht, wen du magst Aber bitte, jetzt mal ganz im Ernst, wie kann ich wirklich in 2023 glauben, dass Mohammed das beste Vorbild für die Menschheit ist? Die müssen das glauben, Bruder, die müssen das glauben, sonst sind sie raus aus dem Islam Oder ich kann doch nicht glauben, dass der beste Mensch sagt Wenn du nicht, äh, wenn du wieder meine Religion verlässt, dann sollst du auf Lebzeiten getötet werden, Digger Ja Was meinst du, warum die Gebote nicht im Koran steht Wie bitte? Was meinst du, warum die Gebote nicht im Koran steht Ja Er war ein Sünder Ja, natürlich Du sollst nicht töten, du sollst nicht ehebrechen Du sollst den Feiertag bzw. damals den Sabbat heiligen Der Herr, dein Gott ist der Herr alleine Monotheismus Äh, du sollst nicht lügen wieder deines Nächsten Du sollst nicht deines nächsten Hauses, deines nächsten Marktes etc. begehren Habe ich was vergessen? Du sollst nicht ehebrechen töten Hier was habe ich vergessen Ich habe sie nicht in Reihen voll Stehlen hast du gemacht? Du sollst nicht stehlen Stehen habe ich vergessen, genau Du sollst nicht stehlen Ja Super Panda Mohammed hat alles gebrochen Er hat geklaut Er hat den Menschen Geld geklaut Er hat den Menschen ihren Reichtum geklaut Er hat den Menschen die Menschen geklaut Das heißt, er hat Kinder geklaut Er hat gelogen Er hat das Lügen in der Ehe erlaubt Er hat das Lügen im Krieg erlaubt Er sagt, Krieg ist Lügen Er hat den Sabbat hat er komplett Also oder Feiertag gibt es ja nicht Außer Ramadan Das ist alles weggefallen Er hat alles zerstört eigentlich Alles was sie über Jahrtausende Bestand hatte Kommt er und sagt alles ist falsch Das was ich sage ist richtig Und das sagt zu ihm sogar ein Engel Noch nicht mal Allah persönlich Das ist ja das Das ist ja das allergeilste Wie schon der Bruder sagte Zu den anderen sagt er redet Allah persönlich Aber zu Mohammed nicht Und wie will man jemanden überzeugen Wenn man so fanat ist Wie meinst du? Die meint damit, dass wir so gegen Mohammed sind Aber wie kann man Oder Warum soll ich einen Galgen Der mich eventuell selber umbringt Warum sollte ich den anbeten mäßig? Ja Oder Oder Nicht anbeten Sagen wir Sagen wir Sagen das Super ist Und das beste So Hallo zusammen Ich bin zuhause Jetzt kann ich Jetzt Kann ich nochmal reden Ohne 50 mal atmen zu müssen Eine Frage an dich Du bist jetzt nicht wach auf oder? Oder Wake up oder wie die heißt Entschuldigung Entschuldigung Wer bin ich? Wer soll ich? Was ist das? Wach auf oder wie? Du hast mehrere Wach auf Nein 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 Ich bin aus der Schweiz Weiß nicht ob die Person auch aus der Schweiz ist Nein Alles gut Du bist das nicht Alles gut Die Stimme war leicht ähnlich Deswegen hab ich dich gefragt Alles gut Euch geht's gut? Ja Dank dem Herrn Ja Schön So Eben das mit dem was ich geschrieben habe Wie will man jemanden überzeugen wenn man so vernarrt ist ins Negative Zu unserem Also meinem Propheten Mohammed Kannst du mir was Positives nennen von deinem Propheten Mohammed? Dass wir nicht so vernarrt sind ins Negative bei ihm? Da ich mich recht frisch auseinander sehe ich bin Muslim geboren und aufgewachsen Jedoch setze ich mich erst jetzt mit dem Glauben so auseinander und da weiß ich noch wenig Deswegen ich bin jetzt hoch gekommen weil ich denke dass das funktionieren wird dass man hier respektvoll miteinander reden kann Und ja Ja alles gut Pass auf Wenn du willst Wenn du willst Ich kann dir Bilder von Ich kann dir Bücher von Ahadith schicken Von Ich hab auch noch Deutsche Tafsire Kann ich dir alles schicken Kannst du dir selber durchlesen Und dann Nachdenken Und Ja Ob das das beste Vorbild für die gesamte Menschheit sein soll Der unser Prophet Super Vater Ich kann schon reden Jedoch muss ich beachtet reden weil mein ich repräsentiere nicht den ich Samen Weil ich also ich bin Muslima Jedoch nimmt mich nicht als äh Vorbild für die Muslimas Alles gut Deswegen kann Weil ich hab in den Kommentaren jetzt gelesen nicht mal eine Sache Das ist aus Schutz zu mir selber Da ich äh Einfach ähm Nicht äh Was Falsches Falsches sagen möchte was man dann mit Versteht ihr was ich meine? Alles gut Alles gut Alles gut Lieber nichts sagen als Falsches sagen Der Bruder Lieber nichts sagen als Falsches sagen Genau Super Panda Der Bruder Urban will nicht was fragen Ja bitte Ist Mohammed Ist Mohammed Ein allzeit Eine kleine Sekunde Bei irgendjemandem ist es voll laut Das versteht man Ja Entschuldigung Entschuldigung Alles gut Alles gut Nur damit ich besser verstehe Ist Mohammed für alle Muslime ein ewiges Vorbild? Ja 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 Würdest du nach deinem Vorbild Dein sechsjähriges Mädchen an einen 53-jährigen Mann verheiraten? Die Erlaubnis bekommt er ja nicht von sich selber und nicht von den Eltern von dem Kind Die Erlaubnis hat er von den Allmächtigen bekommen Soweit ich das so verstanden habe Warum Du bist damit konform Dass dieser Gott namens Allah Eine Ehe zwischen ein sechsjähriges Mädchen Was körperlich unreif war Und die haben zwei authentische Sahih-Hadisse Wo ihre Mutter sie verzweifelt mit Essen messen musste Damit sie diese Nacht mit ihm aushält Würdest du das mit deinem Gewissen vereinbaren? Und was würdest du heute zu einer Ehe sagen, die genauso ist? Eine Gegenfrage können wir hier mal einen kleinen Cut Nicht weil ich nicht will Versteht mich absolut bitte nicht falsch Nur ich müsste mich um das Thema besser belesen So dass ich besser antworten kann auf diese Frage Okay Kannst du mir bitte privat schreiben Weil ich habe darüber eine Arbeit geschrieben Eine dreißigseitige Arbeit Wo ich alle islamischen Quellen zu diesem Thema habe Alle Auch mit anderen jüngeren Mädchen Auch mit Babys Alles Und du kannst ja mal ein Bild davon machen Und ob du dann noch sagst Der Islam ist meine Religion Ich würde dir das per E-Mail schicken Ich habe darüber eine Doktorarbeit geschrieben So ja Das hat der Bruder Alles deine islamische Quelle mit Quellenangabe Genau Über dieses Thema mit Quellenangabe Das ist doch alles was da drin steht In deinem sunnitischen Islam In den Büchern Ja Ist das jetzt die Quelle Kommt das vom Koran Koran und Sunnah Wie ist im Koran steht Wie bitte? Koran Surah 65 Vers 4 Wo da steht Dass du dich von Frauen scheiden lassen kannst Die aufgrund ihres jungen Alters noch keine Menstruation haben Da hast du im Koran Die Kinderehe und natürlich Koran Und auch die Sunnah des Propheten Ja alles Von Weltmachet Alles Hast du im Koran da? Ich habe es hier ja Ja Was würdest du dazu sagen Wenn dein Koran Kannst du mal bitte Warte Was würdest du sagen Wenn dein Koran Oder wenn Gott zu uns Christen zum Beispiel Oder zu Atheisten oder so sagt Dass das die schlimmsten Geschöpfe Also schlimmer als Affen, Schweine etc. sind Würdest du sagen Das ist von Gott? Könnt ihr mir das Damit ich das nachgucken kann? Ja gerne Weil es ist ja nicht nur Es ist ja nicht nur das Lesen Von einer Eier Von einem Abschnitt Es ist ja auch das Vorher und Nachher Lesen Ja ja Was vorher drinsteht und nachher drinsteht Und ich will wie gesagt Hier nicht groß diskutieren Alles gut Ich will niemanden überzeugen Lure 8 Vers 55 Alles gut Einen kleinen Moment Also denke du es könnt eventuell Richtig besser belesen Also denkst du es könnte eventuell Richtig Ich will nicht Falsches sagen Also ich weiß nicht Wo hier das Problem ist Ich bin ja Ich sag hier mit Respekt Dass ich hier auf jeden Fall Sura 8 Entschuldigung 8 Vers 55 Vers 55 Klein Mensch Moment Gewiss Gewiss die Gewiss Die schlimmsten Tiere bei Allah sind die Die ungläubig sind und auch weiterhin nicht glauben Ja Geschöpfe Ich weiß nicht Welche Übersetzung hast du? Die Übersetzung ist Ich habe es mit anderen verglichen Und die Übersetzung Und die Übersetzung sollte eigentlich richtig sein Also hier steht wirklich Nein Ich meine von wem ist die? Weil Boah Dieser Koran ist einfach mit Übersetzung Ist ja von Bubenheim zum Beispiel Von Bubenheim Von Bubenheim ist zum Beispiel eine sehr bekannte Übersetzung Also ich habe bis jetzt nicht ähm Gefunden Man hat mich mehrmals gefragt Aber Ich habe leider nicht äh Den Autor gefunden Wer ist die Die müsste glaube ich An der ersten Seite stehen oder nicht? Keine Erst oder letzte Seite Vereintes Christentum Was? Ich bestelle mir den Mufti Meng Koran jetzt Das letzte Das letzte Update Wenn ich unbedingt da bin Von Koran Aber hast du gesehen Wie die den alle fertig gemacht haben Die ganzen Salafis Die so Mufti Meng Nie wieder was von Das ist Katastrophe Oder 70 Euro kostet der Koran Der ist nicht flüssig Also ähm Eben Äh Ich habe euch vorgelesen Was bei meinem drin ist Ja Also Eigentlich geht es ja um Geschöpfe Also Tiere Passt nicht wirklich Wenn du die äh Arabische Sprache auch da anguckst Das kann man zwar auch sogar wechseln Mach ich dir nochmal auf Einen Moment Die schlimmsten Die schlimmsten Geschöpfe Also Wir sind ja auch Geschöpfe Das heißt Wir sind äh Schlimmer Ja War das jetzt Sura 8 ne Ja Gewiss Ja genau Zwischen Meine Herren Lüge Darf ich Für die Sendung Überlesen Die Leute für uns ertrinken Oder ähm Solange die Schwester das liest Da gibt es bald ein Mufti Menk Bukhari Und ein Mufti Menk Muslim Und dazu Bestell dich dann auch Ja Eben Ich muss ja Nicht weiterlesen Also das steht in meinem Koran Mit der deutschen Übersetzung Kannst du Arabisch leider nicht? Nein Leider nicht Hallo Gottes Segen Hallo Gottes Segen Gottes Segen Ähm Super Panda Ich habe eine einzige Frage an dich Und danach ähm Können die Geschwister mit dir weiter reden Ähm Eine Frage an dich Allah und der Satan Sind das äh Wie soll ich sagen Sind das Feinde? Arbeiten die zusammen Oder arbeiten die gegeneinander? Ähm Ähm Das was ich gelernt Ich gehe wieder aus dem Aus der Perspektive heraus Was ich gelernt habe Ne? Wie ich es verstanden habe Weil ich möchte wirklich nicht angegriffen werden Aber sonst Alles gut Wie du es verstanden hast Okay Super Dass wir uns einfach nur hier verstehen Das ist mir einfach respektvoll Ähm Wie ich das verstanden habe Die Arbeit Darf ich vom Ursprung her gehen Damit ich es besser erklären kann Oder Geh vom Ursprung Alles gut Wie du es am besten erklären kannst Erklär es mir bitte Also im Islam war der ja der Satan Ähm Der war ja Djin Mhm Djin Ihr kennt das Wort Djin Die Übersetzung Ihr wisst was das ist Djin Djin sind Wesen aus der alt-arabischen Heidentum Die Woran kein Christ oder Jude jemals glaubt Aber Ihr glaubt daran Ich weiß Ihr wisst was das ist Ja Ja es sind Fabelwesen aus dem alt-arabischen Heidentum Ja Meine Frage war Ob ihr wisst Dankeschön Ja ich weiß was es sind Sie sind aus Feuer erschaffen Wir können auch Feuerlos Also Rauchlosem Feuer So Richtig Genau So Und Ähm Dann wurde ja Adam A. Wurde Wurde er ja erschaffen Der Mohamed der Prophet hat das gesagt Ja Könnte also Wo das drin steht habe ich noch nicht gelesen Okay So Warte kurz Aber Es liegt immer noch in den Händen Allahs Wo ich hingehe und Zu wen Ich verbannt oder belohnt werde Also Zurück zum Ursprung meiner Aussage Also Denkt ihr nicht Dass Ähm Unser Prophet Ein paar andere Storys kopiert hat Aber Keiner sagt zum Beispiel Dass Adam ein Prophet war Ist egal Mach weiter Bei euch ist das so erschaffen Okay Wir schwingen gerade aus meiner Frage raus Ja Nein Ich will ja weitergehen Mach einfach weiter Mach einfach weiter Red einfach Und Ähm Da wurde Da hatten ja diesen Baum Aus dem sie nicht essen durften Oder Überspringen wir die Story Mhm Dann musste sich ja die Äh Musste sich ja Satan Äh Verbeugen Vor Satan Vor Adam Wie meinst vor Adam Entschuldigung 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 Mhm Auf Schweizerdeutsch ist ein bisschen einfacher für mich Aber ich Dankeschön Ja alles gut Dafür sind wir da Wir helfen dir Vor Adam musste er sich niederwerfen Das hatte er verneint Und somit wurde er Ähm Wurde er Ähm Warte Wurde er Wurde er Gegen Darf ich mal fragen Kannst du bitte nochmal lesen Kannst du aber bitte nochmal lesen Diesen Fels 855 Ja Was sagt der da? Kleiner Moment bitte Wurde der Ding eine komische Übersetzung da Die Die Engel sollen sich vor Adam niederknieten Richtig? Ja Aber der Satan war ja bei Äh Bei Allah Also er war ja Ähm Er war ja einer der höchsten Äh Von den Jins Er war ja Auf Umgangssprache gemeint Er chillte ja mit Äh Äh In den Himmel Genau Er war ein Feuerwesen Wichtig? Er war ein Feuerwesen Und Gott sagt Die Engel müssen sich vor Adam niederknieten Aber warum wurde eigentlich Äh Iblis bestraft? Weil er ist ja kein Engel Er hat doch nichts Falsches gemacht Wenn ich jetzt in einen Raum gehe und sage Alle Frauen bitte aufstehen Und der Mann bleibt sitzen Wieso bestrafe ich den Mann dafür? Das macht ja gar keinen Sinn Äh Iblis war zu dem Zeitpunkt auch äh Auch da Er war ja Ja aber er war ja kein Engel Im Koran steht ja Im Koran steht ja Das stimmt der Bruder hat da recht Das habe ich ganz vergessen Im Koran steht ja Äh Und alle Engel sollten sich niederwerfen Außer äh Außer äh Außer äh Iblis Der tat es nicht weil er war ein Dschinn Äh Er hat ja nicht gesagt alle Dschinn und alle Engel sollen äh Genau Iblis hat ja nichts Falsches gemacht Wo steht das drinnen? Warte ich kann es raus Das hast du doch gerade vorgelesen Suche 7 Vers 11 Das war was anderes Das war was anderes Warte ich such dir raus Ich such dir raus Hier Suche 7 Vers 11 ist das Ähm Alles gut ich lese es hier Lies mal auf Deutsch gerne Weil ich will wissen was du für eine Übersetzung hast Suche 7 Vers 11 Ja Und wir haben euch ja erschaffen Hier auf Äh Hier auf haben wir euch gestaltet Hier auf haben wir euch äh Wir zu den Engeln gesagt Werft euch vor Adam nieder Da warfen sie sich nieder außer Iblis Er gehörte nicht zu diejenigen die sich niederwerfen Ja und ich meine Warte es ist dann Richtig war doch okay Aber was hat jetzt Iblis falsch gemacht Lies ein Vers weiter Da weißt du was er falsch gemacht Ja das war ich wollte gerade weiterlesen So Äh Er Allah sagte Was hat dich davon abgehalten Dich niederzuwerfen Als ich es dir befahl Er sagte Ich bin besser als er Du hast mich aus Feuer erschaffen Ihn hast du aber aus Sorry Aus Lehm erschaffen Weiter Er Allah sagt So geh fort von ihm Es steht dir nicht zu darin hochmütig zu sein So geh hinaus Gewiss du gehörst zu den gering geachteten Ja aber was hat Iblis jetzt falsch gemacht Weil er war ja kein Engel Aber die Engel sind ja so erschaffen Dass sie äh äh Gott gehorchen Also sie können nicht nicht gehorchen Ja okay das ist in der islamischen äh äh Mythologie so Aber warte mal Wenn Engel Wenn Engel nur das machen was Allah genau macht War es dann auch Allahs Wille Dass Mohammed erst sich komplett erschrocken hat Als er die erste Offenbarung bekommen hat Ey sorry du müsstest dich wiederholen Ja Urban ist ein bisschen laut Ähm Die Sache ist ja Guck mal Da wird ja gesagt Werft dich vor Adam nieder Und sie haben es alle gemacht Außer äh äh Außer ähm Iblis So Und er hat es ja zu den Engeln gesagt Werft euch nieder vor Adam Aber Iblis ist ja gar kein Engel Verstehst du was ich meine? Er hat aber sein Ja Ich komm gleich danach Ja Und wenn du sagst Engel tun nur das was Gott will Und die können gar nichts anders machen Also sie sind quasi nur so sture Diener Was wir äh Was wir nicht glauben Ähm Glauben meines Wissens nach auch nicht die Juden Ähm Dann äh Macht es ja auch irgendwie keinen Sinn Weil dann sagt man ja indirekt Dass es Gottes Wille war Dass zum Beispiel Mohammed bei der ersten äh Offenbarung Kaum Luft bekommen hat und total erschrocken war vor Gabriel Ähm Dass er ihn da zu Boden Also da war es Da war es Gottes Wille Er wurde gewirkt Oder Er wurde gewirkt Ja ob der jetzt gewirkt ist oder nicht Lassen wir das mal außen vor Dann war es alleine Gottes Wille Was da in der Höhle mit Mohammed passiert ist Äh Ich weiß nicht auf was äh Auf was du hinaus möchtest Achso Kennst du nicht die Geschichte wie Mohammed seine erste äh Offenbarung bekommen hat? Hallo Entschuldigung Ich hatte ein Telefon bekommen Sorry Alles gut Weißt du wie Mohammed seine erste Offenbarung bekommen hat in der Höhle? So Jetzt funktioniert alles Okay Weißt du wie Mohammed seine erste Offenbarung in der Höhle In der Höhle bekommen hat? Nein die Geschichte Ich habe mich noch nicht auseinandergesetzt Aber das wäre mein nächstes Ziel Okay Mach das Ihr schreibt jemand Allah hat Iblis in die Höhre geleitet Steht im Koran Bruder schreibt mal wo Genau Ähm Meine Frage wurde bis jetzt noch nicht richtig beantwortet Stimmt Was hat zwei Fragen Die arbeiten nicht miteinander Äh Allah Er Der Satan Arbeitet gegen Ähm Also So wie ich das Wie ich die wieder aussehe Also Iblis Also der Shaitan Satan arbeitet gegen Allah Ja Der hat auch damals nicht gehocht Und hocht auch jetzt Äh Der will ja dass der Dass die Menschen in die Ehre geleitet werden Okay Kannst du mir einen Gefallen tun Kannst du Suche 19 Vers 83 aufschlagen Und dann mal für uns 19 Suche 19 Ayat 83 Bitte Kleinen Moment Alles gut Der Bruder hat auch schon geschrieben Suche 7 Vers 16 Merkt euch die Suche die er gesagt hat Oder sie Ähm Können wir da weitermachen Also eben wie gesagt Erstmal Suche 19 Erstmal Suche 19 Vers 83 bitte Ich will mich auch hier nicht streiten Ich will auch nicht äh Alles gut Das ist Suche Mariam Das ist Suche Mariam Ja 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 Warte Ich muss die 23 kurz finden 83 83 Achso Suche 19 Suche Mariam Vers 83 Hallo Ja Ja Wir haben dich So siehst du nicht Dass wir die Satane gegen die Ungläubigen gesandt haben damit sie sich heftig aufreizen Du hast gerade Warte Da muss ich das besser verstehen Ich muss ein paar Suren weiter hoch Ich will das verstehen Ich lese zuerst mit also Mach das mal Für mich selber damit ich das besser verstehen kann Weil ich verstehe das nicht so richtig Weil ich bin erst bei Sure 9 Alles gut Alles gut Alles gut Wir nehmen uns alle Zeit Irgendwie habe ich das Gefühl dass ich gleich denken nach reinkommt Keine Nehn den nicht hoch Ach du kennst den Du kennst den You Selbst die Muslime mögen den nicht Keiner mag den wła der nur wohl zu bleiben Er war am Anfang respektvoll Aber irgendwann einmal war übrigens meine Schnauze auch Er schreit sogar die Nase voll Er war ein bisschen respektlos und ging ins Persönliche und ab dem Zeitpunkt ist er fertig Das macht er immer Der hat einen latenten Frauenhast. Der hat auch schon mal zu einer christlichen Schwester von uns gesagt, er würde sie gerne als Huri und so nehmen. Was? Ja, das ist auf YouTube. Das ist sogar auf YouTube, glaube ich, das Video. Das Video ist auf YouTube. Er spricht gegen den Islam. Das, was der gerade gesagt hat, spricht ja gegen den Islam. Darf, warte. Nein, nein, so hat ihr Vers 24. Ja, komm, lass erst mal das durchsprechen. Wir machen erst mal diesen Vers und danach. Wir können gerne später auch über Sexklare im Islam drehen. Das steht in deinem Koran, Superpartner. Steht Eisssalz in deinem Koran. Also zum Vers, 85 war es, ne? Nein, 83. 83. Du kannst gerne sogar von 80 lesen. Es wird keinen Unterschied machen, weil wenn du das liest, vorher und nachher, ergibt es gar keinen Sinn, dass dieser Vers auf einmal da drin ist. Für mich gibt es Sinn. Okay, also ich habe es gelesen, also für mich hat es gar keinen Sinn ergeben. Was hat dir denn keinen Sinn dazu gegeben? Weil die anderen Verse nichts mit diesem Vers zu tun haben. Also, dann lese ich mal von 80 runter. Und wir, okay, warte, zwei Sekunden. Alles gut. Und wir erben von ihm das, was er sagt, während er einzeln zu uns kommt. Mein Lesen ist stockend. Entschuldigung dafür erst mal. Alles gut. Und sie haben sich anstatt Allahs Götter genommen, damit sie ihnen zur Macht gereichen. 82. Keineswegs. Sie werden den von ihnen empfangen, Dienst verleugnen und werden ihm Gegner sein. 83. Siehst du nicht, dass wir die Satane gegen die Ungläubigen gesandt haben, damit sie sie heftig aufreizen? 84. So wünsche nichts gegen sie zu beschleunigen. Wir zählen ihnen schon die Tage ab. An einem Tag, da wir die Gottesfürchtigen als eine geehrte Abordnung zum Allerbarmen versammeln und die Übeltäter wie eine durchsichtige Herde zu tränken, zur Hölle treiben. Und der Satz geht weiter, aber ja. Okay. Aber du hast ja gerade in dem Sinne ja gesagt, Allah, also der Schaitan arbeitet gegen Allah. Aber Allah sandt, das ist ja, wenn du ja so den Satz ja richtig liest, ist ja der Schaitan der Gesandte Allahs. Weil Allah sendet die Schaitanen gegen die Ungläubigen, damit die sich aufeinander aufreizen, damit man Stress verursacht. In diesem Vers arbeitet Allah mit Schaitan zusammen. Bruder, und dazu musst du noch sagen, in Surah 22, Vers 52 hat es sogar Satan geschafft, 13 Jahre lang in den Koran rein zu zitieren. Ja, das auch noch. In Surah 22, Vers 52. Aber lassen wir das bitte weg, oder wollen wir beim Thema Satan bleiben? Lass uns das mal rein. Ja, weil in einer Koransuche sagt Allah, ich werde, wie heißt das, ich werde, nee, Allah sagt, er hat zwischen den Juden und Christen, kann mir jemand helfen? Wie heißt das? In Surah 5, Vers 14, er verbreitet Hass zwischen den Christen und Christen. Ich glaube, Christen und Juden oder Christen, ich weiß nicht. Juden, Christen und Juden, ja. Und soll ich es vorlesen? Du kannst es gerne machen, aber lassen wir doch erst mal dieses Thema, was wir gerade hatten, nicht einfach rumspringen. Ich springe ja nicht rum. Achso, ich dachte, wir sind noch beim Satan-Thema. Ich springe ja nicht rum. Also das ist ja, ich meine, ich bleibe nicht rum. Alles gut, deswegen frage ich ja, wir hatten ja gerade das Thema, du hast ja gesagt, Allah arbeitet, also der Satan arbeitet gegen Allah. Das heißt, so, aber in diesem Vers siehst du ja eindeutig, dass Allah und Satan zusammenarbeiten. Kannst du mir das erklären? Ich weiß, dass du noch nicht so belesen bist, dass du noch nicht so weit bist, aber dieser Vers allein reicht doch schon aus, um diese Aussage zu hören, dass Allah die Schaitane auf uns sendet. Das heißt, das sind seine Gesandte. Die Schaitane sind seine Gesandte. Die sind ja auch von, also die Schaitane sind ja, also der Schaitan war ja Jinn. Und es gibt ja auch, also im Islam gibt es ja auch weiterhin Jinn. Und es gibt gute und es gibt schlechte. Und so macht er sie, und die Jinn, Allah, subhanahu wa ta'ala, hat ja auch die Jinn erschaffen. Auch mit dem, ob sie jetzt gut sind und oder schlecht sind. Und die Jinn, wie wir auch Menschen, haben die Wahl, entweder den geraden Weg zu verfolgen oder auch den schlechten Weg. Und somit hat Allah, deswegen sagt, es kann sein, Allahu alam, es kann sein, eben Gesandt sind sie ja, weil die von Allah kommen, also die Jinn. Die haben sich aber dem Satan angeschlossen. Und somit sind die auch die Satane. Sorry, aber Satan ist doch ein Jinn, die können sich doch gar nicht anschließen, wenn sie schon, das macht irgendwie keinen Sinn. Jins müssen nicht schlecht sein, müssen nicht böse sein, die können auch gut sein. Also für mich, für mich, für mich ist ein Jinn oder der Satan nichts Gutes, der ist nur böse. Der Satan, ja, Jinn kann sein. Aber wir reden hier gerade von Satan, nicht Jinn, da steht ja eins zu eins. Wir sanden die Satane, das heißt Mehrzahl, wir sanden die Satane gegen die Ungläubigen, um die aufeinander zu reizen. Wir lesen zum Beispiel, wir lesen in Surah 5, Vers 14, dass Allah Zwietrach zwischen Christen und Juden seht. Allah sagt, er macht das. In Surah 5, Vers 91 lesen wir, dass das Satan macht. Wo ist der Unterschied zwischen Satan und Allah? Beide machen dasselbe. Warte kurz, aber lese ich mal zuerst. Ja, Surah 5, Vers 14, dann Surah 5, Vers 91. Also Surah 5, Vers 14. Ja genau, Surah 5, Ayat 14, 1, 4. Und auch mit denen, die sagen, wir sind Christen, haben wir ein Abkommen getroffen. Aber dann vergaßen sie einen Teil von dem, womit sie ermahnt worden waren. So erregten wir unter ihren Feindschaften und Hass bis zum Tag der Auferstehung. Und Allah wird ihnen kundtun, was sie zu machen pflegten. Und jetzt Surah 5, Vers 91. Der Satan will ja zwischen euch nur Feindschaft und Hass sehen. Durch berauschenden Trank und Glücksspiel und euch von dem Gedenken Allahs und vom Gebet abhalten. Werdet ihr damit nun wohl aufhören? Also da hat es keinen Zusammenhang. Aber doch, der Zusammenhang ist, dass erstmal in Surah 5, Vers 14 Allah das macht. Und in Surah 5, Vers 91 macht es der Shetan. Aber hier steht ja, dass wir eben... Hä, nein, das hat keinen Zusammenhang, Entschuldigung. Okay, dann erklär uns das mal. Surah 5, Vers 14. Fangen wir mal damit an. Wer hat Zwietracht zwischen den Juden und Christen gesehen? Zwischen den Menschen? Wer hat das gemacht? Der Satan. In welchem Vers? Da habe ich ja gerade gelesen. Das war der, die einen... Aber in Surah 5, Vers 14 hat Allah gesagt, ich habe das gemacht. In Surah 5, Vers 91 sagt, dies nochmal bitte. Surah 5, Vers 14, bitte. Okay. Und auch mit denen, die sagten, wir sind Christen. Und da steht eine Eins, das Wort ist von Nasser. Und wir haben Hilfe abgeleitet und gemeint sind damit die Hilfe Allahs und der rechten Religion. Also haben wir ihr Abkommen getroffen, aber dann vergaßen sie einen Teil von dem, womit sie ermahnt worden waren. Weiter. So erregten wir, ja, Entschuldigung, es steht so, hier oben eine Zwei und die Bedeutung steht ja unten noch. So erregten wir unter ihnen Feind, ah, so erregten wir unter ihnen Feindschaft und Hass bis zum Tag der Auferstehung. Und Allah wird ihnen kunstun, was sie zu machen pflegten. Also Allah hat sie nicht, Allah hat sie nicht rechtgeleitet, Allah hat sie in die Irre gehen lassen. Und dann hat Allah Zwietracht und Feindschaft zwischen ihnen gesät. Und dann lesen wir in derselben Surah in 91, dass es Satan tut. Also wo ist der Unterschied zwischen Satan und Allah? Da müsste ich auch, um die Ayat besser zu verstehen, müsste ich die Hadith dazu holen. Und jetzt, liebe Schwester, weil du auch so respektvoll bist, wir bleiben auch respektvoll, aber bitte kannst du nochmal die Surah 4 Vers 24 für uns lesen, damit du siehst, dass Sklaverei mit Frauen erlaubt ist. Und ich gebe dir auch den Offenbarungsgrund, den Hadith zu diesem Vers, gebe ich dir auch. Und ich erzähle dir auch die Geschichte. Surah 4? Vers 24 und ich gebe dir auch die komplette Geschichte zu dieser Surah. Und verboten sind euch von den Frauen, die verheirateten, außer denjenigen, die eure rechte Hand besitzen. Das gilt für Allahs Wort. Punkt, Punkt, warte bitte, 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 warte, Punkt. Außer die Frauen, die du bei rechter Hand besitzt. Wer sind diese Frauen, die ein Mann besitzt? Das war ja ausdrücklich bedeutet, da steht eine Eins, äh, eine Zwei. Ja, ja. Da steht hier unten ausdrücklich bedeutet Sklavinnen oder Kriegsgefangene Frauen. Okay, darf ich zuerst reden? Sehr gut. Darf ich zuerst reden? Du liest bitte komplett und dann kannst du dich gerne erklären. Nein, zu dem, nur schon, hier reicht schon. Ja, okay, okay, reicht schon. Das war ja, war ja früher, war ja das Ganze erlaubt, oder? Also Gott, Gott, also Gott hat erlaubt, dass Männer es, sie Ex-Sklaven haben und sie vergedingt sind. Punkt, sprichst du mir recht? Warte. Früher waren Sklaven, Sklavinnen, äh, was Normales und äh, wie heute, die wir ein Handy besitzen. Und zwar, was Normales. Hör mich zu, also ich möchte dich nicht rechtfertigen, um Gott das zu nennen, ich möchte ganz mal mitruhen, aber Allah hat es befohlen. Allah hat es befohlen, dass sowas zu machen. Verstehst du das? Ich gebe dir gleich, ich gebe, ja, ja, ich gebe dir gleich den Offenbarungsgrund, ich gebe dir das, liebe Schwester, ich habe das. Lass uns das Vers komplett lesen und ich gebe dir diesen Hadith dazu, wie dieser Vers herabgesandt wurde, warum, diesen lesen wir weiter, also die Frauen, die du, die ihr bei rechter Hand besitzt, weiter. Mal einen kleinen Moment, ich muss das nochmal auf, weil wenn ich zuhöre, dann mache ich das zu und höre ich genau zu. Alles gut, alles gut. Sonst les ich weiter. Also es war, wie, welche war das? Sura 4, Vers 24. Ah, super, das war die 4, nicht die 2. Oh gut, ähm, dies gilt als Allahs Vorschrift für euch. Ja, weiter. Erlaubt ist euch, was darüber hinaus, nämlich, dass ihr mit eurem Besitz begehrt zur Ehe. Das ist falsch, das ist falsch, oder? Warum ist das falsch, verstehe ich. Ach so. Ich lese ja weiter. Erlaubt, ach so, du liest weiter, okay, also, dass ihr mit eurem Besitz begehrt zur Ehe und nicht zu, und welche von ihnen das genossen hat, gibt den, ach so, okay, gut, entschuldige, bitte entschuldige. Suche 4, Vers 24, so. Ja, okay, ich fahre Auto, ich kann nicht alles aus dem Kopf machen. Nee, alles gut. Äh, sonst könnt ihr, äh, auch einen zweiten, entweder den Kahn, äh, ich glaube, ist der Muskel, oder? Nein, er ist, er ist kein Muskel. Ah, okay, nein, dann besser nicht. Ich, 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 war ein Spaß, Kahn, wenn ich mich. Oh, 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 oh. Dies gilt als Allahs Vorschrift für euch, erlaubt ist euch, was darüber hinausgeht, nämlich, dass ihr mit eurem Besitz Frauen begehrt zur Ehe und nicht zur Hurerei. Ja, okay, soll ich nochmal lesen? Nee, nee, liest mal weiter. Und die, die ihr genossen habt, liest mal weiter, bitte. Und die, die ihr dann genossen habt, denen gebt ihr ihren Lohn als Pflichtanteil. Da steht vier, äh, die Morgengabe als Pflichtteil. Richtig. Du willst ein Hadith raussuchen, wo da steht. Nein, nein, was im Koran steht. Koran, Zeitehe verboten? Warte, lasst mich euch das finden. Okay, such mal, wo im Koran die Zeitehe verboten wird, das habe ich noch nie gehört. Es wird, Leute, heute sehr spannender Tag, wir haben uns hier gelernt. Wie gesagt, ich bin keine Gelehrte. Alles gut. Ich weiß nicht alles, ich weiß das, was ich weiß. Alles gut, alles gut. Aber du wirst es nicht im Koran finden, aber such gerne. Ich muss das zuerst finden, weil bei Sure 2 wird es auch erwähnt und bei Sure 4 auch. Wenn du das Verbot der Zeitehe im Koran findest, könnten wir direkt alle Schiiten widerlegen, weil die glauben alle an die Zeitehe. Genau, die Schiiten machen das ja doch. Ja genau, sie nehmen den Vers sogar als Beweis immer dafür. Du meinst ein Hadith, ich weiß, was du meinst. Nein, ich bin im Koran, ich habe kein Hadithbuch zu Hause. Ach so, ja dann such mal im Koran. Bis du diesen Vers findest, erzähle ich mal die Offenbarungsgeschichte von diesem Vers. Und zwar hatten Mohammed und die Sahaba da einen Stamm angegriffen und hatten die Männer platt gemacht und hatten die Frauen. Und jetzt wollten die Sahaba natürlich die Frauen punkten, aber sie waren ja noch verheiratet, die Frauen. Und sie wussten nicht, was sie zu tun haben, weil sie wollten ja keine Unzucht begehen. Somit hat Allah dann diesen Vers herabgesandt. Allah, der ja immer bereit war, wenn Mohammed was gebraucht hat, hat diesen Vers dann herabgesandt. Und dann durften die, die Frauen über eine Zeit heiraten, sie punkten und dann sich von ihnen scheiden lassen. Somit auch keine Unzucht begehen, keine Huerei. Wie ist das steht? Das könnt ihr überall nachlesen. Das ist der Offenbarungsintergrund von Surah 4, Vers 24. Ihr könnt das hier lesen. Also Gott erlaubt, dass Männer es sehr exklammend haben werden. Frauen, die den Islam verteidigen, sind wie Hühnchen, die KFC verteidigen. Das ist einfach so. Frauen haben im Islam keine Rechte. Soll mir eine Frau beweisen, dass sie Rechte haben im Islam? Die Ungläubigen, die Kufara, haben viel bessere Frauenrechte als der Koran. Hast du recht? Ja, ist das so. Leider, leider. Leider ist das so. Es tut so weh es auch tut, so sehr es auch weh tut. Bantjot wollte hoch. Bantjot, kannst du eine Anfrage stellen? Super Panda, du bist echt eine sympathische Frau. Du nimmst wenigstens Sachen auf. Und ja, finde ich toll. Danke schön. Ich hoffe, wir kriegen dich zum Richtigen. Nein, 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 nein. Ich bleibe im Islam. Das ist meine Relief. Sag niemals nie. Nein. Nein, ich bleibe im Islam. Dankeschön. Niemals nie. Alles gut, aber ich bleibe in der Religion. Hier sind ganz viele Ex-Muslime mit den Neukadensprachen. Nein, nein, nein. Ich bin nicht sprachlos. Ich bin am Lesen. Ich bin am Lesen. Ich bin am Lesen. Warte kurz, du hast gesagt, Sunan Anasai ist ein Hadith-Buch. Also das sind eure Ahadithe. Und das ist nicht so einfach, so auch an die ganzen Bände komplett als PDF so ranzukommen. Wenn du willst, ich kann dir das zuschicken komplett. Dann kannst du selber für dich das mal lesen, wenn die Zeit und so viel Laune hat. Oh, Opa. Ja, was? Oh, wie geht's dir? Mir geht's gut. Wie geht's dir? Super, mir geht's gut. Bist du gerade am Arbeiten? Wohin fährst du? Ich bin im Auto. Achso. Ich bin am Arbeiten. Ah, okay. Ich habe das Privileg zu streamen, wenn ich... Ah, okay. Ich streame schon seit heute Morgen. Was? Seit heute Morgen? Um 8 Uhr um 9 habe ich angefangen. Ja, um 8 Uhr um 9 habe ich angefangen. Ach, Urban Mensch. Ja, es wird viel verpasst, ja. Du bist ja nicht normal, mein Junge. Ja, das ist ja, deswegen, wer sich mit dem Islam befasst, kann ja nicht gesund bleiben. Oh, Herr. Wir Menschen, wir haben nur 3, 4 Sicherungen. Du hast nicht so viel. Also ich habe, wenn ich schon hier bin, möchte ich gerne, dass es weiterhin respektvoll bleibt, solange ich drin bin. Aber Superpanda, bitte entschuldige. Ich habe den Christen zum nicht angegriffen. Nicht mit einem Wort. Entschuldige, entschuldige. Alles gut, entschuldige, aber da stehen halt Sachen drin, die kennst du nicht und die willst du auch nicht hören. Soll ich dir mal die harten Sachen zeigen, die Rechtsurteile, die Fatwas, die Gelehrten, was sie zu Babys sagen, zu Menschen essen, willst du das alles sehen, wirklich? Das ist so ein Abgrund. Es tut mir sehr weh, dass du sagst, ich bleibe beim Islam, ohne den Islam jemals zu kennen. Soll es dir auch weh tun. Es ist dein Empfinden. Aber ich will wirklich jetzt nichts mehr so, es ist wirklich, mich verletzt es auch, wenn ihr sowas sagt. Aber Schwester, ich war selber Muslim. Mein Kopf müsste rollen. Was denkst du, was schlimmer wird? Dass ich in manche Länder der Welt nicht mehr einreisen könnte, ohne dass ich getötet werde? Oder dass ein paar Leute ein paar Witze machen über ein paar Rechtsurteile, die die Gelehrten selber bringen. Zum Beispiel Dschins, ne? Guck mal. Dschins sind, die leben in Erdlöchern. Deswegen hat Mohammed zum Beispiel verboten, in Erdlöchern zu pinkeln. Es tut mir leid. Ich kann, ich muss, wenn ich das lese, ist es fast Comedy. Ich meine, wer glaubt denn bitte, dass Dschins in Erdlöchern wohnen und dass man deswegen nicht da reinpinkeln darf? Also super, Panoschester. Ich sag dir was, Schwester, wir zwingen dich nicht, wir versuchen dich nicht in einer Religion reinzustecken als Christen oder Gott weiß ich was. Wir sagen nur, was in den Hadithen stehen, im Koran, was genau da steht. Und wir versuchen dich nicht in einer anderen Religion, beziehungsweise du als, wenn du, dass wir sagen, kommt zu uns als Christen und dies, das, was ich meine, wir predigen ja nicht. Wir sagen jetzt nicht, hey, komm zu uns oder verstehst du, was ich meine? Das wollen wir ja nicht. Wir wollen nur Tatsache, die zeigen, was dann stehen. Weißt du, wir haben dich um Gottes willen dich nicht beleidigt. Wir manipulieren dich nicht. Um Gottes willen, nein. Das steht genau in Hadithen und im Koran und mehr nicht. Wir zwingen dich nicht, dass du in unseren Glauben kommst. Das erwarte ich auch nicht, aber redet mit nicht so einer herablassenden Stimmung. Alles gut. Assalamu alaikum. Das ist für mich. Wa alaikum. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wie geht's euch? Alhamdulillah. Es geht's gut. Wie geht's dir? Bist du Muslim? Alhamdulillah. Wir haben gerade hier ein, ich finde es gerade nicht, aber ich weiß, es steht drin. Kennst du dich mit dem Koran gut aus? Nein, aber ich kann sehr viel von auswendig. Ne, wo ich es am besten finden kann, es steht drin. Super, pass mal, ich gehe sogar so weiter. Wenn du mir das zeigst, ich lösche heute mein TikTok. Ich finde es. Lass mir das Zeit, ich weiß, es steht drin. Amar, sie sucht, sie sucht, sie sucht, okay, sag du, sag du. Sie sucht, also das Verbot der Zeitehe im Koran. Zeitehe heißt, heirate nur für eine gewisse Zeit, damit du deinen Spaß hast. Und wenn du keinen Spaß mehr hast mit der Frau, dann darfst du dich scheiden lassen. Das ist im Islam nicht erlaubt, das ist im Islam verboten, das weiß ich. Ja, das ist ein Haram. Ich wusste, ich wusste es, ich wusste es, ich wusste es, ich wusste es. Das ist Halal. Aber das steht nicht im Koran. Dann wird Amar, dann, okay, das, guck mal, es steht, Nein, warte, 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 warte. Sex haben mit Sklaven, es ist erlaubt, aber... Bitte, 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 Leute, Leute, alle ganz ruhig, nicht durcheinander reden. So, wir haben, Suche 4, Vers 24, die Zeitehe im Koran. Die Schieten machen das noch, die Sunniten machen das nicht mehr aufgrund von einer Überlieferung in Bukhari. So, Punkt. Amar, gibt es ein Verbot der Zeitehe im Koran? Wenn ja, zeig uns bitte. Ich glaube, der schaut jetzt. Ich bin auch. Ich habe, wie gesagt, wenn der das findet, ich lösche heute meinen TikTok-Kakau. Da bin ich auch dabei. Aber darf ich fragen, warum? Es steht nicht drin, es steht nicht drin. Es gibt keine... Wenn du das geben würdest, werden alle Schieten widerlegt. Ja, das wäre ein Knockout für alle. Ja, und ich bin Sunnit. Ich bin Sunni. Ich folge der Sunna. Ja. Ja. Die machen die Schieten folgen der Familie des Propheten. Was ist besser? Der Familie des Propheten zu folgen oder der Sunna von englischen Gelehrten, die 500 Jahre später kamen? Ich bin immer noch am Lesen, weil es ist... Sorry, ne? Du findest das nicht. Du findest das nicht, dass ich den Koran auf den Kopf lege. Zweimal habe ich Koran gelesen, zweimal habe ich durchgelesen in letzter Zeit. Zweimal und es gibt den Vers nicht. Doch, warte. Wenn du es den geben würdest, wäre es eine Bombe in Islam. Da wäre der ganze Streit zwischen Schieten und Sunniten beendet. Das ist für mich. Zeig mir heute, wo Verbot der Zeit hier ist. Ich lösche meinen TikTok-Account. Ich spreche die christliche Schader. Lass uns mal gemeinsam die christliche Schader sprechen. Nein, dann machen wir. Du wirst es nicht finden. Gebt mir doch ein bisschen... Ich weiß, es steht drin. Gebt mir noch ein bisschen Zeit, weil das Lesen für mich ist ein... Ich habe ja gehört, wie ich lese. Das Stocken und... Dann will man aus Erfurt, aus Freude, überliest man und ja. Alles gut, liebe Schwester. Lungro, du hast bis heute 24 Uhr Zeit, wenn du es mir schreibst. Ich lösche sofort meinen TikTok-Account. Ich bin dabei. Du hast zwei böse Hetzchristen, lass den dann hier weg. Aber alles gut, gut gerne. Ich habe die christliche Schader, Bruder. Ich habe sie hier. Kannst du mal die Schader aussprechen, Urban? Die christliche? Asshadu an la ilaha il yeshua wa asshadu yakhya rasul yeshua. Amin. Amin. Bismil Abi wal ibni wal al-ruh al-kudufi. So, äh, ich werde es dir jetzt beenden, weil... Ah, ja, ähm, ja, man muss halt, äh, diese harte Realität ins Gesicht schauen. Sklavinnen sind im Islam erlauben, Mohammed selber hat Sklavinnen gehabt. Ja, du darfst SEX mit ihnen haben. Er hat Safia genommen, ne, als er ein ganzes Stammblatt gemacht hat. Wir kennen all diese Geschichten. Für uns gibt es keine Überraschung mehr. Ähm, das muss sich jeder seinen eigenen Gedanken machen, ne. Leute, äh, nimmt den Herrn Jesus Christus, er ist perfekt, er ist so bloß. Mohammed war laut Koran ein Sünder, hat 70 Mal am Tag um Vergebung gebetet. Er hat Kriege geführt, er hat ein Kind geheiratet, er hat Sklaven gehabt, er hatte 13 Frauen. Er hat alles das gemacht, was schlecht ist. Er hat alle 10 Gebote gebrochen, er hat sich selber Gott beigesellt, er hat Lügen erlaubt, er hat Ehebruch erlaubt, er hat alles erlaubt. Er selber hat Ehebruch begangen, wurde dafür angeklagt, dann kam Allah mit dem Vers, man muss Zeugen bringen und wir kennen ja die ganzen Geschichten. Leute, assalamu alaikum, ich wünsche euch einen Gottessegen, wir sprechen über die Schade zusammen aus. Gottessegen. Asshadu an la ilaha il yeshua, wa asshadu yachya rasul yeshua. Amin, amin, amin. Okay, Leute, assalamu alaikum. Warte mal, Bruder, warte ganz kurz, hier, diese Al-Wienin schreibt da, eure Bibel erlaubt, eure Kinder und Töchter zu heiraten. Jetzt zeig mir doch einen, die kommen mir nicht mit Loth an, weil bei euch ist Loth ein Prophet, bei uns ist es ein Beispiel, dass es nicht gut ist, Alkohol zu trinken, ein falsches Beispiel. Das ist der Unterschied zwischen euch und uns. Aber Loth ist bei Ihnen ein Prophet, Bruder, Sie beleidigen Ihren Propheten, was soll ich denn machen? Ja, Bruder, das ist, das ist, ich finde das traurig. Und was sagt Allah, wenn ihr Fragen habt über den Koran, dann geht zu dem, was für euch offenbart wurde, zu Tora und Injil. Ja. Guck mal, Elwedin, Elwedin, du bist ein rosa Pampers-Träger, du bist der größte Angsthase auf TikTok. Nein, 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 nein. Geh mal. Elwedin. Er hat ja nichts gesagt. 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 Er ist so einer, er sitzt hier und filmt und hat Fotos von mir und geht mit mir schlafen. Und deswegen, ja, er ist einer, der Videos für mich schneidet. Aber rosa Pampers traut sich nicht hoch. So Leute, Gottes Segen. War ein schöner Stream, Leute. Hat Spaß gemacht. Gottes Segen. Wir waren jetzt fast zehn Stunden live, glaube ich. Neun Stunden. Aber die Themen sind immer noch. Zeig mir den Vers, wo zeigt ihr im Koran verboten, dass es mehr Freude gibt. Oder den gibt es doch nicht. Aber du, das werde ich dann noch schreiben. Wenn ich euch finde, schreibe ich euch. Schick mir sofort. Wenn du den findest, Superpanda. Wenn du den findest, du kriegst Friedensnobelpreis, weil du den Krieg zwischen Schieten und Sunniten beendest. Mit einem Koran. Den hat keiner bis jetzt gefunden. Du kriegst Friedensnobelpreis. Weißt du, was es ist? Vor allem, du kannst ja auch kein Arabisch. Das ist ja noch spannender. Ach, Leute. Das ist so. Also, Superpanda, ich werde dich nominieren für den Friedensnobelpreis, weil du wirst den Krieg zwischen Schieten und Sunniten beenden. Ich werde gar keinen Krieg beenden oder anfangen. Ich werde mir eine Frage gestellt. Ich werde mir eine Frage gestellt. Wegen diesem Vers führen die Kriege, meine liebe Schwester. Wegen diesem Vers. Aber weißt du was, Bruder, weißt du was interessant ist? Dass die Saudis auch gerne mal Sura 4 Vers 24 machen. Obwohl sie auch Sunniten sind. Sie gehen ja auch in Ausland und so. Und weil ich komme ja aus einem bestimmten Milieu. Ich weiß es ja noch besser. Auch die Saudis kommen nach Deutschland und heiraten eine Prostituierte vor vier, fünf Stunden. Wisst ihr das? Aber sie sind Sunniten. Sie sind Sunniten. Sie sind keine Schieten. Aber wenn es darauf ankommt, um ein bisschen Spaß zu haben, dann auf einmal geht Sura 4 Vers 24. Aber auf der nächsten Seite werden die Schieten dafür verteufelt, wenn sie nach ihrem Koran leben. Weil was haben die Sunniten gemacht? Sie haben ein Hadith über den Koran gestellt. Ein Menschenwort ist höher als das Wort von Allah. Das müsste ich mir geben. Das nennt man dann Heuchelerei. So, damit wurde alles gesagt, Leute. Wir haben über alles gesprochen. Ich wünsche euch Gottes Segen. Vereinten des Christen. Bruder, vielen, vielen Dank, dass du mich oben warst und mich unterstützt hast. Deine Bibelkenntnisse sind natürlich hier auf dem höchsten Niveau auf TikTok. Nein, Gott. Unternehmens. Doch, doch, doch. Mach dich nicht klein. Pass auf dich drauf. Gottes Segen. Und schöne Arbeit noch. Ja, Gottes Segen. Viel Spaß noch. Danke. Ich fahr noch die lässige Zeit bis in Ruhe. Alles klar. Gottes Segen. Gottes Segen, mein Lieben. Ciao.